Abschnitt 21 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Jessie. 10. Oktober Ich hab's ja vorausgesehen mit Kasimir. Der Mensch ist mein Verhängnis. Ich hab's gewusst, dass er sich nicht halten wird. Schon seit Wochen war er liederlich, kam erst in der Nacht nach Hause, bis auf sich, und ich konnte nicht herauskriegen, wo er sich herumtreibt. Sonntag vor acht Tagen war ich bei Frau X in Schlachtensee zum Geburtstag eingeladen und hatte hinterlassen, dass ich wahrscheinlich etwas später, also nicht vor zehn, nach Hause kommen würde. Wäre ich nur nicht hingegangen. Ich hatte wirklich solche Ahnung, dass etwas passieren würde und gar keine Ruhe. Und wenn die alte Frau nicht so angehalten hätte, dass ich zum Abendessen da bliebe, wäre ich gern schon um sieben heimgefahren. Also wie ich ein Viertel nach zehn in die Wohnung trete, kommt mir das Zimmermädchen ganz verstört entgegen und sagt, der Herr habe Besuch. Eine Dame sei da, sie habe vorhin Kaffee kochen und nachher Wein und Aufschnitt besorgen müssen. Und sie sei immer noch da. Mir schwebte gleich nichts Gutes vor und ich ging hinein und fand niemand im Esszimmer und mein Schlafzimmer war verschlossen. Da wusste ich gleich Bescheid. Aber ich machte so lange Spektakel und drohte mit der Polizei, bis sie aufmachten. Da lag das Frauenzimmer entkleidet in meinem Bett und rauchte und Kasimir lief im Bademantel umher und war total betrunken und konnte kaum sprechen. Das Frauenzimmer lachte mich höhnisch an, als ich sie ebenso ruhig als bestimmt aufforderte, aufzustehen und sich fortzuscheren und sagte, sie wäre jetzt auch Pensionärin der Pension Ostdorf. Ihr Freund, der Herr Ostdorf, zahle die Pension für sie. Na, ich wusste aus Erfahrung, dass bei dem Kraut nichts als die Anwendung sanfter Gewalt angebracht ist und rief mir das Mädchen zu Hilfe, so peinlich es mir war. Und da haben wir sie aus dem Bett geschmissen und ich drohte, dass ich sie in ihrem Eva-Kostüm die Treppe hinunterwerfen werde, worauf sie es denn vorzog, schleunigst in ihre Kleider zu fahren und zu verduften. Nicht ohne fürchterlich zu fluchen und zu schimpfen, wobei Kasimir ihr assistierte und mir in Gegenwart des Mädchens zuschrie, ich sei ja nichts Besseres, im Gegenteil, und so und so. Ach, es war furchtbar. Ich plötzlich so bloßgestellt vor dem Mädchen. Ich hätte den Menschen umbringen mögen. Ich entsinne mich nicht, die Person je gesehen zu haben. Nachher erfuhr ich, dass sie in der Elsässer Straße wohnt und Kasimir schon lange mit ihr geht. Und ich wusste ja auch gleich, dass damit unser Schicksal besiegelt ist. Und so war es. Ein paar Tage später klingelt es. Ein feiner Herr wünscht mich zu sprechen. Das Mädchen führt ihn in den Salon und ruft mich. Ich denke, es ist ein Mieter. Gehe hinein und... stehe dem Schachen Friedrich gegenüber. Er war schon etwas angetrunken und will mich umarmen und versichert mir, dass er sich rein tot nach mir gegrämt habe. Und ich wäre ja wie vom Ortboden verschwunden gewesen und so weiter. Und alle Freunde und Freundinnen hätten Sehnsucht nach mir. Und ich... Ich weiß nicht, was über mich kam. Ich vergaß alle Klugheit und Vorsicht und verbat mir seine Intimität und wies ihm die Tür. Hätte ich es nur nicht getan. Es war ja so unklug. Als er hinaus war, wusste ich schon, was mir blühte. Richtig. Drei Abende später kommt Kasimir in Begleitung eines Zuhälters und zweier Mädels nach Hause. Sie machen es sich im Esszimmer bequem und verlangen Abendessen. Diesmal war ich klüger, biss die Zähne zusammen und gab ihnen, was sie wollten. Im Laufe des Abends kamen dann zehn Personen und es wurde ein wüstes Gelage. Sie gingen über Tische und Stühle und vollführten einen Lärm, dass meine sämtlichen Pensionäre zusammenliefen und sich entsetzt erkundigten, was los sei. Sie brüllten wie die Wahnsinnigen und ich wusste mir nicht zu helfen und schickte in meiner Herzensangst zum Doktor. Der kam auch gleich, wusste aber auch nicht gleich, was anfangen und wollte die Polizei holen. Das mochte ich aber wieder nicht, denn ich dachte daran, dass sie mir auch geholfen hatten, als die Polizei mir auf dem Hals war und wusste, dass es nicht gut getan ist, sich ganz mit diesen Leuten zu verfeinden. Der Doktor aber blieb bei mir, bis sie endlich, gegen sechs Uhr morgens, ging. Meine Wohnung sah furchtbar aus. Der Axtminster-Teppich schwamm in Punsch und Bier. Die Lederstühle waren zerkratzt und beschmutzt von den Stiefeln, viel Geschirr zerbrochen. Das muss ich Markierwitsch nun alles ersetzen. Ich bin ihm ohnehin noch 300 Mark schuldig. Ich bin so vielen Leuten Geld schuldig, dass mir graust. Früher habe ich nie Schulden gekannt. Wir haben die Wohnung nun neun Monate und in der kurzen Zeit habe ich alle meine Wörtssachen zugesetzt und mich so in Schulden geritten. Es ist gräulich. 12. Dezember Am 1. Januar ziehen wir um nach einer kleineren Wohnung in der Potsdamer Straße. Julius hat alles für mich arrangiert. Es ging ja so nicht weiter, besonders nicht nach dem letzten Streich, den Kasimir mir spielte. Da hatten sie abends, als ich mit Pensionären im Theater war, eine Anzahl Möbel, gerade für ein Zimmer reichend, über die Hintertreppe hinaus transportiert und ist keine Spur, wo sie hingekommen und geblieben sind. Jedenfalls hat er sie seiner Kalle hinschleppen lassen. Ich nehme grundsätzlich nicht die Hilfe der Polizei in Anspruch. Es hätte auch nichts genutzt. Wiederbekommen hätte ich doch nichts. Ich konnte die große Wohnung nicht behalten. Mochte er auch nicht in dem Haus bleiben, da die Mädchen keinen reinen Mund gehalten haben und die Mitbewohner mich alle schief ansehen. Nach dem großen Gelage kündigten mir sämtliche Damen die Pension und der Hauswirt, den ich um Dispense vom Mietsvertrag bat, schrieb mir, dass er uns je eher, je lieber los wäre. Mit Markiewicz hat Julius sich auseinandergesetzt. Er will ihm ersetzen, was fort und beschädigt ist und die anderen Möbel kriegt er wieder. Ich nehme mir jetzt Möbel auf Abzahlung. Wir haben da nur fünf Zimmer, wovon ich vier vermiete. Kasimir ist fast nie zu Hause. Manchmal ist er acht Tage fort. Ich weiß nicht, was er treibt. Kümmere mich auch nicht darum. Bin froh, wenn ich ihn nicht sehe. 17. Januar Ich hatte Glück und habe in der neuen Wohnung gleich alle Zimmer vermietet. Viele goldene Kirschen sind zwar nicht dabei zu pflücken. Ich muss mich nach einem Nebenerwerb umsehen und will sehen, dass ich Schüler für Sprachstunden kriege. So leicht ist das nicht, aber ich will mich dran halten. Es ist mein ernster Wille, mich jetzt anständig durchzubeißen. In der anderen Wohnung wollten die Herren in letzter Zeit mit mir anbändeln, aber ich habe ihnen energisch heimgeleuchtet. Es widersteht mir direkt. Ich habe genug an meinem Doktor, dem mein ganzes Herz gehört. Er ist so gut, viel zu gut für mich. Kasimir ist wieder krank. Wenn er krank ist, bleibt er zu Hause. Sonst nicht. 10. Februar Ich habe einmal Pech. Wenn ich einmal denke, nun bin ich ungefähr da, wo ich hinwollte. Flux kommt ein neues Missgeschick und setzt mich zurück. Der Kasimir wurde vor 14 Tagen auf einmal so furchtbar krank. Zuerst schwoll die Oberlippe, dann das ganze Gesicht. Er sah entsetzlich aus und konnte sich vor keinem Menschen sehen lassen. Wir mussten den Arzt rufen lassen. Und als der ihn untersuchte, kam die Bescherung an den Tag. Hat der Kerl sich eine schlechte Krankheit geholt. Fürchterlich. Bei der Quecksilbereinspritzung hat der Spezialist, der ihn behandelte, die Nadel abgebrochen. Er schrie und schluchzte die ganze Nacht vor Schmerzen. Wir leben nun ganz getrennt. Er schläft in der Mädchenkammer und das Mädchen schläft bei mir im Zimmer, da ich mich so sehr vor Ansteckung fürchte. Mein Doktor sagt, er glaubt nicht, dass er es mit seinem Herzfehler und seiner schwächlichen Konstitution lange macht. Die Welt ist gewiss groß genug, dass wir alle darauf Platz haben. Und ich gönne gewiss jedem sein bisschen Leben. Aber um Kasimir wäre es nicht schade, wenn er heimginge. Ich habe nun auch immer den Zulauf von seinen Konsorten auf der Tür, die ihn besuchen. Ich möchte nur wissen, welche Rolle er zwischen ihnen spielt, da er doch faktisch mit seinen verkrüppelten Sinnen zu nichts zu gebrauchen ist. Ich fürchte beinahe, sie gebrauchen ihn zu allerhand Zwecken, für die andere nicht zu haben sind. Mir soll es egal sein. Wenn ich das Geld hätte, täte ich ihn in ein Sanatorium. Es ist eine furchtbare Last, die ich mir mit ihm auf den Hals geladen habe. Die Sorgen verlassen mich nicht. Meine jetzigen Mieter essen alle außerhalb. Und wenn sie mal eine Mahlzeit im Hause einnehmen, bezahlen sie so wenig dafür, dass man keine Seide damit spinnt. Ich verdiene mit den Mietern nicht viel mehr, als die Abzahlungsraten für die Möbel betragen. Ich nehme auch ungern vom Doktor die volle Miete an. Er hat schon ohnehin mehr für mich getan, als er eigentlich kann. Aber man will doch leben. Es ist schrecklich niederdrücken, sich immer mit den gleichen Sorgen morgens erheben und mit derselben Last abends sich niederlegen. Bald habe ich nichts mehr anzuziehen. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, billige Sachen zu tragen. Zwei Sprachschüler habe ich, einen jungen Volontär und einen Studenten. Die Stunde eine mag, bringt auch nichts. Zuweilen denke ich, ach was, Thymian, sei nicht dämlich. Ist doch alles eins. Für ein hübsches, gut gewachsenes, intelligentes Weib liegen die blauen Zettel immer noch auf der Straße. Einmal ist keinmal. Die Augen zu und die Zähne zusammengebissen und flugs sind ein paar Scheine verdient. Damit reicht man denn schon eine Weile. Ich will nicht wieder in das schreckliche Leben zurück. Aber die Versuchung, mir ein bisschen das Leben leichter zu machen und einen Teil der ekelhaften Existenzsorgen abzuschütteln, ist stark. Wie das geht? Ich habe nicht wollen und bin doch wieder dazugekommen, seitdem ich des Abends wieder bei Mimi in der Bar war. Sie schenkt noch immer Champagner aus und wird ein bisschen schwammig vom vielen Mitsaufen. Im Übrigen hat sie jetzt eine Freundin, eine reiche alte Jungfer in Moabit. Sie sagt, sie liebt die Freundinnen mehr als die Männer. Die Männer hat man bald über. Ich glaube ihr, sie ist selbst wie ein halber Mann. Ich trank ein paar Gläser, um mir Mut zu machen und erwischte einen netten Menschen, der mich in seine hochelegante Junggesellenwohnung nahm. D. heißt er, und ich gefiel ihm so rasend, dass er mir ein festes Verhältnis anbot. Ich wollte aber nicht darauf eingehen, weil es nur eine Ausnahme sein sollte. Aber die 50 Mark waren schon am anderen Tag ausgegeben und am nächsten Tage war es wieder das Alte. Das Leben ist ein fortwährender Kampf. Man schlägt die Tage tot, einen nach dem anderen und die Erschlagenen liegen hinter uns und verwesen. Aber vor uns stehen immer wieder Neue auf und man wird nie fertig, den Kampf mit dieser Hydra auszufechten. Eines Abends war ich mit Nix im Apollo Theater. Wir hatten zwei fremden Logenplätze und es genierte mich etwas, neben ihr zu sitzen, da sie ihren ganzen brillanten Klimbim angesteckt hatte und ich gar nichts mehr an Schmuck habe. Sie war natürlich so liebenswürdig, es sofort zu bemerken und rümpfte die Nase gewaltig, als ich ihr sagte, dass alles bei meiner Pension draufgegangen war. Ich denke, der Dr. W. hält dich aus, sagte sie. Ich erklärte ihr, dass sich das doch nicht so verhält und so weiter. Na lass, Mann, den ollen Knicker habe ich auch mal kennengelernt, sagte sie und erzählte, dass sie vor anderthalb Jahren ihn einmal in seiner Eigenschaft als Nervenspezialist konsultiert habe, was 20 Mark kostete. Dann hat er sie gleich da behalten den Abend und Nix ist doch dafür bekannt, dass sie auch feste Preise hat und jede Konsultation bei ihr nicht unter 50 Mark zu haben ist. Als sie ging, hat er ihr aber nur 30 Mark rausgegeben, worüber sie noch jetzt sehr erbost war. Wie so der Teufel immer seine Hand im Spiele hat. Als wir im Zwischenakt oben ein bisschen umhergehen, begegnet uns der Doktor. Solch ein verfluchter Zufall, muss der aber auch ausgerechnet an dem Abend mit seiner Frau ins Alpolotheater gehen. Er sah mich groß an und ich wusste sofort, wenn der mich in Nix' Gesellschaft zieht, weiß er auch gleich wo dran. Ich hätte aber doch wenigstens erwartet, dass er eine Aussprache herbeiführt. Stattdessen blieb er einfach aus und schickte mir am ersten die Miete per Post. Das hat mich nun furchtbar gewurmt, gerade weil ich ihn doch so von Herzen gern habe und niemals mehr mich an einen anderen Mann weggeworfen hätte, wenn die Not mich nicht dazu getrieben hätte. Und in meinem Zorn schickte ich ihm das Geld zurück. Er soll doch wissen, dass unser Eins auch noch seinen Stolz hat. Da aber die Miete doch bezahlt werden musste, schrieb ich an D. und bat ihn um ein Rendezvous. Er kam auch und ich klagte ihm meine Sorgen und er erklärte sich gleich bereit, die Miete für mich zu bezahlen und war sehr erfreut und sagte, dass er schon überall nach mir gesucht habe. Ich hätte es ihm auf den ersten Blick angetan. Auf diese Weise ist D. nun mein Freund und an das Doktors Stelle gerückt und ich stehe mich eigentlich besser dabei, denn er ist sehr nobel. Aber meine Sehnsucht gehört doch dem Doktor. Ich kriege noch jedes Mal Herzklopfen, wenn die Klingel geht und bin enttäuscht und traurig, wenn es ein anderer ist. Ende von Abschnitt 21 Abschnitt 22 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Jessie Silvester Eben ist D. fort. Er hatte noch eine Einladung in einer Familie, wo er sich anstandshalber wenigstens sehen lassen muss. Ich kann aber noch nicht schlafen und habe deshalb mein Buch hervorgesucht, um nach langer Zeit wieder mal etwas zu schreiben. Die letzte Eintragung war im April. Seitdem ist vieles anders geworden. Anfang Mai blieb Kasimir eines Nachts wieder aus, worüber ich mich etwas beunruhigte, da er in den letzten Monaten, seitdem er krank ist, doch ziemlich solide geworden war. Allerdings hatte ich mich gewundert, dass er oft Geld hatte, von dem ich nicht wusste, woher es stammt. Ein paar Mal sogar Goldstücke. Aber in den Kreisen, in denen er verkehrt, geht es ja so. Und das Geld klebt den Leuten nicht an den Fingern, wenn sie es haben. Und es war nicht ausgeschlossen, dass ihm mal gelegentlich jemand aus Mitleid oder für eine Gefälligkeit zehn Mark schenkte. Also machte ich mir darüber keine Gedanken. Aber die Nacht war's mir nicht wohl, bei seinem Ausbleiben. Und am nächsten Morgen, denke ich, mich rührt der Schlag, als mir ein Schutzmann in die Wohnung kommt und mir sagt, dass Kasimir am Abend vorher verhaftet ist, weil sie ihn bei einer unerhörten Schweinerei ertappt haben. So war nichts zu machen und die Sache ging ihrem Gang. Die Zuhälter brachten 2000 Mark zusammen als Kaution, aber das Gericht ging nicht darauf ein und sechs Wochen später war die Verhandlung in Moabit, zu der ich auch als Zeugin geladen war. Ich verweigerte aber meine Aussage und im Übrigen war er überwiesen, dass er sich Männern angeboten hatte und noch anderem und wurde zu sechs Wochen Gefängnis verurteilt. Und das soll ein unverhältnismäßig sehr gelindes Urteil gewesen und nur gefällt sein, weil sein Verteidiger nachgewiesen hat, dass er ein geistig minderwertiger Mensch war. Am Tage darauf stand es in allen Zeitungen unter der Spitzmarke von Stufe zu Stufe oder ein verfehltes Leben, ungefähr so. Unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit wurde gestern vor der Strafkammer des Landgerichts I gegen den Grafen Kasimir Edmund Maria Ostdorf wegen Sittlichkeitsvergehungen verhandelt. Der Angeklagte ist der vierte Sohn des verstorbenen ehemaligen Reichstagsabgeordneten Graf Knut Ostdorf. Er besuchte ein auswärtiges Gymnasium und ist später, nachdem er es hier mit den verschiedensten standesgemäßen Berufen erfolglos versucht hatte, nach Amerika gegangen. Auf Veranlassen seiner früheren Geliebten, einer in der Berliner Lebewelt wegen ihrer Schönheit und Anmut sehr bekannten und begehrten Dame, kam er wieder nach Deutschland zurück, lebte eine Zeit lang mit ihr in freier Gemeinschaft und heiratete sie dann. Die junge Frau, die es klugerweise verschmähte, den Titel ihres Mannes zu führen und sich bescheiden Frau Ostdorf nennt, scheint sich dann nicht mehr viel um ihren angetrauten Gatten bekümmert zu haben, denn der geistes- und willensschwache Mensch, der längst jeden moralischen Halt verloren hatte, geriet nun gänzlich auf lasterhafte Wege. Der gestrige Termin endete mit der Verurteilung des Angeklagten zu einer Gesamtstrafe von drei Monaten Gefängnis, wobei ihm die Untersuchungshaft in Abrechnung gebracht wurde. Also gegen die Verurteilung war nicht anzukommen, und der Anwalt riet von einer Berufung ab. Ich hätte Kasi mir nun gerne frei gehabt, um ihm die Möglichkeit nach Z. zu kommen, zu verschaffen, denn dass er es in einem regelrechten Gefängnis nicht aushielt, wusste ich gleich. Das Gericht lehnte aber unseren Antrag auf vorläufige Haftentlassung wegen Fluchtverdacht ab. Wohin der arme Teufel hätte flüchten sollen, ist mir ein Rätsel. Ich habe früher oft heimlich gewünscht, dass Kasi mir sterben möchte, weil ich ein gar so großes Kreuz mit ihm hatte. Aber trotzdem tat er mir furchtbar leid. Und als ich ihn im Gefängnis besuchte und er mir so abgemagert und elend gegenüber trat, schwand aller Groll und ich fühlte nichts als Mitleid mit ihm. Er sah schrecklich aus und klagte, dass er Hunger litte, da er das Essen nicht vertragen könne. Es sei geradezu miserabel, den blauen Heinrich breche er regelmäßig wieder aus. Ich bat den Direktor, ihn doch ins Lazarett zu schicken, da er doch krank ist. Aber es half nichts. Etwa acht Tage nach Kasimirs Verurteilung meldete das Mädchen eines Morgens einen alten Hahn. Die Frisöse war gerade da und er musste ein bisschen warten und ich zog in einer instinktiven Ahnung rasch den weißen Morgenrock an, der mir so ausgezeichnet steht. Als ich eintrat, sah ich gleich, dass es ein vornehmer Herr war. Ich sah auch, dass er stutzte, als er mich erblickte. Dann stellte er sich vor. Graf Y. Kasimirs ehemaliger Vormund. Ich kalkuliere, dass er gekommen war, mir recht von oben herab, seine hochadelige Meinung zu sagen. Aber ich spielte mein liebenswürdigstes Gesicht aus und das hat noch nie seine Wirkung versagt. Auch dann nicht. Er sagte, die Familie Ostdorf hätte keine Ahnung gehabt, dass Kasimir wieder in Deutschland ist. Sie hätten ihn für tot gehalten und durch das deutsche Konsum Isolat drüben schon Nachforschungen anstellen lassen. Nun hätten sie zu ihrer Bestürzung durch die Zeitung von der Gerichtsverhandlung erfahren. Kasimirs Mutter sei vor einem halben Jahr gestorben, aber die Geschwister leben noch alle. Es sei ihnen allen natürlich unendlich fatal und sie würden dafür sorgen, dass er nach Verbüßung seiner Strafe in eine Nervenheilanstalt komme. Und vielleicht sei ich mit einer gerichtlichen Trennung einverstanden. Ich antwortete, Verehrter Herr Graf, auf die Wünsche der Familie Ostdorf nehme ich nicht die allermindeste Rücksicht. Als die Familie Kasimir nach Amerika schickte, hat sie nicht danach gefragt, was aus ihm wird, obgleich sie genau wissen musste, dass er sich drüben ebenso wenig wie hier ernähren kann und elend umkommen wird. Ich bin diejenige, die sich über ihn erbarmte. Ich habe ihm das Geld zur Reise geschickt. Ich habe während der verflossenen Jahre für seine Kleidung, Wohnung und Obdach gesorgt und wollte uns durch die Heirat wieder eine bürgerlich geachtete Existenz verschaffen. Das habe ich alles aus reiner Anhänglichkeit und weil uns die Erinnerung an unsere gemeinsamen Schuljahre verbindet, für Kasimir getan und habe nichts dafür gehabt als Last und Undank. Habe ich's aber so lange durchgemacht und getragen, so trage ich's auch noch zu Ende und danke für die Unterstützung der Familie. Kasimir ist mein Mann und ich sorge für ihn und damit basta. So sprach ich und der Graf nickte und sagte, dass die Familie ja gewiss alles, was ich für Kasimir getan habe, anerkenne. Aber es sei doch auch für mich schrecklich, an solchen Menschen gebunden zu sein. Ich habe mir das gewählt und will es so, sagte ich. Ich gebe meinen Mann trotz allem nicht heraus. Der Graf strich mit der Hand durch seinen grauen Vollbart. Er ist so Mitte 50, ein hübscher alter Herr mit blauen Augen und musterte mich mit Kennerblicken etwas so wie ein Spotsmann ein vorgeführtes Rennpferd. Ich habe eine feine Witterung und wusste genau, was er dachte. Wir unterhielten uns über eine Stunde lang. Ich erzählte ihm, wie ich Kasimir kennenlernte und von meinen vergeblichen Anstrengungen, mich mit der Pension über Wasser zu halten. Also sind sie verheiratet und doch einsam. Eine alleinstehende Frau, völlig isoliert in ihrem Kampf ums Dasein. Sagte er, und nachher erzählte er mir, dass er auch schon seit Jahren Witwer sei und sein einziger Sohn als Leutnant in einem posenschen Regiment steht. Als er ging, versprach er gelegentlich wieder nach uns zu sehen und drückte mir die Hand und ich wusste, dass er freundliche Gesinnungen für mich hegt und dass vielleicht in diesem hübschen, vornehmen alten Kavalier meine Zukunft liegt, wenn ich gescheit bin und das Eisen schmiede, solange es warm ist. Als Kasimir nach Hause kam, legte er sich gleich. Er wurde von Tag zu Tag elender und konnte sich zuletzt nicht allein im Bett aufrichten und nicht helfen. Und ich habe so unsäglich viel mit ihm durchgemacht, dass ich das Anerbieten der Familie doch schließlich in Erwägung zog, weil es einfach über meine Kraft ging, das noch lange durchzuführen. Seine Freundinnen und Freunde haben ihn, was ich zu ihrer Ehre konstatieren muss, auch nicht im Stich gelassen. Ob in den bürgerlichen Kreisen auch so viel Anhänglichkeit und Opferfreudigkeit der Befreundeten und beruflich Verbundenen untereinander herrscht, möchte ich dahingestellt sein lassen. Was er nur wünschte und haben wollte, wurde herbeigeschafft. Ganze Körbe voll Sekt und Südweine und das teuerste Obst und alle Stärkungsmittel und ist kaum einer jemals mit leeren Händen gekommen. Und in der Zeit, wo es am schlechtesten mit ihm ging, so Anfang bis Mitte September, und wir ihn nachts nicht allein lassen konnten, sind sie abwechselnd gekommen und haben bei ihm gewacht und ich habe niemals ein unanständiges und rohes Wort an Kasimirs Krankenbett gehört. Im Gegenteil, Ich habe in der Zeit erfahren, dass es unter den Leichen auch Menschen gibt, Menschen mit fühlenden Herzen und werktätiger Nächstenliebe. Einigen unter ihnen bin ich in der schweren Zeit näher gerückt als vorher, so der weißen Doris, die Kellnerin in einem Nachtlokal der Friedrichstraße ist und von der ich vorher nicht glaubte, dass überhaupt ein anständiges Wort aus ihrem Munde kommen könnte. Wie wir abends zusammensaßen, erzählte sie mir ihre Lebensgeschichte von dem schauerlichen Elend, in dem sie erwachsen ist. Die Mutter kam wegen schwerer Kuppelei ins Zuchthaus und nachher in eine Korrektionsanstalt. Der Vater war ein Trunkenbold und sie und ihr Bruder wurden im Arbeitshaus erzogen. Nachher, als sie mit ihrem Vater wieder zusammenging, musste sie flüchten, weil der eigene Vater und der eigene Bruder sie vergewaltigen wollten. Ach, lieber Himmel, welches Elend hat die erst durchgekostet? Für mich fanden sich doch immer reiche, mindestens wohlhabende Herren, die mich anständig behandelten. Aber sie, die keine anderen Reize als ihr apartes, fast schneeweißblondes Haar besitzt, musste nehmen, was sich ihr bietet. Und da ist es kein Wunder, dass sie nach außen hin verroht und halb vertiert ist. Dass in ihrer Seele aber auch gute Eigenschaften und Treue und Selbstlosigkeit wohnen, habe ich derzeit erfahren. Kasimir schleppte sich dann noch bis Ende November so hin. Dann wurde er eines Nachts so arg, dass er keine Luft mehr bekam und wir mussten zum Arzt rennen, der ihm eine Kampfer-Einspritzung machte. Aber auch das half nichts und um halb sechs morgens war es plötzlich aus mit ihm. Der Graf, der sein Wort gehalten hatte und uns dann und wann besuchte, gab mir gleich 700 Mark zur Beerdigung, wofür ich den Sarg und ein Grab kaufte und die Gebühren bezahlte. Es war ein großes Begräbnis. Die ganze Berliner Halbwelt und alles, was dazu gehört, beteiligte sich daran. Meine Wohnung konnte die Blumen spenden, worunter Kränze von aus erlesenster Schönheit waren, kaum fassen und der Sarg verschwand buchstäblich unter Blumen. An fünfzig Trauer-Equipagen folgten dem Leichenwagen, so dass der Leichenkondukt den Wagenverkehr in der Potsdamer Straße zeitweilig hemmte. Die Männer waren alle in umflortem Zylinder und die Frauen in tiefer Trauer-Toilette erschienen. Am Grabe sang der Kirchenchor, wie sie so sanft ruhen, und der Pastor hielt eine schöne Predigt, die eigentlich in ihrem Sinne den Nagel auf den Kopf traf. Er gehörte wohl der freieren kirchlichen Richtung an, denn er sprach nicht viel von Gott und dem Himmel, aber was er sagte, hatte Hand und Fuß und ging an die Nieren. Wenn wir Überlebenden an einem offenen Grabe stehen, erkennen wir eigentlich erst die Nichtigkeit aller irdischen Interessen, führte er aus. Der Wind des Schicksals treibt uns über die Schaubühne dieser Welt, und unsere Veranlagungen, unser Wille, unsere Leidenschaften bestimmen unseren Wegen die Richtung. Und über unsere Leidenschaften vergessen wir meist den einzig zuverlässigen Kompass der menschlichen Bestimmung, dessen Zeiger unverrückt und unentwegt nach dem Ende aller Dinge, dem Grabe zeigt. Wie anders wäre manches in der Welt, und wie manches Menschenschicksal würde sich anders gestalten, wenn sich ein jeder immer vor Augen hielte, dass das Leben nichts ist als ein kurzes, gemeinsames Wallfahrten auf der großen Straße, die zum stillen, ewigen Frieden führt. Es war eine schöne Predigt, und man sah in der schwarzen Corona, die das Grab umstand, viele ernste, blasse Gesichter. Es klingt wie sentimentale Renommage, aber es ist wahr, als ich nach Hause zurückkehrte, empfand ich, dass Kasimirs Tod trotz allem eine Lücke in mein Leben gerissen hatte. Ich hätte seinen Tod als eine Befreiung empfinden müssen, und tat es auch. Aber dennoch, ich konnte nach langer Zeit nun wieder mal nachts durchschlafen, brauchte nicht mehr den Jammer anzusehen und das Stöhnen anzuhören. Aber dennoch fehlte er mir. Es war so, als ob mein Leben nun seinen letzten und einzigen Inhalt verloren hätte, und ich nun erst Mutterseelen allein in der Welt stände. Weinen habe ich nicht können, aber betrauert habe ich den armen Kasimir Dorch von ganzem Herzen. Fünf Wochen sind seitdem verflossen. Mit dem Doktor habe ich mich im Laufe des Sommers wieder ausgesöhnt. Ich hielt es nicht länger aus und bat ihn zu kommen. Aber so wie vordem ist es doch nicht mehr mit uns, zumal ich dir doch auch nicht gleich wieder den Laufpass geben kann. Der Graf kommt, seitdem ich Witwe bin, sehr oft und kehrt ein väterliches Wohlwollen für mich heraus. Ich habe das Empfinden, als stände ich am Vorabend meines Lebensumschwungs. Aber ich will nicht vorgreifen und dem Papier anvertrauen, was ich denke und erwarte. Darin bin ich abergläubisch. Wenn ich fromm wäre, würde ich in dieser Silvesternacht beten, Lieber Gott, lass es so kommen, wie ich hoffe. Gib mir ein paar gute, sorglose, friedliche Jahre. Ende von Abschnitt 22 Abschnitt 23 von Tagebuch einer verlorenen von Margarete Böhme. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Jessie. 5. Februar 1897 Siehst du, Geliebtes, wie recht ich hatte? Ich habe wirklich eine feine Witterung. Ich sah es, diesen blauen, hellen Augen mit ihrem jugendlichen Feuer, die so gut zu dem grauen Bart stehen, gleich an, dass aus ihnen noch ein ganzer Teil unverbrauchter Manneskraft und überschüssiger Lebenslust schaut. Wie es mir gleich bei seinem ersten Besuch durch den Sinn ging. Das wäre dein Mann. Und wie ich gleich heraus hatte, dass ich Eindruck auf ihn mache und ich es nur darauf anzulegen brauche, ihm zu gefallen. So ist es gekommen. Ich bin ganz glücklich. Und das Beste ist, dass er mir so sehr sympathisch ist und es mir nicht die geringste Überwindung kostet, ihm anzugehören. Ich habe immer ein Faible für diese vornehmen älteren Herren mit ihren tadellosen Kavalierallüren und dem eleganten Exterieur gehabt. Freilich, der Doktor wäre mir ja noch lieber, aber in dieser Welt ist eben nichts vollkommen. Und so fein und taktvoll und diplomatisch hat er es gemacht, dass allmählich der Ton väterlich wohlwollender Güte immer ein bisschen wärmer und vertrauter wurde und die definitive Aussprache uns dann beiden gar nicht mehr überraschend und übergangslos unerwartet kam. Wir speisten den Abend im Chambre Separe im Kurfürsten und beim Dessert betrachtete er meinen Arm und bewunderte die feinen Linien desselben und äußerte seiner Staunen, dass ich keine Armwände und keine Ringe trage. Ich sagte ihm, dass die Pension alles verschlungen habe. Da lächelte er und meinte, eine entzückende junge Frau wie sie ist für die Sonnenseite des Lebens prädestiniert und sollte die hässlichen Sorgen des Alltags nicht kennenlernen. Sie müssen einen Freund finden, der sie dem Leben der Freude wieder zurückgibt. Ich sah ihm in die Augen und sagte, wo finde ich den Freund? Und er, es käme drauf an, der Freund müsste ihnen wohl an Jahren nahe stehen. Ich wäre ihnen zu großväterlich, nicht wahr? Ich schwieg einen Augenblick und brachte es fertig, rot zu werden und wusste, dass ich in dem Moment lieblich und mädchenhaft ausschaue. Nein, sagte ich leise. Von den jungen Männern habe ich gerade genug. Wenn ich mich noch einmal verliebe, kann es nur in einen Mann in älteren Jahren sein. Wollen sie sich mir anvertrauen, Thymian? sagte er. Ich bewundere und liebe sie, seitdem ich sie kenne, und sie werden einen zuverlässigen Freund in mir finden, der ihnen die Freude erschließt. Wir kennen beide die Welt und das Leben und brauchen einander keine Komödie vorzuspielen. Ich werde mich nie mehr verheiraten, aber ich will ihnen die Hände unter die Füße breiten und ihnen alles geben und verschaffen, was einem jungen schönen Weib Freude bereitet. Und nur eine Bedingung stelle ich. Ich dulde keine anderen Götter neben mir. Sie müssen mir allein gehören. Ich muss mich auf sie verlassen können. Statt der Antwort warf ich mich ihm an den Hals und küsste ihn wahnsinnig vor lauter Dankbarkeit und innerer Freude. Er hielt es aber jedenfalls für den Ausbruch eines wirklichen leidenschaftlichen Gefühls und wurde ganz heiß und rot und wir waren wie ein ganz junges glückliches Liebespaar. Am 13. Februar reisen wir an die Riviera, dann nach Paris. Ich habe meine Wohnung vermietet, die Möbel, soweit sie mir gehörten, verkauft und bin schon am packen. Wenn wir zurückkommen, will der Graf mir eine Wohnung einrichten. Er kauft mir alles, was ich nur haben will und liest mir die Wünsche von den Augen. Ich bin bin froh, denn ich habe nun endlich erreicht, wonach ich lange trachtete. Ich bin die Freundin eines reichen und vornehmen Mannes, eines echten Kavaliers, von dem ich niemals eine verletzende Behandlung zu befürchten habe. Ich brauche nicht mehr zu rechnen, habe alles im Überfluss und werde schon sorgen, dass meine Zukunft gesichert wird. Bei Gassen und Biester habe ich mir die entzückendsten Roben bestellt, der alte Herr ist ja wie toll in mich verschossen. Ich freue mich unendlich auf die Reise nach dem Süden und auf Paris. Nun endlich werde ich mal wirklich ungetrübten Genuss vom Leben haben. Mein Freund, ich soll ihn Otto nennen, aber es fällt mir noch schwer, braucht nicht zu fürchten, dass ich ihn betrüge. Ich spüre gar kein Verlangen dazu und ich bin ihm so grenzenlos dankbar. Von dem Doktor habe ich mich schon verabschiedet. Das wurde mir doch sehr schwer, denn ich fühle immer stärker, wie sehr ich diesem Manne zugetan bin. Er nahm meine Eröffnung sehr kühl und zugeknöpft auf und schüttelte den Kopf und sagte, er hätte von mir erwartet, dass ich fester stehen werde. Ja, du lieber Himmel, es ist so leicht und so wohlfeil, anderen Leuten gute Lehren zu geben. Es ist doch einmal so, was soll ich denn machen? Ich bin zu mürbe um den Kampf um die Existenz und mit den tausend Widerwärtigkeiten des Lebens dauernd auszuhalten. Und von dem Doktor habe ich im letzten Jahr ja doch so gut wie gar nichts gehabt. Seine Familie und sein Beruf nehmen ihn doch fast ganz in Anspruch. Dennoch war es ein harter Abschied. Er schien mir doch auch ein klein bisschen bewegt. Ich weinte die halbe Nacht. An D will ich erst von Paris ausschreiben. Das ist mir auch ein bisschen peinlich. Erst hat er mir in der Not ausgeholfen und nun wird er Nolens Wohlens abgesetzt. Aber das ist eben nicht anders in der Welt. Das Leben ist einmal so gemein, dass einer den anderen immer über den Haufen rennt. Und wer am rücksichtslosesten die Ellbogen gebraucht, ist Meister. Ich aber freue mich kindisch auf das Leben, das mir nun endlich, endlich einmal Sonnentage schenken will. Mein Buch begleitet mich. Hoffentlich kann ich nun auch mal öfters etwas Fröhliches, Glückliches notieren. Zwischen diesem und dem folgenden Blatt liegt ein Zeitungsausschnitt mit einer großen, schwarz umrandeten Todesanzeige. Heute morgen, sieben Uhr dreißig, starb nach kürzer, schwerer Krankheit unsere einzige, heißgeliebte Tochter Erika in ihrem eben vollendeten achten Lebensjahr. Trostlos wie nie zuvor in unserem Leben stehen wir an ihrem Sarge Wir bitten Beileidsbesuche zu unterlassen Die Beerdigung findet am Sonntag den 25. April vormittags 10.30 Uhr vom Sterbehause aus statt Konsul Wilhelm Peters und Frau Agnes geborene Siedetopf In den weiteren Aufzeichnungen findet sich seltsam genug nirgends eine Bemerkung die auf die Todesnachricht direkt Bezug nimmt eine eigentümliche aber vielleicht psychologisch nicht ganz unerklärliche Tatsache Anmerkung des Herausgebers Ende von Abschnitt 23 Abschnitt 24 von Tagebuch einer verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Jessie Paris den 22. Mai Die schönen Tage von Aranjuez gehen zu Ende Während der Reise kommt man zu nichts und wenn ich heute nicht zufällig die Stunden zwischen Diner und Oper frei hätte und mich plötzlich die Lust zum Tagebuchln anwandelte würde ich mein Buch ebenso nach Berlin zurückbringen wie ich es mitnahm Die Reise war herrlich die Monate sind vorüber geflogen wie ein Traum Nie hätte ich geglaubt dass die Welt so schön ist Ich hatte früher wohl Reise Beschreibungen vom Süden gelesen aber die farbenglühendsten Schilderungen sind doch nur ein matter abklatsch der märchenhaften Wirklichkeit Aber gerade in solcher wundervollen Umgebung kommen einem unwillkürlich bittere weltschmerzliche Gedanken Warum wurde eine solche wunderschöne Welt erschaffen wenn es nicht des Schöpfers Wille war diese herrliche Welt mit ebenso herrlichen vollkommenen und glücklichen Geschöpfen zu bevölkern Das ist kein guter Gott der eine reiche schöne Welt baut und so viel armes hässliches Leben hineinsetzt Wir waren in Nizza und Monte Carlo und weiter die Riviera entlang und hatten uns bei Nizza eine Etage in einer Villa am Meer gemietet Wir saßen oft abends bespät in die Nacht auf dem Balkon und beobachteten den Sonnenuntergang der dort so prachtvoll ist und so wunderbare Farbenkontraste erzeugt dass man die tollen Bilder der Sezession mit ihren verrückten Farben dem Gegenüber eigentlich gar nicht mehr so dumm und unwahr findet Dieses flammende Feuerrot und das weiche fließende Kamin und daneben das harte Kornblumen Blau des Wassers wirkt so unbegreiflich und fantastisch dass man es sehen muss um es zu glauben Am schönsten ist es wenn sich die letzten Reflexe verteilen wenn der Sonnenball schon fort ist und alles sich gleichsam auflöst in rosaroten Duft der den Horizont anglüht und Luft und Meer durchschimmert das ist so wundervoll dass man oft den Atem anhält um es ganz zu genießen und und am schönsten ist es wenn man einen Menschen neben sich hat von dem man weiß dass er die Wunder der Natur mit denselben schönheitstrunkenen Augen schaut wie man selber und zu dem man sich darüber aussprechen kann und verstanden wird Der Graf ist ein sehr kluger geistreicher Mann er ist in seinem Leben weit herum gekommen und kennt eigentlich die ganze Erde zweimal hat er eine Reise um die Welt gemacht ich lerne viel von ihm und werde nicht müde mir alles von ihm erzählen zu lassen ich bin ganz stolz darauf dass es mir gelungen ist diesen Mann dermaßen an mich zu fesseln das ist nicht immer so leicht denn diese Herren sind so meisterlich geschult in der Selbstbeherrschung dass sie sich in jedem Fall ein gewisses Selbstbestimmungsrecht über ihre Empfindungen bewahren und ihre Wünsche und Leidenschaften stets in wünschensworter Weise zu temperieren verstehen so dass ihnen im gegebenen Fall das Losreißen und Entsagen nicht allzu schwer wird mein Freund würde mich aber heute nicht leichten Herzens aufgeben das weiß ich es ist verhältnismäßig leicht einen Mann wie den Grafen zu kapern aber ihn festzuhalten und dauernd an sich zu fesseln ist schwer ich weiß genau dass er als er mich für sich gewann fest entschlossen war auf seiner Hut zu sein und mir keinen Einfluss auf sich einzuräumen aber so stark und stolz und hart solch ein Mannes Wille auch sein mag der kluge elastische Wille eines Weibes ist zäher und bringt ihn unter ich habe Einfluss auf ihn ohne dass er selber es mögt beuge ich seinen Willen und ordne ihn meinen Wünschen unter ich könnte heute von ihm verlangen und haben was ich wollte dazu muss man freilich auf sich acht geben sich nie gehen lassen nie selber Stimmungen zeigen sich immer der Stimmung des anderen anpassen in dieser Kunst habe ich mich früher nie trainiert weil ich es nicht nötig hatte aber es ist mir doch nicht allzu schwer geworden gewiss der Graf ist ein liebenswürdiger alter Herr und ich kann dem Schicksal das ihn mir zuführte nicht dankbar genug sein aber ich fühle mich doch nicht so glücklich als wie ich eigentlich möchte ich kann jetzt oft nachts nicht schlafen und denke dann über allerhand nach ich glaube es gibt Menschen die überhaupt nicht glücklich werden weil ihnen die Fähigkeit glücklich zu sein abgeht und zu denen gehöre ich wohl in meinem Herzen ist eine Unrast und eine ewige ungestillte Sehnsucht nach etwas das ich nicht kenne und das ich nicht mit Worten auszudrücken verstehe ich sehne mich auch so sehr nach Julius mein Herz schlägt rascher wenn ich an ihn denke und ein schmerzvolles Heimweh nach seiner Liebe überkommt mich dann denke ich zuweilen es ist die Liebe die mir fehlt ich bin in meinem Leben viel bewundert und begehrt aber nie eigentlich richtig geliebt worden es war immer nur mein Körper den die Männer wollten ob ich eine Seele habe danach hat niemals jemand gefragt wenn ich nachts so mit offenen Augen daliege und sinne und sinne und die Erinnerung an all das hässliche ekelhafte schmutzige gemeine das ich erlebt habe wie eine schmierige Flut um mich herum wogt steigt die Sehnsucht nach Liebe wie ein überirdisches Wesen mit ausgebreiteten Flügeln in mir empor ich möchte ein Kind haben ich möchte noch einmal Mutter werden diesmal sollten mir weder Götter noch Teufel mein Kind entreißen oh wie würde ich es lieben und wie glücklich wäre ich in seiner Liebe und wenn es ein Mädchen wäre wie wollte ich es hüten und schirmen und sorgen dass seine Augen nur Schönes sehen dass seine Ohren nur Reines und Gutes hören wie wollte ich allen Schmutz des Lebens von ihm fernhalten ob ob diese Sehnsucht wirklich so unstillbar ist ich bin doch noch jung andere heiraten erst in meinem Alter und bringen womöglich noch sieben Kinder zur Welt und ich lebe doch jetzt ein regelmäßiges geordnetes Leben mein Wunsch ist so stark und mächtig dass ich ihn eines nachts dem Grafen mithalte Er war zuerst merkbar betroffen aber wie ich mein Verlangen begründete und ihm sagte dass ich das Kind ganz allein für mich haben will und alle Pflichten auf mich nehme sagte er nur ob ich auch den Mut hätte alle Konsequenzen die die Erfüllung meines Wunsches mit sich brächte zu ertragen und als ich bejahte meinte er ich müsste mal mit einem Frauenarzt sprechen und weil in Paris in der Rue de La Paine eine berühmte Hebamme wohnt die mehr als Brot essen kann oder können soll habe ich meinen Freund bestimmt dass wir auf der Rückreise hier noch acht Tage Aufenthalt nehmen Ich war schon bei ihr sie riet mir Moorbäder zu nehmen und gab mir sonst allerhand gute Ratschläge die ich sorgsam befolgen werde hoffentlich nützt es etwas wir wohnen während der Reise natürlich immer in einem Hotel aber stets in getrennten Zimmern gestern dinierten wir im Hotel Ries wir waren gerade beim Fisch als plötzlich eine große stark knochige dame in grand toilette und mit einem prachtvollen spitzen garnierten chinchilla cape auf uns zurauscht und den grafen anredet und sich gar nicht genug tun kann in Freude über die große Überraschung ihn hier zu treffen der graf war zuerst offenbar ein bisschen perplex aber sofort gefasst und stellte mich vor man niest la comtesse osdorf madame la prinzesse tsch worauf die dame mit einer menge fragen nach den verschiedenen linien und wieso und von welchem osdorf über mich her fiel zum glück war ich ziemlich offen die die familien und der stammbaum waren ja der einzige inhalt in des armen casimir umfangreichem schädel tausendmal hatte mir alles vor resoniert ohne dass ich hinhörte aber so viel hatte ich doch behalten um so altes auskunft geben zu können ohne mich zu blamieren dann kamen auch noch zwei Herren der prinz und ein neffe kommt ell und alle drei nahmen an unserem tisch platz der junge graf machte mir den hof und die alte prinzessin flüsterte dem grafen wie ich merkte allerhand schmeichelhaftes über mich zu und wollte partout dass wir sie besuchen sollten aber der graf lehnte ab wir müssten durchaus morgen reisen ich aber musste die alte immer angucken und dachte dabei dass der adel der geburt ihr wahrhaftig nicht auf die Stirn gedrückt ist wenn sie abgetakelt wäre die spitzen und brillanten und seide herunter würde eine grobknochige nordmarscher bauernmarkt übrig geblieben sein und nichts adeliges als wir nach hause fuhren sagte mein freund so Thymian jetzt wird's Zeit dass wir rücken je eher je besser war das ein vermalledeiter Zufall Gott nein wie klein ist doch die Welt die Frau habe ich in 13 Jahren nicht gesehen und gerade denn nun heute Berlin 13 Juni 1897 die Zeit wird mir sehr lang der Graf ist beschäftigt und gesellschaftlich in Anspruch genommen und kann sich mir nicht immer widmen obwohl er's gewiss gammt hätte ich fürchte mich auszugehen um nicht Bekannten in die Arme zu laufen und von ihnen angeredet zu werden mache meine Besorgungen meist per Droschke ab und gehe abends nie allein fort ich wohne einstweilen im Zentralhotel da es sich nicht lohnt vor Oktober eine Wohnung einzurichten zum ersten Oktober haben wir eine Fünfzimmer Wohnung am Kronprinzen Ufer gemietet die ich allein bewohnen werde vorläufig fahre ich nächste Woche nach Elster und im August noch einige Wochen nach Kreuz nach Indessen geht mein Freund auf sein Gut in Ostpreußen wohin sein Sohn auf Urlaub kommt und im Spätherbst begleite ich ihn nach Wien wo er amtlich zu tun hat Aber es ist so schrecklich langweilig obgleich mein Zimmer nach der Friedrichstraße schaut und es recht unterhaltsam ist am Fenster zu sitzen und hinaus zu schauen aber schließlich wird auch das öde Ich habe auch unendlich viel gelesen in dieser Zeit und meine spanischen Sprachstudien wieder aufgenommen Aber der Tag hat zwölf Stunden und in der Nacht kann ich auch nicht schlafen So zwölf leere Tagesstunden auszufüllen ist keine Kleinigkeit Zu gern möchte ich Julius mal wieder sprechen und auch mit D verplauderte ich gern mal eine Stunde Aber ich wag's nicht Wenn der Graf Lunte röche riskiere ich dass ich mit ebenso hexenhafter Geschwindigkeit wie ich hochgekommen bin wieder herunter glitte und ich mich versähe wieder unten im Straßendreck säße Ich stehe oft abends im Dunkeln am Fenster und sehe auf das Treiben der Straße und beobachte die Mädchen wie sie schrittweise auf und abgehen und den Männern ihr Fleisch anbieten Und dann quillt etwas in mir auf Ich kann es nicht bezeichnen ein furchtbarer Ekel und zugleich ein kochender ohnmächtiger Zorn gegen die grausame Ungerechtigkeit und Willkür des Schicksals das Menschen zu Tieren macht und daneben ein tiefes fast zärtliches Mitleid mit den Unglücklichen zu denen ich auch gehörte und ein wütender Hass gegen die Reichen die moralisch unanfechtbaren die mit so wunderschöner unnachahmlicher stolzschwerer rührmich nicht an Betonung das Wort Dirne aussprechen Ach Gott wenn sie wüssten was zu weilen in der Seele solcher Dirne vorgeht sie würden sich schämen sie zu schmähen darum Vater vergib ihnen sie wissen nicht was sie tun ich habe Dumas Kamelin Dame und manche andere Bücher ähnlicher Art gelesen aber sie befriedigen mich nicht weil ich nichts wahres in ihnen finde ich könnte ein Buch über Dirnen Psychologie schreiben denn ich kenne meine eigene Seele schade dass ich dazu kein Talent habe ich hätte jetzt so schön Zeit dafür Ende von Abschnitt 24 Abschnitt 25 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain aufgenommen von Jessie Wien 30 Oktober 1897 Du hast wohl schon lange gewartet dass ich mal wieder mit dir schwarze alter Weg genosse denn du bist ja so etwas wie ein Mensch das heißt eigentlich bist du klüger als ein Mensch du lässt dir nur immer was erzählen und schweigst dazu und bist geduldig wie Papier aber weil ich mir einbilde dass du so etwas wie eine Seele hast deshalb würde ich nie wagen dich anzulügen und und deshalb kennst du meine innersten Gedanken der Sommer war ziemlich trist zuerst in Elster dann vier Wochen in Kreuz nach dann ein paar Wochen in Berlin habe die Kurvorschriften gewissenhaft befolgt und lebe noch danach aber bis jetzt haben sich die Spuren eines Erfolges auch nicht gemeldet In Berlin habe ich mir meine Wohnung eingerichtet sehr elegant und geschmackvoll und wäre gern gleich eingezogen aber da der Graf im September nach Wien musste und mich mithaben wollte da er den Sommer über ohnehin nicht viel an mir hatte musste ich mich fügen und freue mich nun aufs Heimkommen im Dezember denn ganz offen gestanden dies Leben macht mir auch keine Freude es ist zu doof wie die Kindermann immer sagte der Graf ist 33 Jahre älter als ich und kommt nicht recht mit und trotz seiner Klugheit und Weltgewandtheit finde ich ihn manchmal schwerfällig und langweilig er ist sehr streng konservativ und adelstolz wenn er auch zu klug und taktvoll ist um das jemand merken zu lassen aber vor mir nicht verstecken ich merke es aus manchen gelegentlichen Bemerkungen aus seinen Ansichten aus vielen Kleinigkeiten wenn Kasi mir früher das Maul aufriss und von seinem Stammbaume und seiner Verwandtschaft resonierte habe ich höchstens darüber gelacht aber dies ärgert mich und es kribbelt mir manchmal in den Nerven und die Opposition in mir drängt nach einem Ausbruch und ich muss tüchtig an mich halten um nichts zu sagen denn ich will mich doch um Gottes Willen meinem alten Freund nicht unangenehm machen ich kann nichts dafür aber so etwas ist mir zu dumm ich kann absolut nicht einsehen wieso der Adel das Recht hat sich als eine besondere und bevorzugte Kaste aufzuspielen einmal hätten wir uns ohnehin bald verkracht wir saßen den Tag im Matschaker Hof und da kam die Rede auf ein souveränes europäisches Fürstenhaus das gerade keine Ursache hat auf seine Mitglieder besonders stolz zu sein und ich gab meiner Meinung Ausdruck dass eine Republik eine viel gesündere Einrichtung ist als wie solch ein souveränes Staatswesen mit der geregelten Erbfolge ob solch ein Thronfolger nun dumm oder klug schlecht oder gut ist Fähigkeiten zum Regieren besitzt oder nicht Er wird König respektive Kaiser oder Fürst weil ihn ein Kaiser König oder Fürst erzeugt und ihn eine ebenbürtige Mutter zur Welt gebracht hat und in die Hände eines solchen unfähigen unguten Menschen ist dann das Schicksal einer ganzen Nation gelegt Ich legte ihm das alles auseinander aber er lächelte nur ironisch und sagte Du gestattest wohl liebe Thymian dass ich darüber etwas anderer Meinung bin und sprach dann unvermittelt von einem Kostüm das ich mir morgens bei Zwiebeck gekauft hatte und das empörte mich so maßlos dass ich gar nichts mehr herunter brachte und ihm am liebsten das Glas Wein von dem ich trank ins Gesicht geschmissen hätte Das will ich dir sagen wenn der Graf mich heute heiraten wollte und meine Versorgung davon abhängig wäre ob ich's tue oder nicht dann täte ich doch noch ergebens danken denn mit solchem langweiligen Mann ebenso langweilig Tag für Tag und Jahr um Jahr zusammen zu leben nee das würde mich verrückt machen dabei ist er auch misstrauisch wenn ich allein fort gewesen bin heißt es wo warst du wie lange bist du da und dort gewesen was hast du gemacht was hast du erlebt Gott nein das macht mich ganz zippelig zum Glück ist er hier sehr oft in Anspruch genommen und ich bin viel mir selbst überlassen und wenn ich über den Graben oder den Ring in der Körtner Straße entlang bummele erlebe ich immer etwas sobald ich in ein Café trete drehen sich alle Köpfe nach mir um und wohin ich komme errege ich immer noch aufsehen manchmal hätte ich wohl Lust mal wieder ein bisschen zu abenteuern so ganz en passant mal ein kleines intermezzo mitzumachen zur Auffrischung aber einmal fürchte ich mich vor Otto und zweitens macht es mir Spaß irgendeinen Frechdachs der sich an mich heranwagt dann von oben herab abzuwimmeln dass er Wunder meint wie groß er sich geschnitten hätte vor einigen Tagen war ich nachmittags im Café Scheidel an der Elisabethstraße das die Wiener Café Fenster Gucker nennen und da setzte sich ein Herr zu mir und wir wurden bald bekannt er war aus München Gladbach und Schriftsteller und hielt sich studienhalber ein paar Wochen in Wien auf und ich stellte mich als Frau Ostdorf aus Berlin vor und sagte ihm dass ich auch zu meinem sei um es kennenzulernen wobei ja auch nichts gelogen war nachher meinte Dr. Martin so hieß er ob wir nicht den Abend zusammen bleiben könnten und da der Graf zu einem Diner war konnte ich einwilligen wir haben uns dann im Theater an der Wien den Mikado angesehen nachher bei Leidinger gegessen und dann wollte mein Begleiter mir Wien bei der Nacht zeigen Da sind wir in ein Nacht Café dessen Leben genau dieselbe Signatur trug wie die Nacht Cafés in Berlin nur dass wie mir schien das Angebot verhältnismäßig größer war als in Berlin und die Nachfrage jedenfalls weit überstieg Der Doktor sagte Bemer bemerken sie gnädige Frau wie wütend sie angestarrt werden man fürchtet hier stark die Konkurrenz und eine anständige Frau wird von den Königinnen der Nacht da wo sie das Reich behaupten wie ein Schlag ins Gesicht empfunden die Sorte kennen ja so genau ihres gleichen und wissen sofort was zu ihnen gehört und was nicht ich sagte nichts und dachte bei mir oh du Menschenkenner nachher fragte er mich ob es mich interessiere noch einen anderen Ausschnitt des Wiener Nachtlebens kennenzulernen was ich natürlich bejahte dann gingen wir in ein Kellerlokal in der Nähe des Stefan Dom das anscheinend nur Eingeweihten bekannt ist der Schriftsteller sagte dies ist der richtige moderne Sklaven Markt ein regulärer Schacher mit Menschenfleisch in den mäßig großen Sälen war Musik gute ungarische Streichmusik die das Blut in Wallung brachte die Menschen wogten tatsächlich wie auf einem Markt hin und her aber was für Publikum unsere Berliner Halbwelt leidet auch nicht gerade an einem Überschuss von sehr schönen Erscheinungen aber es sind doch eine Menge sehr hübscher Mädchen darunter und die ganz unansehnlichen wissen wenn sie schick haben immer noch etwas aus sich zu machen aber diese Weiber waren unter null wenn das wie der Martin behauptet die Elite der Wiener Demimond ist reicht sie unserem Berliner Durchschnitt nicht das Wasser Ich habe an dem Abend wenigstens nicht eine Nette gesehen alle abgerackelt widerlich geschminkt zum Teil geradezu hässlich und scheußlich aufgedonnert widerwärtig wie das weibliche war auch das anwesende männliche Publikum greise und unreife Bengel von zwanzig und darunter die mit Gigerknütteln umherliefen und das große Wort führten und kein einziger ordentlicher Mann tatsächlich stellen die ganz alten und ganz jungen Herren ja auch in Berlin das Kontingent der Kunden aber man findet doch auch Männer in den besten Jahren bei uns hier keinen einzigen an dem Abend wenigstens nicht in einem Raum nebenan wurde getingelt ein halbnacktes Frauenzimmer trug mit einer unglaublichen Stimme ein Lied im Wiener Dialekt vor von dem ich kein Wort verstand dieser Gesang war geradezu eine Strafe und wir zogen und schleunigst wieder zurück ich sagte dem Doktor dass ich Durst hätte und wir setzten uns in den Hauptsaal an die Wand und bestellten uns Wein es waren auch ein paar Provinzler da die Frauen guckten sich die einzelnen Gestalten an als ob sie im Panoptikum wären es war gewiss kein erquickliches Bild dieser moderne Sklaven Markt und doch und doch der heiße süßliche österreicher Wein ging mir ins Blut und ich schloss unwillkürlich die Augen und lauschte auf die prickelnde feurige laute Musik die die Sinne aufquirrt und spürte etwas in mir das ich nicht anders als etwas heimatliches bezeichnen kann das Gefühl meiner Zugehörigkeit zu dieser Welt machte sich in mir bemerkbar und verursachte mir eher eine Art Wohlbefinden denn Unbehagen ich glaube wirklich wer einmal diese Luft atmete dem setzen sich ihre Bacillen ins Blut wie eine Krankheit die niemals ausheilt die immer wieder herausbricht ich dachte an meinen süßen Schatz in Berlin den ich so furchtbar lange entbehrt habe und wenn ich ihn den Abend da gehabt hätte wäre mir alles egal gewesen und ich hätte alles hingeworfen den Grafen mit samt seinem Geld und alles alles wenn ich ihn dafür hätte haben können ich will ihn auch wieder haben wenn ich nach Berlin komme und wenn alles drauf geht ich pfeife auf alles die Liebe ist doch das schönste in der Welt und es geht nichts darüber ja ich träumte von meinem Julius und mir wurde warm und sehnsüchtig dabei und wie ich die Augen aufmachte bemerkte ich dass der Schriftsteller mich betroffen anstarrte ich lächelte ihn an denn ich wäre gleich mit ihm gegangen wenn er gewollt hätte aber der Tölpel merkte nichts und machte mir nur so von hinten herum und sehr ehrerbietig den Hof komisch es hat Zeiten gegeben wo ich mich fast krank sehnte nach ein bisschen Achtung und Ehrerbietung und da war es mir lästig und ich wurde kurz und übel gelaunt wir verabredeten für den anderen Tag am Tegethof Denkmal am Prater Eingang ein Rendezvous aber ich ging nicht hin konnte auch nicht weil der Graf da war und hatte auch keine Lust den Mann noch einmal wieder zu sehen wie wir Montag Abend beim Sacher soupieren saßen uns gegenüber ein Haar und eine Dame in Weiß die Dame wandte uns den Rücken aber von hinten kam sie mir mit ihrem französisch rot gefirbten Haar und in ihrer Haltung bekannt vor der Graf machte mich auf ihre seltsame Art Obst zu essen aufmerksam Ich sah hin naja den Rummel kennt man ja es wird überall mit Wasser gekocht in der Welt sie ließ sich die kostbarsten Früchte kommen faustgroße pfirsiche köstliche Riesenartbeeren Trauben und so weiter wovon das Stück zwei bis vier Gulden kostet bis hinein und warf sie hin und nahm andere und der Kavalier muss nachher selbstredend alles zahlen das sind so kleine Nebensporteln wenn man sich mit dem Oberkellner gut steht und man zehn Prozent oder je nachdem von der Zechrechnung abkriegt als sie sich einmal umwandte erkannte ich sie nämlich die schöne Emmy eine Busenfreundin von den Ponys die 94 in Berlin viel gefragt wurde dann aber Heimweh nach ihrem geliebten Dresden was ihre Geburtsstadt ist bekam und dahin zurückkehrte sie erkannte mich sofort und ich glaube der Wunsch mit mir zu sprechen war ebenso brennend in ihr wie in mir aber wir durften uns mit Rücksicht auf unsere Kavaliere nicht erkennen und begrüßen und begrüßen da erhob ich mich und ging in die Toilette und sie folgte mir gleich und wie wir uns sahen umarmten und küßten wir einander und freuten uns beide über das Wiedersehen sie erzählte mir rasch dass der Zahlkellner beim Sacher ihr Schatz ist und sie ist mit einem Herrn nach Wien um ihn zu besuchen er war vor dem Oberkellner im linken Bad in Dresden und nächste Woche fährt sie mit dem Herrn wieder heim sie fragte mich ob ich schon von den Ponys gehört hätte natürlich nicht und erzählte mir rasch dass Molly sich vor sechs Wochen mit Phosphor vergiftet hat sie war zur Beerdigung hin und da wir nicht so lange ausbleiben konnten verabredeten wir uns für den nächsten Tag früh in einem Kaffee an der Votivkirche da bekam ich den ganzen Roman der Ponys zu hören sie hatten sich doch ein Tapisserie Geschäft in dem kleinen Thüringer Nest eingerichtet und es ging ihnen sehr gut und sie waren anfangs sehr geachtet aber wie das so geht einmal fingen sie doch wieder ein bisschen an zu techtel mächteln und da war das Geschwätz gleich im Gange und kein Mensch kaufte mehr von ihnen und sie mussten das Geschäft aufgeben nachher war es ihnen dann auch einerlei da an ihrem Ruf doch nichts mehr zu verderben war im vorigen Herbst heiratete Dolly einen Landwirt der auch Lohn Fuhrwerk hält und Molly blieb allein im Häuschen das sie sich gekauft hatten da passierte ihr das Unglück sich in einen jungen Arzt der sie in der Influenza behandelte zu verlieben aber so Hals über Kopf zu verlieben dass sie gar nicht mehr ohne ihn leben konnte der Doktor war aber heimlich verlobt mit einer Honoratiorentochter und und Eltern der Braut haben ja wohl auf ihn eingewirkt dass er die Behandlung der anrühchigen Patientin aufgab und sie an einen Kollegen verwies und das hat das arme Ding sich so zu Herzen genommen dass sie sich vor sechs Wochen mit Phosphor vergiftete sie fanden sie morgens in Krämpfen auf dem Fußboden und in ein paar Stunden war sie tot na ihr ist und Emmi stürzten die Tränen aus den Augen wie sie es mir erzählte sie war eigens zum Begräbnis hingefahren und sie sagte dass ich dolly sicher nicht wieder erkennen würde so dick und schlampig soll sie in einem jahre geworden sein ich musste Emmi versprechen sie diesen Winter in Dresden zu besuchen und sie will auch mal zu mir nach Berlin kommen sie ist riesig Tuchkleid mit dem großen weißen Federhut sah sie aus wie eine Prinzessin Ende von Abschnitt 25 Abschnitt 26 von Tagebuch einer verlorenen von Margarete Böhme Diese LivriVox Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Jessie Berlin 24 20 Dezember 1897 Weihnachtsabend Da bist du wieder mein einziger Gesellschafterliebes Ich wüsste sonst nicht, wie ich den Abend totschlüge Ich fürchte nichts mehr, als die Erinnerungen, die in solchen Stunden auf leisen Sohlen durchs Haus schleichen und einem nach dem Herzen greifen und es weich machen So richtige Weihnachtsabende habe ich eigentlich nur in meiner fernen kleinen Kindheit gehabt, als meine gute, liebe Mutter noch lebte Nachher mit den Haushälterinnen war es doch nicht mehr so und die späteren Jahre, na, deren will ich mich man lieber gar nicht erinnern Aber Aber ich war doch nie allein Jemand war immer bei mir Zum Beispiel bei der Beidatsch in der Zimmerstraße, wo wir auch eine Tanne hatten und den Abend alle zusammen waren und ich nachher im Stillen konstatierte, dass an dem Abend keine einzige freche und zotige Redensart gefallen ist Und voriges Jahr feierten D. und ich Weihnachtsabend zusammen in meiner Wohnung Aber diesmal bin ich ganz allein Mein Graf hat seinen Sohn auf Besuch und sie sind heute zur Christabendfeier bei einem großen Tier in der Wilhelmstraße eingeladen Er hat mich sehr nobel beschenkt Drüben im Salon liegt alles Ein Gürtelschloss im Sezessionsstil mit Brillanten und Saphiren Das entzückende Teeservice von Radatz mit den Streurosen, das ich mir so sehr wünschte Einen herrlichen weißen Theatermantel, viele kostbare Kleinigkeiten und einen 1000-Mark-Schein extra Er wollte auch, dass ich mir einen Weihnachtsbaum schmücke, aber ich mochte nicht Wozu? Ich habe heute Abend alle Kronen angezündet und die Türen zurückgeschoben und es ist sehr hell, sehr warm, sehr elegant und behaglich bei mir Und ist alles mein Eigen Wenn nur diese schreckliche, erdrückende Stille und Einsamkeit nicht wäre Mein Graf will durchaus nicht, dass ich mit jemand verkehre Es ist ja auch so, so Mit meinen früheren Bekannten möchte ich selber nicht zusammenkommen Und anständige Damen würden doch bald heraus haben, auf was meine Existenz beruht Auf die Dauer ertrage ich dies einsame Leben aber auch nicht Ich bin als Privatier angemeldet, bezahle einen ganzen Batzen Steuern und werde im Allgemeinen mit großer Hochachtung und Rücksicht behandelt Und der Polizei fällt es natürlich gar nicht ein, mich mit ihrem Interesse zu belästigen Das ist eben das Ungerechte Wenn man einen reichen Menschen gefunden hat, den man sich mit Haut und Haaren verkauft, bleibt man verschont Aber wehe den Unglücklichen, die nicht das Glück hatten, solchen Freund zu finden Und die sich bruchstückweise auf der Straße verschachern Ja, zuweilen ist mir so, als sei ich eigentlich jetzt schlechter und verächtlicher als zuvor Damals, als ich nach Berlin kam, hab ich mir alle erdenkliche Mühe gegeben, einen ehrlichen Erwerb zu finden Weil das andere Leben mich anekelte Da ich aber nichts fand und man doch leben will, blieb mir nichts übrig, als mich fortzuwerfen Und ich hab's mit innerem Abscheu getan, wie einen widerwillig gebrachten Tribut dem Moloch Selbsterhaltung Heute sitze ich im warmen Nest, lasse mich unterhalten, führe ein Leben voll Faulheit und Nichtstun Und leiste als Äquivalent nichts dafür, als dass ich meinem alten Herrn seine nicht allzu anspruchsvolle Liebessehnsucht stille Das Leben führt den Menschen über Höhen und Tiefen Ich wandelte in dunklen Tiefen, nahm einen Anlauf zur Höhe zu kommen Zu einem freien Ausblick Aber ich war nicht mehr stark genug, mich oben zu halten Der erste Sturm warf mich um Und ehe ich's mich versah, glitt ich wieder abwärts Dahin, wo ich schon war Nur mit dem Unterschied, dass ich nicht mehr so im Morast herumstapfe Dass der Boden, auf dem ich jetzt stehe, eben und trocken ist Man bekommt die Schuhe nicht schmutzig dabei Und die Atmosphäre, die ich jetzt atme, stinkt nicht wie die andere Sie hat für eine feine Nase höchstens den süßlichen Geruch der Fäulnis, der sterbendem Laub und welken Blumeneigen ist Es wird und kann nicht so bleiben Ich habe zu heißes, unruhiges Blut, um in der Einsamkeit und Stille dieses Lebens auszuharren Ich habe zu viel Zeit zum Grübeln, und das macht mich verrückt Es wandelt mich oft die Lust an, es der armen Molly nachzutun Das Leben lohnt sich wahrhaftig nicht der Mühe, die es einem macht Dann wieder denke ich auch Halt's aus Allzu lange dauert's doch nicht mehr Ich werde doch nicht alt Nimm nur mit, was sich dir noch bietet Denn ich habe eine so schreckliche Sehnsucht nach Julius Diese Sehnsucht ist wie ein Fieber Und der Graf ist so furchtbar misstrauisch und eifersüchtig Manchmal sagt er, er verreist Und kommt dann doch unversehens, um zu sehen, ob auch niemand bei mir ist Und hat doch keine Ahnung, dass er damit das Gegenteil erreicht Denn wenn mir jemand vertraut und sich arglos auf mich verlässt Würde ich es für eine Hundsgemeinheit halten, ihn dennoch zu hintergehen Und mir lieber ein Stück vom Finger abbeißen, als dass ich es täte Wenn aber jemand misstrauisch ist und spioniert und schnüffelt Und in Wirklichkeit gar keine Ursache hat Mache ich mir kein Gewissen daraus, meine eigenen Wege zu gehen Einmal, gleich nach unserer Rückkehr von Wien Habe ich Julius wieder gesehen Und zwar im Wintergarten Ich saß auf der Terrasse Und er mit seiner Frau und noch einer Dame im Parkett Und ich habe nichts von allen Vorführungen gehört und gesehen Weil ich ihn immer ansehen musste Und am anderen Tag bin ich zu ihm in seine Sprechstunde Aber er hat nichts von mir wissen wollen Und mir freundlich und ruhig aber bestimmt auseinandergesetzt Dass er nicht in andere Leute Revierpirschen geht Und dass ich, da der Graf nur unter der Bedingung, dass ich für ihn allein da bin, für mich sorgt Unter allen Umständen es mir auch an dem Grafen genügen lassen müsse Ich hörte aber auf nichts Und hab mich ihm buchstäblich an den Hals geworfen Und ich glaube, er hat Mitleid mit mir gehabt Aber nachgegeben hat er nicht Und ich bin trostlos und innerlich zerschlagen von ihm fort Und komme noch gar nicht darüber hinweg Denn ich kann nicht ohne ihn leben Und ich sinne und sinne, was ich anstelle Um ihn doch wieder an mich heranzuziehen Ich leide in der Sehnsucht nach meinem Geliebten Ich martere mein Gehirn nach einem Ausweg und finde keinen Wie ich eben da allein auf dem Sofa saß Malte ich mir aus, wie er jetzt mit den seinen Weihnachtsabend feiert Wie seine Kinder sich um den Christbaum sammeln Und alle so fröhlich sind Und ich so einsam Emmi hat mir aus Dresden angestickte Sofakissen geschickt Das hat mir Freude gemacht, dass sie an mich dachte Sie bittet mich doch so sehr, mal im Januar nach Dresden zu kommen Wollen mal sehen, ob der Alte mich beurlaubt Ich bin müde und will ins Bett gehen Gott sei Dank, dass der Abend rum ist Der Weihnachts- und Silvesterabend sind mir die verhasstesten im ganzen Jahr 29. Januar 98 Gestern bin ich von einer acht-tägigen Reise von Dresden zurück Mein Versorger hatte mir in einer Anwandlung von Großmut gestattet Die Zeit, in der er auf seinem Gut verweilte Auch genau acht Tage Bei meiner Freundin in Dresden zuzubringen Ich kannte Emmis pekuniäre Verhältnisse nicht Aber da sie doch sehr hübsch ist und immer hochelegante Toilette macht Glaubte ich, dass es ihr sehr gut geht Aber das scheint doch nicht der Fall zu sein Sie scheint eben ihr Vermögen in Gestalt der Toilette auf dem Leib zu tragen Und mindestens drei Viertel von ihren Brillanten sind unecht Sie sagte mir, dass sie Pech mit ihren Schätzen hat Sie schnappen mir immer zu rasch ab Darüber kann ich mich nicht beklagen Die Männer hängen mir an wie die Kletten Alle kann ich sie haben Nur den einen, den ich haben möchte, krieg ich nicht Der will mich nicht Also Emmi bewohnt bei einer Wäscherin Ein kleinbürgerlich einfaches Zimmer Dessen Hauptschmuck ein überlebensgroßes Öldruckporträt von Lassay ist Nämlich der Mann der Wäscherin ist ein großer Sozialdemokrat Der immer hochtönige Reden im Maul führt Sich als Mann der Arbeit aufspielt In Versammlungen große Vorträge mit schwulstigen Redensarten vom Stapel lässt Und in Wirklichkeit ein fauler Tagedieb ist Der sich seit Jahren von dem armen Weib füttern und unterhalten lässt Was ich darüber erfuhr, war mir sehr interessant In Dresden sind nämlich ganz andere Verhältnisse als bei uns Und die Sittenpolizei arbeitet da in einer mittelalterlichen Weise Die einen normalen, unter den Segnungen preußischer Kultur erwachsenen Menschen Seltsam anmutet Zum Beispiel hält die Behörde es für ihre heilige Pflicht Alle Konkubinate zu vereiteln Und Tag und Nacht auf dem Posten zu sein Um die Schecher in Flagranti zu ertappen Diese Wäscherin ist eine arme, anständige Frau Die sich ihr Leben lang Rechtschaffen geplagt hat Und der ihre saure Arbeit niemals Zeit ließ, auf Abwege zu geraten Vor sieben Jahren lernte sie diesen Kerl kennen Und nahm ihn zu sich und lebte mit ihm Weil seine Grundsätze gegen das Heiraten waren Und er sich nicht zu dem Gang auf Standesamt verstehen wollte Aber die Polizei mischte sich natürlich wieder hinein Und tat alle Nase lang Haussuchung Und erwischte ihn mehrere Male in der Wohnung Und das arme Weib wurde jedes Mal zu einigen Tagen Gefängnis verurteilt Sechsmal erfolgt die Bestrafung Und beim siebten Mal wird die Betreffende ausgewiesen Einmal hat Emmy da ein kritisches Intermezzo miterlebt Da dringt die Polizei nachts Aber ausgerechnet mitternachts in die Wohnung Und die Frau klopft bei Emmy an Und bittet sie um Himmels Willen Doch den Mann bei sich im Zimmer zu verstecken Und Emmy fühlt dann auch ein menschliches Rühren Und lässt ihn ein Und er versteckt sich zwischen der Verbindungstür Und dem Kleiderschrank Und sie legt sich wieder ins Bett Gleich darauf dringt die Polizei Drei Mann stark in die Wohnung Untersucht alle Räume Und fordert dann Emmy auf zu öffnen Sie will erst nicht Aber im Namen des Gesetzes Muss sie sich natürlich schließlich doch bequem Und da kommen sie herein Und durchsuchen jeden Winkel Und Emmy sagt Sie hätte sich nicht das Lachen verbeißen können Als einer der Schutzleute sich auf die Erde legt Und unter die kaum handbreite Lücke Unterm Kleiderschrank guckt Wo der Mann, der darunter Platz gefunden hätte Platt wie ein Pfannkuchen hätte es sein müssen Und nicht zwei Zentner schwer Und die Frau wäre nun unfehlbar ausgewiesen Wenn sie nicht rasch geheiratet hätten Die Hochzeit soll großartig gewesen sein Zwölf kleine Mädchen in blutroten Kleidern Rote Nelken streuen voran Und so auf Standesamt Viel ergattert hat die arme Frau nicht mit der Heirat Sie muss, wie gesagt, den Mann der Arbeit Vollständig ernähren Er liegt den lieben langen Tag auf der Bärenhaut Und schwingt abends in den Wirtschaften Schweißtriefende Reden Ich bin dem Herzen nach auch gewiss Demokratin Aber in gewisser Hinsicht ist es lehrreich Einmal zu sehen Welche Elemente sich unter den größten Schreiern Unter Vortouren der Partei befinden Ein Kerl, der niemals Schwielen in den Händen gehabt hat Und der sich von einem Weib ernähren lässt Will sich als Anwalt der Sklaven Der Unterdrückten und Enterbten aufspielen Das ist ja die reine Ironie Emmy will im nächsten Herbst ihren Oberkellner heiraten Und sie wollen sich dann eine Wirtschaft Oder ein Kaffeehaus einrichten Sie ist sehr glücklich in der Hoffnung Und ich glaube auch gewiss, dass sie sich hält Wenn ich zur rechten Zeit Einen ordentlichen Mann gefunden hätte An dem ich eine Stütze gehabt hätte Wäre ich auch zufrieden gewesen Und würde mich für eine Rückkehr In die früheren unsicheren Verhältnisse bedankt haben Ich habe für alle die Mädchensympathien Die durch eine Verkettung unglücklicher Verhältnisse In dieses Leben kam Emmy ist auch aus anständiger Familie Die Tochter eines Feldwebels Als der aus dem Feldzug 1870-71 Dauerndes Siechtum heimbrachte Und 1879 starb Sie war die älteste von sechs Geschwistern Und eben eingesegnet, als die Mutter starb Die kleinen Geschwister kamen ins Waisenhaus Emmi zu einer alten Großmutter Die sie sehr streng hielt Um sie vor dem Schicksal ihrer Tante Der Mutterschwester Die auch zu den Verlorenen gehörte Zu bewahren Diese Tante war zur Zeit Von einem bayerischen Prinzen aus dem Buff Fußnote, Bordell Geholt und mit nach München genommen worden Wo sie zu dem Range Einer hoheitlichen Maitresse avancierte Also Emmi hatte es sehr streng bei der Alten Aber sie fand doch dann und wann Gelegenheit durchzubrennen Eine etwas ältere Nachbarstochter Die damals schon mit allen Hunden gehetzt war Weihte sie in alle Kniffe ein Und nahm sie öfters mit auf den Bummel Und da Emmi schon damals ein auffallend Hübsches Mädchen war Fand sie Nachläufer und freier genug Später kam sie in ein Hotel Um kochen zu lernen Und dort bändelte der Chef mit ihr an Und überredete sie dazu Sich ein Zimmer zu mieten Damit er sie oft besuchen könnte Und von da ab Ging's dann Tripp Tripp bergab Ja, ja Ja, ja So ist das Leben Ich amüsierte mich recht gut die Woche Es war mir eine Wohltat Mal wieder mit jemandem zu reden Wie mir der Schnabel gewachsen ist Wir waren eines Abends Mit einem Bekannten von Emmi Einem Hotelier Und noch einem Herrn Einem sehr schneidigen Amerikaner Im englischen Garten Und der letztere, Mr. Stark Machte mir auf Leben und Tod den Hof Als er beim Nachhauseweg aber zudringlich wurde Wies ich ihn energisch ab Nicht, weil ich etwas gegen ihn hatte Sondern, weil's mir meinem gräflichen Freund Und Beschützer gegenüber Wie eine Schlechtigkeit vorgekommen wäre Er hatte mir diese Reise erlaubt Weil er meinem Versprechen ihm treu zu bleiben vertraute Und ein Versprechen habe ich noch nie gebrochen Und ein Vertrauen noch nie getäuscht Ende von Abschnitt 26 Abschnitt 27 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Jessie 2. März 98 Ich war sehr krank Anfang Februar fing es an Husten, Schnupfen, Bruststechen, hohes Fieber Ich schickte zu Julius, der natürlich auch gleich kam Und eine Rippenfellentzündung konstatierte Ich muss mir die Erkältung Bei einer Automobilfahrt nach Potsdam Die ich mit dem Grafen machte geholt haben Es zog furchtbar Und ich war verhältnismäßig zu leicht gekleidet Ich kann ja gar nichts vertragen Julius kam zweimal tags zu mir Morgens und abends Und blieb jedes Mal über eine Stunde Und seine Nähe tröstete und beruhigte mich Und eines Nachts, als ich erwachte Saß er auch an meinem Bett Das Mädchen hatte ihn geholt Weil ich so raste und sie sich fürchtete Aber als ich zu mir kam Hatte das Fieber nachgelassen Und ich war nur matt und doch glücklich Dass er da war Und ich bat ihn doch da zu bleiben Und wieder gut zu mir zu sein Wie früher Weil ich mich krank sehne nach seiner Liebe Was habe ich dir getan Dass du mich schlecht behandelst Sagte ich Er schüttelte den Kopf Und erwiderte leise Es fällt mir gar nicht ein Dich schlecht zu behandeln, Thymian Im Gegenteil Ich habe von Anfang unserer Bekanntschaft an Ein großes Interesse für dich gehabt Und meine Sympathie für dich Ich weiß ja, mit wie großen Schwierigkeiten Und Widerwärtigkeiten du zu kämpfen hattest Aber es hätte sich doch schließlich Eine andere Existenz finden lassen Zumal nach deines Mannes Tode Ich mache dir auch keine Vorwürfe deswegen Im Allgemeinen mag es ja furchtbar schwer sein Jemand aus dieser Tiefe wieder zu einer soliden Existenz zu führen Und ihn dauernd darin zu erhalten Ich betone nur immer wieder Ich konnte und kann es nicht fassen Wie eine Frau von deinen geistigen und seelischen Qualitäten Es in diesem Sumpf aushielt Und wieder dahin zurückkehren mochte Aber jetzt ist ja alles geordnet Ich glaube, dass hundert und tausend solide Frauen ohne Vergangenheit Der Versuchung, die mit dem Grafen an dich herantrat Auch erlegen wären Für dich ist es entschieden das Beste Ich weiß auch nicht, was du dir Besseres wünschen kannst Dein alter Freund ist vornehm und reich Und leg dir alles, was du dir wünschst, zu Füßen Du hast alles, was sich tausend andere Frauen vergeblich ersehen Im Überfluss Hast keine Sorgen Bist von Behagen und Luxus umgeben Und kannst deine Zeit nach Belieben ausfüllen Siehst du nicht selber ein Dass du deine gute, sorgenfreie Existenz aufs Spiel setzen würdest Wenn du wieder ein Verhältnis mit einem anderen Mann Hinter dem Rücken des Grafen anbandelst Ich schlang die Arme um den Kopf Und sah mit tränen schweren Augen zur Decke hinauf Ganz recht, sagte ich bitter So eine Dünne ist ja nichts weiter Als eine pappschachtelnde Attrappe Angefüllt mit Lüsternheit, Geldgier und Gemeinheit Eine Seele und ein sehnsüchtiges Herz Sind nur Privilegien der Ehrbaren, Anständigen Nein, nein, aber nein Sagte er wieder und setzte sich vom Stuhl auf mein Bett Und zog meinen rechten Arm herab und ergriff meine Hand So war es nicht gemeint, Thymian Du hast ein Herz und hast eine Seele Wenn ich dich für eine Dünne im gewöhnlichen Sinne hielte Würde ich mir vielleicht kein Gewissen daraus machen Die Kirschen aus des Nachbars Garten zu pflücken Nein, sagte ich wieder Das ist kein richtiger Vergleich Um Kirschen in Nachbars Garten zu pflücken Musst du die Mauer übersteigen Die Recht und Gesetz um das private Eigentum zogen Wenn aber ein Kirschbaum auf freiem Felde steht Gibt die Tatsache, dass ein einziger ihn pflegt und umgräbt Dem Betreffenden noch lange kein alleiniges Eigentumsrecht an den Früchten Die der Baum des Feldes bietet Du bist klug, sehr klug, Thymian, sagte Julius Aber gerade weil du so klug bist Musst du doch einsehen, dass bei einem Vertrag Jeder Kontrahent von dem anderen In der Haltung der vereinbarten Verpflichtung verlangen kann Der Graf sichert deine Existenz Du gelobst ihm dafür Treue Ich seufzte nur Und er fuhr mit seiner weichen, angenehmen Stimme fort Ach, liebe Thymian Das Leben ist so kurz Kein Mensch weiß, wie lange oder wie kurz die Strecke ist Die die Parzen ihm noch zugemessen haben Die Philosophie aller Philosophien Klingt doch darin aus Dass man das Glück und die innere Zufriedenheit Mehr in Abstrakten als in konkreten Dingen suchen muss Du weißt, was ich meine Ich nickte Mein Kopf war so matt und leer Und darum erfasste ich jedes Wort und hielt es fest Und vor allem erfasste ich seine Andeutung von dem kurzen Leben Nicht wahr, ich lebe nicht mehr lange Sagte ich Ich bin lungenkrank, nicht wahr Es wundert mich nicht Denn es ist in unserer Familie Meine Mutter und ihre zwei Schwestern sind daran zugrunde gegangen Er schüttelte den Kopf Gott bewahre Denk ja gar nicht daran Deine Lunge ist etwas angegriffen Und bei einem wilden Leben wie früher Würde ich für nichts einstehen Bei solider Lebensführung kannst du damit hundert Jahre alt werden Davor behüte mich Gott Sagte ich Wenn ich nichts mehr vom Leben erlangen kann Als Essen und Trinken und Kleider Bedanke ich mich Dann sei barmherzig Und gib mir eine Morphium-Einspritzung Aber eine kräftige Die für den langen Schlaf Bis zum jüngsten Gericht vorhält Ich mag nicht mehr Nein Ich mag nicht mehr Ich konnte nicht mehr sprechen Denn ich war zu matt, um mich zu beherrschen Und weinte laut Der Doktor aber beugte sich zu mir nieder Und sagte innig Arme, kleine Thymian Arme, kleine Frau Und er ließ es geschehen Dass ich ihn umarmte und küsste Und sagte, dass er mein Freund bleiben werde Und dass ich mich immer auf ihn verlassen könne Und seitdem ist es wieder wie früher mit uns Er kommt jeden Tag zu mir Und der Graf findet nichts darin Weil er doch mein Arzt ist Und ich soll, sobald ich wieder kräftiger bin Nach dem Süden Wogegen ich mich wehre Weil ich jetzt wieder so glücklich bin Aber Julius will es durchaus Weil das Klima hier zu rau für mich ist Und der Graf, der selbst nicht mitreisen kann Hat eine ältere Dame engagiert Die mich begleiten soll Er tut ja alles mögliche für mich Und ich bin ihm von Herzen dankbar Und möchte ihm alles Liebe erzeigen können Aber Julius aufgeben kann ich nicht Nein, ich kann es nicht Nizza, den 17. April 1898 Ich möchte gern recht viel schreiben Aber ich weiß nicht was Ich erlebe nichts Fräulein Wagner ist ein alter Drache Sie scheint ihre Instruktionen zu haben Und handelt wahrscheinlich danach In dem sie mich mit einer Sorgfalt pflegt und behütet Die mich manchmal wild macht Dabei hat sie eine so unausstehliche Manier Jeden wohltätigen und befreienden Zornausbruch von meiner Seite Mit einer liebenswürdigen Redensart Und einem freundlichen Lächeln glatt abzuschneiden Eigentlich ist sie ja ein armes Wurm Von jung an bei fremden Leuten Als Gesellschafterin Governess finished Repräsentantin und dergleichen Immer in hochherrschaftlichen Häusern Vier Jahre bei einer Herzogin in Marseille Und drei Jahre Erzieherin bei einer russischen Fürstenfamilie Sie ist sehr gebildet und hat tadellos vornehme Allüren Sie hat in den langen Jahren der Abhängigkeit Und höheren Dienstbarkeit Die schwere Kunst erlernt Sich immer und in jedem Falle Der Stimmung und Laune anderer anzupassen Immer auf die Wünsche anderer zu reagieren Nie selbst etwas zu wollen Sich immer angenehm zu machen Ohne sich dabei etwas zu vergeben Sie erreicht mit ihrer lächelnden Fügsamen Liebenswürdigkeit Am letzten Ende doch immer ihren Willen Sie weiß auch fesselnd und unterhaltend zu erzählen Aber für mich ist sie doch nicht die richtige Akquisition Ihre jungfräuliche Vergangenheit ist so schneesauber Dass die meinige sich allzu kohlrabenschwarz dagegen ausnimmt Die Kontraste sind zu groß, als dass sie sich berühren könnten Ich bin wieder ganz hergestellt Du bist ja auch ein reizender alter Herr Als väterlicher Freund geradezu ideal Aber ich kann nichts dafür, dass ich einen anderen liebe Von Julius bekomme ich nur spärlich Nachricht Er hat so viel zu tun und wenig Zeit zum Schreiben Und seine Briefe sind keine eigentlichen Liebesbriefe Aber ich lese sie trotzdem, bis ich sie auswendig weiß Und küsse sie und bilde mir ein, ich hätte ihn geküsst Er predigt immer wieder, meinem Leben einen Inhalt zu geben Zu arbeiten Es sei noch nicht zu spät, etwas anzufangen Ich möchte ja auch wohl Denn ich fühle, dass er recht hat Aber was soll ich beginnen? Ich glaube, das weiß er selbst nicht Um noch einen bestimmten Beruf zu erlernen, ist es doch zu spät Das Meer ist so blau und der Himmel so licht und die Sonne so hell Wenn ich Julius hier hätte, wär's das Paradies Aber da würde der Engel mit dem flammenden Schwott wohlkommen Und mich hinausweisen Denn Menschen meines Gelichters gehören nicht ins Paradies Für sie ist das öde, unfruchtbare Land Das im Schweiße des Angesichts bebaut sein will Ehe es Früchte trägt Herbst 1898 Wie die Monate dahin gehen Im April trug ich zum letzten Mal etwas ein Und nun haben wir schon November Wenn ich das Buch durchblättere, ist mir überhaupt alles wie ein Traum Besonders wenn ich denke, wie unendlich viel mehr ich erlebt habe, als hier eingeschrieben ist Manche Menschen sehen mit grauen Haaren auf einen langen, eintönigen Weg zurück Ihnen ist nie ein Abenteuer zugestoßen Sie haben so gut wie nichts erlebt Das kommt daher, weil ihr Leben wie ein kleines Spezialgeschäft ist Sie sitzen in ihrem Lädchen, dessen Artikel alle in eine Branche schlagen Und schauen die Welt nur durch die schmalen Fenster ihres Geschäftslokals Es fällt ihnen nie ein, über Hecken und Graben weg einem Schmetterling nachzujagen Und alles, was ihnen fremd und unverständlich ist Wird von ihnen mit einem missbilligenden Achselzucken und Kopfschütteln Oder einer Geste der Verachtung abgetan Mein Leben glich schon eher einem Warenhaus mit internationalem Getriebe Viel Mannigfaltigkeit, viel Schund, viel Plunder Und dennoch möchte ich nicht mal mit denen in ihren engen Stuben tauschen In mir ist ein ewiges brennendes Sehnen nach etwas Weitem, Unsichtbarem Meine Füße kleben in dem Schmutz der Erde Aber meine Seele möchte hinaus und irgendwo ins Blaue hinein In sonnige Firnen und möchte dort eine andere Gestalt annehmen Vielleicht die einer Lerche oder einer Blume Nur nicht wieder in einen Menschenkörper Ach, ich denke oft über das Leben jenseits des Grabes nach Wenn man doch bestimmt wüsste, ob mit diesem Leben alles aus und vorbei ist Ich bin nicht fromm, im Gegenteil Ich hasse die Kirche und die Pfaffen Aber ich glaube trotzdem an ein zweites Leben Wenn ich nochmal auf dieselbe Welt käme, möchte ich ein wildes Tier sein Oder ein Mann Denn ein Mann verrennt sich nie in eine Sackgasse wie wir Weiber Ihm steht überall ein Türchen offen Seine Existenz wird nicht durch einen Fehltritt vernichtet wie die unsere Dem Mann gehört die Welt Wir Weiber sind nur geduldete Mittel zum Zweck Ich habe oft eine Ungeduld in mir, zu erfahren, was hinter dem Tod ist Ich möchte sterben, um es zu wissen Wenn ich zu Gott käme, würde ich ihn anklagen Denn er war ein kluger Baumeister, aber ein schlechter Bauherr, als er die Welt erschuf Und wenn er ein Vater der Menschheit sein will, ist er ein schlechter, ungerechter Vater Allmächtig! Welcher allmächtige Vater sähe den Jammer seiner Kinder und stillte ihn nicht? Wo wäre der Vater, der sein Kind in die Irre gehen sieht Und würde es nicht packen und es auf den rechten Weg bringen, der zum Glück führt? Was für ein Vater steht dabei, wenn sein Kind in den Brunnen fällt Und rührt nicht die Hand, um es zu retten? An einen allmächtigen Gott zu glauben, ist eine Gotteslästerung Denn allmächtig und Vater sein und nicht helfen, nicht retten, wollen, ist Wenn ich der liebe Gott wäre, würde ich eine göttliche Welt schaffen Ich würde die grauen Elendskammern der Menschen in blühende Rosengärten verwandeln Ich würde die Mauern, die ihren Blick hemmen, niederreißen Dass sie mich sehen und erkennen könnten in meiner Größe und meiner Güte Und wenn ich sehe, dass eines meiner Geschöpfe Hoffnungslos an Bosheit und Tücke und Gesinnungsgemeinheit krank wäre Würde ich es sacht und schmerzlos hinwegnehmen Und einen neuen Menschen dafür entstehen lassen Das wäre eine große göttliche Liebe Und würde die Menschen selig machen Und wäre eines allmächtigen Gottes Wörter Ende von Abschnitt 27 Abschnitt 28 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Sonja Abschnitt 28 Ich denke viel grauses, wunderliches Zeug zusammen, das ich zu niemand aussprechen kann, weil die Leute mich verrückt erklären würden Ich meine immer, ich lebe nicht mehr lange Und die Schwindsucht steckt in mir Weil ich bei jeder Erkältung den schmerzhaften Husten und etwas Auswurf habe Und meine Mutter doch daran gestorben ist Julius sagt freilich, es ist eine fixe Idee von mir Meine Lunge wäre gesund Und ich glaube nicht, dass er mich belügt Aber ich werde den Gedanken nicht los Ich war im Vorsommer, als ich von Nizza zurückkam, wieder in Elster Und der Professor wunderte sich, dass die Kur keinen Erfolg gehabt hat Aber ich möchte jetzt nicht einmal mehr ein Kind haben Was sollte werden, wenn ich davon abstürbe? Es würde untergehen, wie ich untergegangen bin, seitdem sie meine gute Mutter begraben haben Das heißt, immer habe ich nicht solche schwermütige Anwandlungen Nur zeitweilig, wenn ich darüber nachdenke, wie nutzlos eigentlich ein Leben wie das meine ist Und wie nicht die leiseste Spur von einem zurückbleibt, wenn man eines Tages davon geht Vorm Sterben fürchte ich mich nicht Nur vor dem langsamen Abwelken und Dahinsiechen Mein Freund würde mich ja nicht verlassen Dazu ist er zu sehr Ehrenmann und Kavalier Doch mir selber wäre es fatal, nur so aus Gnade und Barmherzigkeit empfangen zu müssen Ich habe jetzt auch eine Freundin, wie ich mir lange wünschte Als mein Graf mich von Elster abholte, fuhren wir ins Engadien Und nachher zur großen Woche nach Baden und von da nach Berlin Und da der Graf dann noch eine Reise nach Norwegen machte War ich im September allein und ging nachmittags viel in den Zoologischen zum Konzert Da saß mir eines Tages eine junge Frau gegenüber, die auch allein war Und die mir durch ein gewisses Je ne sais quoi auffiel Jünger als ich, drei oder vierundzwanzig, schön, mit tief über die Ohren gekämmtem Schwarzhaar Und mit feinstem Geschmack angezogen Sie sah mich an, ich sie Und wir fühlten uns wohl beide voneinander angezogen Nachher, als ich noch ein bisschen im Garten umherspazierte Traf ich sie am Bärenzwinger wieder Und wir kamen in ein Gespräch und machten uns bekannt Sie ist eine Frau Maria von O und wohnt am Nollendorfplatz Und ihr Mann, der 25 Jahre älter ist als sie, ist viel auf Reisen Und da hat sie auch viel überflüssige Zeit Zumal sie jahrelang von Berlin fort war und deshalb wenig Bekannte hier hat Wir unterhielten uns so gut, dass wir beschlossen, den Abend zusammen im Zoo zu essen Und es war sehr hübsch Sie kennt auch Paris und Wien und war auch schon oft in Monte Carlo Und wir schlossen Freundschaft und verkehrten seitdem fast täglich zusammen Gehen oder fahren morgens im Tiergarten zusammen spazieren Sind häufig abends im Theater und besuchen uns oft gegenseitig Sie ist ebenso schön eingerichtet wie ich Hat aber eine große Wohnung von acht Zimmern Ich will nicht behaupten, dass ich eine große Menschenkennerin bin Aber ich habe ein gewisses feines Gefühl, das mich noch nicht irreführte Und dieser untrügliche Instinkt, der mich zu Maria hinführte Wir nennen uns beim Vornamen und duzen uns Sagt mir, dass ihre Vergangenheit auch nicht ganz kapitelfest ist Und dass irgendetwas bei ihr nicht stimmt So habe ich es zum Beispiel noch nicht herausbringen können Was ihr Mann eigentlich ist und was er treibt Augenblicklich ist er in Monaco Sie ist eine geborene Berlinerin, Tochter eines Postbeamten Führt immer nur Hunderte und Tausende und Geheimräte, Barone und Grafen im Munde Und dabei entschlüpfen ihr zuweilen Worte und Ausdrücke Die nur in den ganz niedrigen Volksschichten gebräuchlich sind Wenn wir uns unterhalten, sind wir beide voneinander auf der Hut Und wissen es, und das muss in Zukunft nur anders werden Ich mag sie gern leiden, aber die Maske vorm Gesicht ist mir lästig Wenn ich eine wirkliche Freundin haben soll Muss ich mich vor ihr nicht zu genieren brauchen Sonst ist die Geschichte langweilig Einmal war ich bei ihr zum Abendessen eingeladen Und mit mir ein Postsekretär mit seiner Frau und deren Schwester Und es wurde ein exquisites Souper von einem ersten Berliner Traiteur serviert Man sah es den Leuten an, dass sie die meisten Gerichte gar nicht kannten Und sich zuzulangen genierten, weil sie sie nicht zu essen verstanden Mir wurde zuerst serviert, und sie sahen auf mich, wie ich es machte Und versuchten es mir nachzutun Worüber man sich eigentlich ja auch nicht zu wundern braucht Denn wieso sollte auch ein Postsekretär mit seiner Familie Auf normalem Wege zur Kenntnis solcher Delikatessen kommen Wie Maria sie uns an dem Abend auftafelte Sie stocherten in den Speisen wie der Storch im Gurkensalat Und mit dem Hummer wussten sie gar nichts anzufangen Und pokten drin herum und konnten das Fleisch nicht herausbringen Bis der Postmensch zuletzt aus Verzweiflung die Herrgottsgabeln zu Hilfe nahm Also ihre tölpelhafte Manier zu essen wunderte mich nicht weiter Aber ihre Anwesenheit an sich gab mir zu denken Die Damen duzten Maria Und das Mädchen, ein naseweises Ding in Marias Alter Mit impertinent blondem Haar und etwas proletarierhaftem Wesen Betrug sich nach meiner Ansicht geradezu ungezogen gegen Maria Fiel ihr fortwährend ins Wort, machte patzige Bemerkungen Hohn lächelte konsequent und gab sich mit einem Wort sehr unliebenswürdig Im Lauf der Unterhaltung erfuhr ich, dass Maria und sie Schulkameradinnen waren Das ist auch sonderbar, wobei Maria die Menschheit doch erst beim Geheimrat anfängt Und man annehmen muss, dass ihr Vater mindestens geheimer Postrat war Ich freilich denke mein Teil Mich macht keiner so leicht dumm Nächste Woche kommt Herr von O nach Hause Ich bin sehr gespannt Maria sagt, dass sie dann oft Gesellschaft geben Da ihr Mann einen großen Kreis von Herrenbekannten aus seiner Junggesellenzeit hat Mich geht das alles ja auch nichts an Aber ich mag nicht gern so viel Heimlichtuerei Dass Maria vor ihrer Verheiratung auch kein Unschuldsschwan war Darauf möchte ich sieben heilige Eide schwören Januar Der Zufall spielt doch eine große Rolle im Leben Zweimal hat er mir in den letzten Monaten ein niedliches Intermezzo herbeigeführt Vor einiger Zeit war ich abends im Berliner Theater Wie ich in der Pause aus der Loge heraustrat Verwurstelt sich meine Lognon-Kette im Schlüssel Und ich kann nicht fort, bis ein Herr hinzutrat und mir half Und dieser Herr war kein anderer als D Den ich in zwei Jahren nicht mehr gesehen habe Ich wurde dunkelrot, denn ich genierte mich wirklich ein bisschen vor ihm Wo ich ihn damals doch so schnöde sitzen ließ Aber er war sichtlich erfreut, mich wiederzusehen Und schüttelte mir die Hand Und versicherte mir ein über das andere Mal Dass ihm nichts Angenehmeres als dies überraschende Wiedersehen passieren konnte Und nahm ungeniert meinen Arm Und wir promenierten auf und ab Und ich musste ihm erzählen, wie es mir in den zwei Jahren ergangen ist Er hatte sich im vorigen Jahr verlobt Aber die Verlobung ist wieder in Stücke gegangen Nicht wahr, gnädige Frau, wir soupieren mal wieder zusammen Fragte er Ich sagte ihm, dass dies nicht angeht Und fragte ihn, ob er mir denn nicht böse sei Wegen des schlichten Abschiedes, den er damals von mir erhalten hatte Er verneinte aber Ich konnte es ihnen nicht verdenken Es liegt in der Natur der Dinge Dass jeder Mann sich das Leben so zuschneidet Wie es ihm am besten auf den Leib passt Sagte er Aber bedauert, aufrichtig bedauert Habe ich damals, dass ich nicht als Millionär auf die Welt gekommen bin Und ihrem alten Mäzen den Rang ablaufen konnte Ich schwieg Und das Blut stieg mir zu Kopfe Es gibt immer noch Momente in meinem Leben Wo ich es furchtbar empfinde Wenn jemand mich so ausschließlich nach Geldeswert abschätzt Und es stillschweigend voraussetzt Dass keine edleren und feineren Seelenregungen in mir sind Die sich gegen den Handel aufbäumen D. wollte mich sicher nicht beleidigen Wie kann man überhaupt so eine beleidigen? Außerdem ist er kein roher Sondern ein sympathischer, gebildeter Mann Aber in dem Augenblick hasste ich ihn wegen dieser Äußerung Und musste mir Gewalt antun, ihm das nicht zu zeigen Ich hätte mich ja nur lächerlich gemacht Er drang in mich, ihm meine Adresse zu nennen Und da er sie aus dem Adressbuch ja doch erfahren hätte Sagte ich sie ihm Bat ihn aber, mich nicht zu besuchen Was er mir versprach Aber da ich allein im Theater war Bestand er darauf, dass wir nachher zusammen essen Ich wollte durchaus nicht Aber um Ruhe zu haben, willigte ich endlich doch ein Und dann sind wir zusammen zu Höhne Und haben im Chambre séparé soupiert Und es tat mir nachher nicht leid Es waren ein paar vergnügte Stunden D. behauptet, ich sei noch hübscher und noch schlanker geworden Aber ich sehe ein klein wenig leidend aus Ihr Gesicht kommt mir direkt verändert vor Ich möchte sagen, viel durchgeistigter als früher Sagte er Was ein Wunder, wo ich jetzt ganz platonisch lebe Sagte ich Na, darauf Prost Sagte er Es lebe die platonische Liebe Um ein Uhr brachte er mich nach Hause Also nun zu meiner Freundin Maria Ihr Mann, der Herr von O Kam Anfang Dezember nach Hause Ich hätte bald was an mich gekriegt Als ich den Kerl zum ersten Mal sah Mit dem armen, seligen Kasimir War gewiss kein Start zu machen Aber mit dem Herrn Baron Wie von O sich schimpfen lässt Konnte er den Vergleich noch aushalten Seine siebzig Jährchen hat O sicher schon auf dem Buckel Ein ganz vertrockneter, ausgemergelter Lebegreis Mit einer Platte wie einer halbierten Billardkugel Hinten ein paar dünne Fransen von Haar Und eben solch ein weißes, dürftiges Ziegenbärtchen Maria war etwas verlegen Und sah sich veranlasst, mir heimlich zuzuraunen Dass ihr Gatte zwar nicht jung und hübsch sei Es aber in sich habe, nämlich ein gutes Herz Das glaube ich ihr aufs Wort Und ich glaube, sie hätte diesem Herzen noch ein Prädikat mehr geben dürfen Es ist zweifelsohne nicht nur gut, sondern auch weit Nach allem, was ich bis jetzt in diesem Hause beobachtet habe Und soweit ich es beurteilen kann Ist Herr von O wohl gerade kein gewöhnlicher Hochstapler Aber das, was gleich dahinter kommt Und jetzt weiß ich auch, wozu sie die große Wohnung gebrauchen Sie haben jeden Donnerstag einen Herrenabend Wo dann Feste gejäut wird Und Herr von O meist immer die Bank hält An den Donnerstagabenden, wo ich da war Fanden sich an 30 Herren ein Und sie haben ein kleines Roulette aufgelegt Und einige haben Poker und Pharao gespielt Wobei das Zuschauen ganz unterhaltsam ist Beim Roulette habe ich auch mal mein Glück versucht Und 200 Mark gewonnen Was mir viel Spaß machte Es sind lauter Herren aus den ersten Kreisen Viele Offiziere Und jeder hat ein bestimmtes Kennwort Das er demjenigen, der in diesen Kreis eingeführt wird, mitteilt Und dass dieser dann dem Hausherrn Unauffällig bei der Begrüßung ausspricht Worauf Herr von O genau weiß Wer für den Ankömmling garantiert Sehr interessant ist mir die Beobachtung gewesen Wie die Leidenschaft des Spiels Gegen alles andere abstumpft Meine Anziehungskraft bewährt sich immer nur Vor Beginn der Partie Sobald das Spiel anfängt Haben sie für nichts anderes mehr Augen und Ohren Als für die roten und schwarzen Kugeln Oder die Karten Es ist dann, als ob ihre Sinne förmlich erstarrt sind In der Gier nach dem Gold Das sie mühelos zu erringen hoffen Dabei sind es offenbar durchweg alles Leute Die genug von dem runden Zeug haben Merkwürdig Ich verstehe nicht, welchen Reiz diese reinen Glück-Zufall-Spiele Für denkende Menschen haben können Da hat doch noch ein solider Skat Oder ein einfaches 66 Mit dem Trommler und Pfeifer Wie sie es in meiner Kindheit zu Hause spielten Mehr in sich Man spielt doch dabei Während bei diesen lediglich der Zufall entscheidet Wie ich Maria vor einigen Wochen besuchte Fand ich sie sehr erregt und merkwürdig entstellt Ihr Gesicht war voll roter Flecke Als ob sie Scharlach hätte Und ihre Augen sahen verweint aus Ich dachte, sie hätte sich mit ihrem Mann verzankt Obgleich er immer sehr liebevoll zu ihr ist Auf meine diskrete Nachfrage Erfuhr ich, dass sie sich über ihre Freundin Fräulein Wiegand Die Schwägerin des Postsekretärs geärgert habe Eine solch ausverschämte Person Sagte sie Man tut alles mögliche für sie Und anstatt zu danken, ist sie frech Das kommt davon, wenn man sich mit solchen Leuten einlässt Ja, freilich Sagte ich Und musste innerlich lachen Über die sprachlichen Schnitzer der gnädigen Frau Ich war überhaupt erstaunt Dass du dir die Unarten des Mädchens so bieten lässt Was hat es denn gegeben? Ach, Dummheiten Aber man fuchst sich doch darüber Sagte Maria Wir sind als Kinder miteinander zur Schule gegangen Und haben in demselben Haus gewohnt Und zusammen gespielt Und da kann ich nicht so sein Und sie hochmütig abweisen Wenn sie sich an mich herandrängt Was war denn ihr Vater? Erkundigte ich mich Barbiergehilfe Ganz arme Leute Ach, da wohnten sie wohl bei euch im Hinterhause Natürlich Sagte Maria und wurde dunkelrot Weil sie sich doch verplaudert hatte Ich dachte schon längst nicht mehr An das kleine Intermezzo Aber wie ich gestern mir bei H. in der Leipziger Straße Ein Pfund Pralines kaufe Redet mich plötzlich eine Verkäuferin mit Namen an Und wie ich aufsehe Erkenne ich Marias ehemalige Schulfreundin Das impertinent blonde Fräulein Wiegand Sie ist auch ganz rot und sagt Na gnädige Frau Die Frau Baronin hat mich wohl tüchtig schlecht gemacht zu Ihnen Weil ich ihr mal ordentlich die Wahrheit geigte Ich wusste natürlich von nichts Und nun legte sie los Und das Mundwerk ging wie eine Kaffeemühle Und ich kriegte Marias ganze Lebensgeschichte zu hören Ganz wie ich mir gedacht Ihr Vater war Briefträger Und sie wohnten im Hinterhaus zwei Treppen Wo Fräulein Wiegands Eltern im Parterre wohnten Maria war die Jüngste von fünf Kindern Und ihrer Schönheit wegen der Abgott ihrer Eltern Nach ihrer Konfirmation kam sie als Lehrmädchen In ein Konfektionsgeschäft Und zwei Jahre später brannte sie mit dem Prokuristen durch Nach Paris Und die Eltern sollen aus Gram über sie gestorben sein Das ist natürlich alles Kladderadatsch Wie überhaupt Fräulein Wiegands Rede so durchsetzt war Von Neid, Bosheit, Schadenfreude Und anderen Gemeinheiten Dass einem ordentlich schlimm wurde Von so viel Klapperschlangengift in einem Behältnis Dabei war es schlechterdings unmöglich Ihr in die Rede zu fallen Zuletzt bekam ich noch zu hören Dass an dem Baron nichts echt sei als sein Titel Sonst sei alles Schwindel Und von der ganzen großartigen Einrichtung Gehöre ihnen nicht ein Staubtuch Sei alles Markiewicz Und ich werde nochmal erleben Wie die Geschichte da auseinanderberste Maria habe auch schon ein Jahr Mit dem Baron zusammengewohnt Ehe sie geheiratet hätten Und so weiter Bis ich endlich die Geschichte satt hatte Und, da ich nicht zu Wort kam Ihr einfach den Rücken zudrehte Und fortging Ich hatte nichts anderes erfahren Als was ich mir längst gedacht hatte Und es überraschte mich daher nicht im Geringsten Ich ärgerte mich nur über die Niederträchtigkeit des Mädchens Ich bin nämlich überzeugt, dass sie es kein Haar anders als Maria gemacht hätte Wenn es ihr so geboten wäre Als ich das nächste Mal mit Maria zusammenkam Und sie wieder anfing zu renommieren Nahm ich ihre Hand und sagte Maria Wir wollen einander doch nichts mehr vorflunkern Dass mein Vater Apotheker war und der deine Briefträger Das macht keinen Unterschied zwischen uns beiden Aber wir sind beide in des Lebens Niederungen gewandert Und wenn man bei allem Dreck und Staub, der dort um einen herumwirbelt Sich die Augen klar erhält Bekommt man den weiten Blick, der über die Enge der Dinge hinaus Und ihrem Ursprung nachgeht Und man überschaut vieles, was denen in ihrem warmen, geschützten Herdwinkel Ewig verborgen bleibt Es ist leicht zu sprechen Ich trotze jeder Versuchung Wenn man die Versuchung nie kennenlernte Wenn Familie und Heimat und Gesellschaft Und geordnete Verhältnisse Ihre Schutz- und Trutzpalissaden um uns aufpflanzen Durch die hindurch und über die hinweg Kein versuchender Teufel zu uns dringen kann Aber wir, die wir diese Schutzmauern nicht um uns herum hatten Die wir uns den Sturm um die Ohren sausen lassen mussten Weil der Tod oder das Schicksal eine Bresche in die Mauer rissen Wir wissen genau, dass nur der, der ohne Sünde ist Steine nach einem Sünder werfen soll Und wir sind allzu mal Sünder Maria weinte und sagte Sie hätte es sich wohl gedacht Dass die falsche Schlange, die Clara Wiegans sie bloß stellen würde Diese Saudi selber Na, ich unterbrach sie und sagte ihr Dass sie in meinen Augen nichts durch Clara Wiegans Mitteilung eingebüßt habe Im Gegenteil, ich hätte das Gefühl Als sei erst jetzt eine trennende Wand zwischen uns gefallen Und um den Anfang zu machen Sagte ich von mir die Hauptsachen Und da taute sie auf und gestand mir Dass sie sich ja auch lange nach einer Aussprache gesehnt habe Und immer im Begriff gestanden hätte Mir alles zu sagen Was ich hier übrigens nicht so aufs Wort glaube Ende von Abschnitt 28 Abschnitt 29 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Sonja Abschnitt 29 Mai 1899 Ich weiß nicht, was mit mir ist Ich bin krank und doch nicht krank Die ewige Unruhe in mir treibt stärker und stärker nach einer Betätigung Es ist seit einiger Zeit über mich gekommen Diese Lust zum Geld ausgeben Zum Kaufen und Verschenken Und ich weiß nicht, was daraus werden mag Wenn es so weitergeht Es ist tatsächlich wie eine Krankheit Ich bin doch sonst nicht so gewesen In dieser Hinsicht habe ich doch eine solide Ader von meiner guten Mutter geerbt Ich habe immer Angst vor Schulden gehabt Ich denke noch mit Schaudern an die Zeit in der Schellingstraße mit der Pension Und was ich da ausgestanden habe mit meinen Schulden Als ich nicht wusste, wo ich sie bezahlt kriegen soll Borgen macht Sorgen Nur nicht mehr und nichts anderes kaufen als wofür und wozu man Geld hat War stets mein Prinzip Aber seit einiger Zeit kann ich nicht anders als kaufen und immer kaufen Und wenn ich mir's tausendmal verschwür Heute gebe ich kein Geld aus Sobald ich in die Leipziger oder die Friedrichstraße hinunterbummele Zieht's mich in die Läden Und ich kaufe und kaufe Und es ist, als ob ich betrunken wäre vor lauter Kauflust Und kaufe oft Sachen en masse, die ich gar nicht gebrauchen kann Meine Köchin und Stubenmädchen wissen wahrhaftig nicht mehr Vorhin mit den Blusen und Jupons und Schürzen und Hüten, die ich ihnen kaufe und schenke Ich habe plötzlich solche Neigung für Nippes und Bronzen und seidene Teppiche Und kaufe und kaufe und bezahle, soweit ich kann Und lasse mir das andere auf Borg schicken So kam es, dass ich diesen Monat am 8. mit meinem Geld fertig war Bis auf 3 Mark 22 Pfennig Und die Rechnungen stopfe ich alle in eine Schreibtischschublade Und habe nicht das Herz, sie durchzusehen Und es werden täglich mehr, weil ich nie ausgehe, ohne zu kaufen Da hatte ich neulich 12 Meissner Puppen gekauft Für zusammen 980 Mark Und als sie geschickt wurden und ich die Rechnung sah Ergriff mich eine große Angst, dass der Graf sie sieht und mich zur Rede stellt Und in meiner Verzweiflung habe ich sie alle zerschlagen Und die Rechnung in die Schublade gestopft Das Gleiche war mit dem kleinen, seidenen Teppich aus einer Kunsthandlung in der Wilhelmstraße Von unvergleichlicher Farbschönheit zu 800 Mark Und ich wusste auch nicht, wo ihn verstecken Und habe ihn dann aus lauter Angst zerschnitten Und dabei überraschte Julius mich und war ganz entsetzt über den Vandalismus Um Gottes Willen, Thymian, was machst du denn da? Ich war halb gelähmt vor Schreck und murmelte Nur um ihn aus der Welt zu schaffen Wenn der Graf ihn sieht, kriege ich geschimpft Er schüttelte den Kopf und sagte, ich sei hypernervös Und ich müsse eine Zeit lang in ein Sanatorium für Nervenkranke gehen Aber da wurde ich wild und schrie Ich bin nicht verrückt und brauche nicht in ein Irrenhaus Und er soll sich nur selbst ins Narrenhaus scheren Aber er blieb gelassen und kommt nach wie vor jeden Tag Und einmal sah ich, wie er mit dem Graf zusammen tuschelte Und da wurde ich so wahnsinnig böse, dass ich am liebsten beide geprügelt hätte Und die Tür hinter mir zuschlug und mich einriegelte Am letzten Ende ist D. noch mein treuester Freund Und ich habe ihn mir auch eingeladen Ich wollte ja selbst, dass ich diese Kaufkrankheit los wäre Aber in eine Nervenheilanstalt gehe ich nicht Ich bin doch nicht verrückt Ich weiß genau, was ich will und was ich tue Ich möchte allen armen Leuten helfen Möchte alle Hungrigen sättigen Alle Nackten kleiden Und bin unglücklich, dass sie es nicht kann Und weine oft stundenlang deshalb Wenn ich ein armes Kind auf der Straße sehe Nehme ich es mit und kaufe ihm Schuhe und Wäsche und Kleider Und lasse die Rechnung zu mir schicken Und die Leute borgen mir alle Weil ich doch die große Wohnung am Kronprinzenufer als Rentier bewohne Und man mich teils in den Geschäften auch schon mit dem Grafen gesehen hat Der ja als Millionär bekannt ist Wenn es mir nachts so einfällt Dass viele hundert arme Leute in Berlin keine Städte haben Wo sie ihr Haupt hinlegen können und kein Dach überm Kopf Geht eine Unruhe durch mich Dass ich nicht wieder zum Einschlafen komme Und am liebsten alles, was ich besitze, verkaufen Und den Armen geben Und selber wieder auf die Straße gehen möchte Am 11. Mai war ich zu einem Herrenabend bei O's Es war der letzte in diesem Jahr Herr von O ist jetzt wieder in Paris Sie spielten Pharao Und ich saß neben dem dicken italienischen Bankier Der kein Wort Deutsch sprach Mir aber in seiner Muttersprache fürchterlich die Kurschnitt Er gewann stark und ich raffte Da ich neben ihm saß Alles Geld und Banknoten in den Schoß Und fragte ihn nachher scherzhafterweise Ob ich für mein Glückssitze nun auch Prozente bekäme Da sagte er Certamente, Signora E tutto per ella E sono veramente felice Di potermetterlo ai suoi piedi Na, ich sah nicht ein Weshalb ich mich zieren sollte Den Gewinn anzunehmen Und sagte nur Grazie, Signore Und steckte das Geld ein Dabei sah ich Maria Die uns gegenüber saß an Und erschrak Denn ich hatte sie nie so gesehen Ganz grün sah sie aus Und hatte so böse Augen Ich stand auf und ging hinaus Und sie kam mir nach Und zitterte vor Wut und sagte Ich bin außer mir, Thymian Wie kannst du als vornehme Frau Dich nur so weit wegwerfen Und von einem wildfremden Mann So viel Geld annehmen Lieber viel als wenig Sagte ich Übrigens habe ich mich noch nie Als vornehme Frau aufgespielt Dann solltest du auf uns Und unseren Namen Rücksicht nehmen Sagte sie und warf sich in die Brust Du bist doch nicht bei Kretis und Pletis Sondern bei Baron und Baronin O zu Gast Ich hatte das Geplänkel Zuerst für Spaß genommen Aber ihre Hochmutsmine ärgerte mich doch Als Frau Ostdorf kannst du ja Für dich machen, was du willst Sagte sie noch Aber wir wissen, was wir Unserem Namen schuldig sind Na du Sagte ich Wenn ich das wollte Und auf solchen Klim Bimm Wert legte Könnte ich mich Gräfin schimpfen Und könnte mir kein Mensch Was darum anhaben Weil mein Mann ein waschechter Graf war Aber ich bedanke mich Ja, wenn ich auf meinem Rittergut säße Und Pferd und Wagen hätte Und zu Hofe ginge Dann allenfalls ja So aber Wie die Verhältnisse liegen Würde ich mir geradezu Als Hochstaplerin vorkommen Und im Übrigen Ob dein Mann den Herrn Nun im Spiel das Geld abnimmt Oder ich lasse es mir schenken Das kommt wohl auf eins aus Brauchen können wir es alle beide Ich will dir aber Einen Vorschlag machen Wir teilen uns den Raub Ganz schwesterlich Halb und halb Ja oder nein Ja Sagte sie kurz Und wir teilten Und hatten jede 1082 Mark Es ist mir ganz so Als ob Maria es Auf den Italiener abgesehen hat Und auf mich eifersüchtig ist Da hat sie lange Zeit Mich zieht sie in letzter Zeit Überhaupt nicht mehr Zu den Männern Ich möchte nur immer kaufen Den ganzen Tag kaufen Und schenken Und fröhliche Gesichter machen Und immer los kaufen Gestern holte mich Der italienische Bankmensch Mit seinem Auto Moppel Zu einer Spazierfahrt In den Grunewald ab Maria war auch mit Und ich glaube Es war ihr nicht recht Dass ich dabei war Und ich konnte doch nichts dafür Dass er mir den Hof macht Es liegt schon in der Natur der Sache Dass er sich gern mit mir unterhält Weil ich Italienisch spreche Und Maria nur ein bisschen Schlechtes Französisch radebricht Er ist mir ja so furchtbar gleichgültig Wir kehrten in Hundekehle ein Wo wir ein Diner für uns bestellt hatten Wie wir in das Lokal traten Sagte Maria zu mir Du siehst heute wieder Direkt schwindsüchtig aus, Thymian Furchtbar miserabel Tätest du dich ein bisschen schminken Einem wird ja schlecht Wenn man dich ansieht Als ob du schon drei Wochen Unter der Erde gelegen hättest Ich antwortete keine Silbe Aber das Wort schwindsüchtig Fuhr mir wie ein spitzes Messer ins Herz Und ich brachte nur mit Not Ein paar Bissen herunter Mir war kalt bis in die Seele Abends erzählte ich es Julius Der jetzt öfters ganz unvermutet zu mir kommt Er tröstete mich und sagte Ich soll den Umgang aufgeben Weil mir doch auf die Dauer Keine Freude daraus erblühe Niemand kommt aus seiner Haut heraus Und diese Art Frauen Können die innere und äußere Schminke Nicht dauernd verleugnen Sagte er Die innere Rohheit bricht immer wieder durch Du gehörst nicht zu ihnen Und wirst nie mit ihnen sympathisieren Weil du trotz alles äußerlichen Gemeinschaftlichen Innerlich vornehmer Zarter Dezenter bist als sie Er mag wohl recht haben Aber an einen Menschen Will man sich doch gerne In Freundschaft anschließen Julius war an dem Abend Wieder so lieb und gut Dass ich mir ein Herz nahm Und ihm alles anvertraute Er bestand darauf Dass ich ihm die Rechnungen zeigte Ich tat es nur widerwillig Es war eine gepackte Schublade voll Und er addierte und rechnete Und sein Gesicht wurde immer bestürzter Und ernster Herrgott Thymian Hast du eine Ahnung Wie viel das ist? Nein Sagte ich ängstlich 13.000 Mark Menschenkind Was hast du nur mit all dem Kram gemacht? Ich wusste es selbst nicht Vieles hatte ich verschenkt Vieles vernichtet Vieles liegt nur eingepackt Auf dem Hängeboden Aber das wenigstens Müsstest du doch zurückschicken Sagte er Nein Sagte ich Die Schande tue ich mir nicht an Mag werden, was will Aber das ist ja merkwürdig Was ihr für Ansichten Über Ehre und Schande habt Rief er Was denkst du dir denn? Da muss doch ein Arrangement Getroffen werden Sonst holen sie dir ja Eines Tages deine Möbel weg Wie kamst du nur dazu? Es ist wie eine Krankheit Sagte ich Ja, freilich bist du krank Sagte er Das habe ich dir schon längst angesehen Du bist durch und durch nervenkrank Also sei mal vorläufig ruhig Ich will überlegen, was sich tun lässt Das Beste ist wohl Wir ziehen doch den Grafen ins Vertrauen Das wollte ich aber nicht Und er musste mir versprechen Es nicht zu tun Mir ist sehr bange Und ich fühle mich auch krank Julius meinte erst Es läge an den Nieren Aber die Untersuchung hat nichts ergeben Mir ist so übel Dezember Viel ist nachzuholen Die Sommermonate waren grässlich Der Graf konnte nicht fort Weil er amtlich in Berlin festgehalten wurde Und ich mochte auch nicht reisen Meine Wohnung ist schön kühl Und ich hatte überhaupt keine Lust Und Julius war auch nur ein paar Wochen fort Und ich fühlte mich immer zu matt und krank Ende August war der kritische Tag Es hatte geregnet Und die Luft war so schön frisch und angenehm Und ich ging gegen fünf aus und nach dem Tiergarten Und hielt mich dort fast zwei Stunden auf Und freute mich noch, weil mir an dem Tag viel wohler war Und freute mich über die Kinder, die da spielten Und das Gras funkelte von Tropfen Und die Sonne schien so herrlich Und ich dachte wieder, wie schön doch die Welt im Grunde ist Wie ich aus dem Tiergarten kam War ich so in Gedanken Dass ich auf nichts achte Und wie ich die Siegesallee überschreite Gleite ich plötzlich aus Und in demselben Augenblick Kommt eine Equipage dahergerast Und ich weiß nicht mehr, was passiert ist Als dass ich einen furchtbaren Stoß Gegen den Leib bekam Und ohnmächtig wurde Dann haben sie mich aufgehoben Und für Tod auf die Unfallstation gebracht Und von da bin ich Da sie Karten mit meiner Adresse bei mir fanden Bewusstlos in meine Wohnung transportiert Dann habe ich lange, lange im Fieber gelegen Und wusste nicht, was mit mir geschehen war Und in den wenigen lichten Augenblicken Meinte ich immer Ich sei zu Hause Und hätte alles geträumt Was ich in den vielen Jahren erlebt habe Und rief nach Vater Und hielt die Schwester, die mich pflegte Für die Schwester Anna Die damals Mutter von Davosheim begleitete Dann wurde ich allmählich besser Und fand mich in die Wirklichkeit Jetzt weiß ich's Sagte ich Und das andere Jetzt ist alles überstanden Ich wusste nicht, was er meinte Und da sagte er mir, dass ich in Hoffnung gewesen sei Und zwar wahrscheinlich schon fast bis zur Hälfte Und durch den schrecklichen Stoß sei es zu einer Fehlgeburt gekommen Und von dem allem wusste ich nichts Gar nichts Denn es war immer alles ziemlich in Ordnung gewesen Es regte mich auch nicht besonders auf Ich glaube, es ist das Beste so Was hätte ich mit dem Kinder anfangen sollen Aber ich hatte viel dabei gelitten Und es wurde Spätherbst, bis ich wieder aufstehen konnte Sie waren alle sehr gut zu mir Und die Geldangelegenheit ist jetzt auch soweit in Ordnung Das heißt, Julius und ich sind übereingekommen Dass ich den größten Teil meiner Brillanten verkaufe Und mit dem Erlös einen Teil der Schulden abstoße Dann will ich zum April eine kleinere Wohnung nehmen Und die überflüssigen Möbel verkaufen Was brauche ich auch fünf Zimmer Drei tun's auch Und dann schaffe ich die Köchin ab Und spare von meinem monatlichen Geld Das mir der Graf gibt So viel, dass ich nach und nach alles tilgen kann Die Kaufwut muss mit meinem Zustand zusammengehangen haben Denn jetzt ist es aus damit Und ich bin wieder wie früher Von Maria habe ich nichts mehr gehört Mitte Juni ist sie fort nach Ostende Und im Juli ist der Haushalt hier aufgelöst Und Markiewicz hat die Möbel zurückgeholt Und ist kein Lebenszeichen von ihr direkt gekommen Aber ein indirektes Lebenszeichen habe ich doch erhalten Denn im November, als ich schon wieder auf war Kam mein Graf eines Nachmittags zu mir Und gab mir einen Brief, den er erhalten hatte Der Anfang Juli in Köln aufgegeben war Und der so lautete in schlechter Orthographie Hochgeehrter Herr Graf Eine, die es nicht mit ansehen kann Wie sie von derjenigen, die ihnen alles verdankt Betrogen werden Warnt sie, auf ihrer Hut zu sein Thymian ist durch und durch schlecht und verdorben Sie kokettiert mit anderen Männern Hat ein Verhältnis mit einem Arzt Und eins mit einem Kaufmann Mit denen sie hinter ihrem Rücken verkehrt Und sie betrügt Das ist der Dank für ihre große Güte zu der Frau Sie kokettiert mit jedem Mann, der ihr über den Weg läuft Sie kann gar nicht anders Die Schlechtigkeit liegt ihr im Blut Lassen Sie sie durch einen Detektiv beobachten Der wird Ihnen noch anderes aufnotieren Eine aufrichtige Freundin Ich traute meinen Augen nicht und las den Brief zweimal Mein erstes vorherrschendes Gefühl war eine große Bestürzung Die fast schmerzhaft wirkte und über die Entrüstung hinauswuchs Und daneben war ein ungläubiges Gefühl Das die unerhörte Gesinnungsgemeinschaft nicht fassen wollte Ich habe dieser Frau nicht das Geringste zu Leide getan Wir sind als Freunde geschieden Ich bin ihr so in Freundschaft ergeben gewesen Dass ich für sie durchs Feuer gegangen wäre Und mein letztes Stück Brot mit ihr geteilt hätte Und habe ihr alles anvertraut Weil es mir nie in den Sinn gekommen ist Dass jemand so schlecht sein könnte Und ein solches Vertrauen missbrauchen Als ich mich aber von meiner ersten Verblüffung erholt hatte Schien es mir fast komisch Besonders der unfreiwillige Humor der Unterschrift Eine aufrichtige Freundin Und über alledem dachte ich gar nicht daran Dass dieser anonyme Wisch vielleicht meine Existenz bedrohen könne Das fiel mir erst nachher ein Als ich den ernsten, durchdringenden Blick des Grafen auf mir ruhen fühlte Anonyme Briefe pflege ich sonst auf kürzestem Wege In den Papierkorb zu befördern Sagte er Das wird auch mit diesem geschehen Aber Fragen wollte ich dich doch Hand aufs Herz, Thymian Die Wahrheit möchte ich wissen Ist das nur Verleumdung oder Liegt ein Körnchen Wahrheit zugrunde? Da wurde mir erst bewusst, was hier auf dem Spiele stand Aber es hätte mir passieren mögen, was da wolle Ich hätte in diesem Augenblick nicht lügen können Ja Sagte ich leise Er antwortete erst gar nicht Er wandte mir den Rücken und trat ans Fenster Und sah wohl zehn Minuten lang schweigend auf die Straße Dann drehte er sich langsam um Und ich sah, dass es ihm nahe ging Ich hätte es nicht von dir erwartet, Thymian Sagte er leise Nein, ich habe dir vertraut Mein Gott, es war ja töricht Ich hätte doch denken können Und das Letzte verstand ich nicht Ich aber stützte den Kopf in die linke Hand Und bedeckte die Augen mit der rechten Und nie in meinem Leben bin ich mir so klein und verächtlich Und so schlecht vorgekommen Als in dem Augenblick Und nie in meinem Leben habe ich mich so geschämt Als in der Stunde Ich war zerknirscht bis in die Seele Und ich würde es wie Befreiung empfunden haben Wenn er mich geschlagen hätte Und wenn er mir zugerufen hätte Ich solle mich fortscheren, wie ich gehe und stehe Und er zieht seine Hand von mir Und gibt mir keinen Pfennig mehr Aber nichts, nichts von alledem Es ist wirklich tragisch, dass man dir nicht so böse sein kann Als wie du es verdienst, Thymian Sagte er nach einer Weile Ich will dir nicht mal Vorwürfe machen Wie kann ein alter Mann wie ich auch von einem schönen jungen Weibe Wie du Treue erwarten Von einer Dirne willst du sagen Rief ich und konnte nicht mehr an mich halten Und brach in ein wildes Schluchzen aus Und zum ersten Mal in meinem Leben weinte ich über mich selber Darüber, dass ich in Wahrheit und Wirklichkeit eine Dirne bin Nichts besseres und Edleres als die Ärmsten der Armen auf der Gasse Die um Nickel und Pfennige ihren Leib verkaufen Denn wenn ich es nicht wäre Würde ich in diesem Augenblick gelobt haben Alles abzubrechen Und fortan nur ihm allein angehören Zum Dank für alles, was er an mir tut Und schon getan hat Aber ich konnte es nicht versprechen Ich konnte nicht Denn ich wusste, dass ich mein Versprechen nicht halte Und das wäre dann schlechter als schlecht Das wäre tatsächlich gemein gewesen Ja, wenn ich nur diese unglückliche Neigung für Julius nicht hätte Oder wenn ich stark genug wäre, sie zu besiegen Aber ich bin es nicht Ich bin eine Dirne Lass nur gut sein, Thymian Wir wollen nicht weiter darüber reden Sagte der Graf Es bleibt alles beim Alten Und es ist alles beim Alten geblieben Aber gerade das quält mich so entsetzlich Ich komme mir zu elend vor Ich mag dem alten Herrn nicht mehr in die Augen sehen So schäme ich mich Seine Güte erdrückt mich Wie ich zum ersten Mal in meinem Bett aufrecht saß Und die Schwester mir das Haar aufgeflochten hatte Und die langen Strähnen über meine Schulter flossen Und ich sie durch die Finger gleiten ließ Entdeckte ich in der schwarzen Flut ein weißes Haar Ich war zuerst erschrocken Und nachher stimmte es mich wehmütig Ich bin erst 27 Jahre alt Und schon ein weißes Haar Vielleicht bin ich mit 35 eine Greisin Wenn ich dann doch nur sterben könnte Ich habe oft eine so unendliche Sterbesehnsucht im Herzen Ende von Abschnitt 29 Abschnitt 30 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Sonja Abschnitt 30 1. Januar 1900 Ich hatte mir fest vorgenommen, wieder am Silvesterabend einzuschreiben Aber gestern Abend war D. da und aß seinen Silvesterkarpfen bei mir Es war mir lieb, dass er gekommen war Man hängt in solchen Stunden doch allzu sehr seinen Gedanken nach Der Graf war wieder bei Bekannten zum Silvester-Soupé Und Julius kommt bei solchen Gelegenheiten ja überhaupt nie Da gehört er seiner Familie, sagt er D. ist ebenso einsam wie ich Wir erzählten einander allerlei Und tauschten Ansichten über dies und jenes Er hat was sehr Nettes, Frisches Und wir harmonieren in vielen Teilen miteinander Wie unsere Unterhaltung um Mitternacht eine Weile verstummte Sah er mich plötzlich lange an Und sagte kopfschüttelnd Was hättest du für eine prachtvolle Ehefrau abgeben können, Thymian? Wenn ich den Schurken in den Fingern hätt, der dich unter die Füße gebracht hat Die Knochen knacken tät ich dem Hund Es hat doch wohl in mir gesteckt, sagte ich trübe Ach, red mir nichts vor, sagte er fast böse Ein Weib wie du kann nur durch Unglück so in die Tinte geraten Der Graf könnte von meiner Freundschaft zu D. wissen Wir sind, seitdem wir uns wiedersehen, wirklich nur Freunde, gute Kameraden Wir hörten die Silvesterglocken das neue Jahrhundert einläuten Auf ein glückliches neues Jahr, sagte D., als wir anstießen Auf, dass ich meinen Wunsch erfülle, sagte ich Und der wäre? Ruhen, sagte ich schwermütig Sterben Kind, Kind, das Leben ist kurz und der Schlaf unterm Rasen lang Dir fehlt das Salz des Lebens, Thymian Arbeit, Geist- und Körperanspannende Arbeit Ich antwortete nicht Was soll man da sagen? Das raten sie mir alle, die es gut mit mir meinen Schafft mir Arbeit, die mir Geist- und Körperkräfte anspannt Ich bin bereit Aber das sind alles Reden Helfen kann mir niemand Die Karre ist verfahren Mein Leben ist in Grund und Boden verpfuscht Ich wollte, ich wohnte erst draußen Auf meinem Schöneberger Gutshof Mai 1900 Im vorigen Monat erhielt ich eines Morgens früh einen Brief aus G. von Justizrat Ellbaum Ich hatte gleich solche Ahnung, dass er irgendeine bedeutungsschwere Mitteilung enthielt und öffnete ihn mit Herzklopfern und mein Gefühl hatte mich nicht betrogen Der Justizrat schrieb mir, dass Vater am 11. März gestorben ist Er soll längere Zeit krank gewesen sein Die Apotheke wird von Meinert übernommen Der, wie der Justizrat schrieb Demnächst heiratet und durch die Mitgift seiner Braut In Besitz größerer Mittel kommt Sodass er einen Teil der Hypotheken auslösen kann Als erste abzulösende Hypothek Käme nun die mir von meiner Mutter her Zustehende Forderung von 40.000 Mark in Betracht Die zum 1. Oktober Oder auf meinen Wunsch auch schon früher Ausbezahlt werden könnte Seinen sachlichen Mitteilungen fügte er zum Schluss hinzu Dass die Witwe, Frau Helene Gotteball Mit ihren zwei unerzogenen Kindern Gänzlich mittellos aus ihrem bisherigen Heim hinausgehe Und sich und die Kinder durch ihre Hände Arbeit ernähren müsse Die Verkaufssumme der Apotheke betrage nur wenige Tausend Mark mehr Als wie die darauf ruhende Schuldenlast Ich war tief bewegt über Vaters Todesnachricht Und dass ich sie so erhielt Dass die Lehne es nicht mal der Mühe wert gehalten hatte Mir die Anzeige direkt zu schicken Das erfüllte mich mit Hass und Bitterkeit Gegen dieses ordinäre Weib Dem ich es doch allein zu verdanken habe Dass Vater mir so ganz entfremdet Und ich so ganz heimatlos wurde Dass sie meine Adresse nicht wusste Ist kein Entschuldigungsgrund Das Justizratsbrief erreichte mich doch auch Obgleich derselbe an Frau Gräfin Thymian Ostdorf Adressiert war Den ersten Tag verbrachte ich in tiefer Trauer Und meine Seele war voll Erinnerungen Und wehmütiger Betrachtungen Und erst am Tag darauf fiel es mir ein Warum der Justizrat an mich schrieb Und dass ich ihm antworten musste Und da dachte ich mir alles so durch Dass die beiden armen Würmer eigentlich doch nichts dafür können Und dass es immerhin Vaters Kinder sind So wie ich unsere Verwandten kenne Als Wohlhabende kommen ja nur die Nordmarscher Von Mutters Seite in Betracht Werden sie keinen Finger rühren Der Frau zu helfen Und werden sich nicht darum kümmern Was aus den armen Kindern wird Ob sie verhungern oder verkommen Oder was mit ihnen wird Ich bin gewiss nichts nutzt Und zähle nicht mehr mit Aber das könnte ich doch nicht übers Herz bringen Dass ich hier in Überfluss und Luxus lebe Und müsste denken Die armen kleinen Männchen Hätten nicht das Nötigste Nein, da würde mir doch jeder Bissen im Munde aufquillen Dass ich ihn nicht herunterbrechte Schließlich sind es doch meine Halbgeschwister Und wer weiß, ob in dem Mädelchen Nicht auch ein Tropfen des gefürchteten Blutes ist Das Erbteil des französischen Kokottchens Die dem Urgroßvater Gotteball durchbrannte Was ist denn die scharfe Klippe An der meistens Tugend Die sogenannte Und Unschuld scheitern Das ist doch die Armut Das Unvermögen Sich in den Besitz von Dingen zu setzen Die man gern haben möchte Und auf legalem Wege nicht erlangen kann Behüten kann ich sie freilich auch nicht Und was werden soll, wird doch Jedenfalls brauche ich die Erbschaft Nicht so nötig als sie Und da habe ich mir ausgedacht Dass ich mir 20.000 Mark auszahlen lasse Und damit meine Schulden bezahle Und den Rest als notwendig behalte Und um mal jemand helfen zu können Zum Beispiel Emmy und ihrem Bräutigam Die so gern eine Wirtschaft pachteten Und tausend Taler dafür brauchen Sie hat mir vor einem Jahr Auch das Lehnstuhlkissen zu Weihnachten gestickt Und damit bewiesen Dass sie auch was für mich übrig hat Die anderen 20.000 Mark Will ich auf der Sparkasse in G deponieren Und die Zinsen sollen der Lehne Als Erziehungsbeitrag ausgezahlt werden Bis zur Mündigkeit der Kinder Und damit mir meinen Schluss nicht leid würde Habe ich es gleich dem Justizrat geschrieben Ein paar Tage danach schrieb mir die Lehne Einen langen Danksagungsbrief Worin sie mir mitteilte Dass Vater schon länger als ein Jahr Am Magen gelitten habe Und er habe unendlich viel ausgestanden Sie flocht natürlich auch taktvoll ein Dass der Gram um mich Ihm auch am Herzen gefressen habe Und schloss mit der ebenso Zart fühlenden Versicherung Dass sie das Geld gut anwenden Und ihre Kinder zu braven Geachteten Menschen erziehen würde Naja Was soll man auch anderes verlangen Ich möchte nur wissen Ob Vater gar keine Sehnsucht Nach mir gehabt hat Er hat mich doch geliebt Und ihm ist es sicher nicht eingefallen Sich über meinen moralischen Tiefstand zu entrüsten Mir will der Gedanke nicht aus dem Kopf Dass sie ihn abgehalten haben An mich zu schreiben Und mich zu rufen Ich wohne jetzt in der Bülowstraße Vier Zimmer Eine niedliche, behagliche Wohnung Der Graf kommt lange nicht mehr So oft als früher Ich glaube nicht, dass ich ihm leid werde Aber es scheint ihm doch An die Nieren gegangen zu sein Dass ich ihm nicht ganz treu war Aber eigentlich ist das Blödsinn Treue kann doch nur da sein, wo Liebe ist Und dass ich ihn liebte Durfte er sich doch nicht einbilden 14. August Tannenduft und Quell durchrieselte Waldgründe Es zog mich wieder nach dem Harz Im Juni war ich drei Wochen Mit dem Grafen auf seinem Gut Ich wunderte mich, dass er mich dahin mitnahm Ich hatte Befehl, mich den Leuten gegenüber Frau von Ostdorf zu nennen Gründe unbekannt Der Aufenthalt war ganz nett Nur etwas unbehaglich wegen der Heimlichkeit Wir machten immer Umwege Um nur keinen Gutsnachbarn in die Arme zu laufen Der Graf meinte, ich müsste etwas Landluft Aber realistische genießen Weil ich mich immer noch nicht so recht erholt habe Ich hätte an meiner Stelle lieber Das arme, sieche Weib Die schwarze Schwalbe hingeschickt Eine frühere Bekannte aus meiner Ballhauszeit Ich traf sie dieses Frühjahr mal auf der Straße Und weil sie so elend und abgerissen aussah Und sich so scheu an den Häusern entlang drückte Redete ich sie an Mein Gott doch, wie jemand so rasch herunterkommen Und aus den Kleidern fallen kann Sie war vor ein paar Jahren eine der schicksten Mädchen Und nun so ganz zusammengefallen und reduziert Sie ist krank Was ihr fehlt, habe ich nicht herausbekommen Jedenfalls durch und durch sieh' ich Und arm dazu, da natürlich niemand auf so etwas Appetit hat Sie erzählte mir, dass sie kurze Zeit vorher mal faktisch nichts zu essen gehabt hat Und acht Tage lang buchstäblich von Hundefutter gelebt habe Ich lasse sie seitdem bei mir in der Küche mittags essen Das Schloss ist herrlich Ein wuchtiger, feudaler Bau im romanischen Stil Ich fühle mich sehr wohl darin Mein alter Freund und ich kommen sehr gut miteinander aus Wir sind uns in diesen Wochen innerlich etwas näher gekommen Besonders gut gefiel mir die Bibliothek Wenn es regnete, war es immer so gemütlich darin Ich hätte tagelang von Morgen bis Abend In einem der tiefen Safian-Sessel sitzen und lesen können Eines Nachmittags war ein Gewitter und die Luft sehr schwül Ich war deshalb nach dem Kaffee über meiner Lektüre ein bisschen eingeduselt Wachte aber vom Donner wieder auf Und da es blitzte und der Regen wie aus Kannen niederschüttete Stand ich auf und trat in eine der tiefen Fensternischen Um mir den Aufruhr da draußen ein bisschen anzusehen Ich hatte das weiße Point-Lace-Kleid mit der langen Schleppe an Weil mein Graf mich doch am liebsten in Weiß sieht Und reckte mich etwas, um über die bunte Verglasung Durch die klaren Scheiben sehen zu können Und das falbe Gewitterlicht floss durch das Fenster Und erfüllte die Nischen mit einer schwefelgelben Halbhelle Wenn dich ein Maler so sähe In der Stellung und der Beleuchtung Würde er dich sofort skizzieren und festhalten Sagte der Graf Die hohe Spitzbogenumrahmung des Fensters Das farbig gebrochene Licht Der fahle, weich zerfließende Widerschein des Gewitterhimmels Und du mitten darin So hoch, schlank, weiß, königlich Wirklich stimmungsvoll Ja, natürlich So ein altes Schlossinterieur ist durchaus der passende Rahmen für mich Erwiderte ich trocken Weißt du, dass ich mich vor anderthalb Jahren eine kurze Zeit Mal wirklich mit dem Gedanken trug, dich zu heiraten? Sagte er ernst Das kann ich mir kaum vorstellen Antwortete ich Es ist auch besser so Für uns beide Sagte er Ich schwieg Aber unwillkürlich vertiefte ich mich in die Vorstellung Herrin dieses Schlosses geworden zu sein Ich pfeife auf den Adel Und alles feudale Unwesen Aber das glaube ich wohl Dass ein solcher herrlicher Besitz Von Generation auf Generation vererbt Seinen Inhabern ein gewisses Hochgefühl Ein Gefühl des Unabhängigseins Und des Isoliertstehens von dem lärmenden Menschenhäufchen Das in Staub und Schweiß um seine Existenz kämpft, verleiht Ich habe mehr Hochachtung vor diesen alten, stolzen Gebäuden Die Jahrhunderte an ihren Mauern vorüberfließen ließen Als vor ihren Besitzern Wir redeten nachher nicht weiter darüber Der Graf scheint weder eifersüchtig noch misstrauisch mehr zu sein Hätte auch keine Ursache dazu Mit Julius komme ich ja so wenig zusammen Und mit D verkehre ich wirklich nur platonisch Ende Juli reiste mein Graf nach Holstein Auf das Gut eines Bruders Dessen Sohn Hochzeit hat Und nachher wollte er nach Böhmen Auf meinen Wunsch brachte er mich nach Ilsenburg Seitdem ich damals vor Jahren im Harz war Habe ich Sehnsucht dahin Immer in den Sommermonaten in Berlin Und besonders als es mir so schlecht ging Schwebte mir die Kühle und Ruhe der Harz duftenden Tannenwälder Und das malerische Quellengeriesel Als etwas paradiesisch Schönes vor Heimlich hoffte ich auch, bekannte Hamburger dort zu finden Ich möchte gern diesen und jenen mal wiedersehen Der Harz ist ja immer gerammelt voll von Hamburgern Aber bis jetzt ist mir noch niemand Bekanntes begegnet Überall fremde Gesichter An D schrieb ich mal eine Ansichtspostkarte Und vier Tage später steht er abends in Lebensgröße vor mir Er hätte eigentlich an die Ostsee gehen wollen Dann aber, als er meine Karte bekam Lust zu einer Harzreise bekommen Und nun hat er sich hier festgesetzt in Ilsenburg Und wir durchstreifen täglich die Wälder und Berge Und sind treue Kameraden Er kriegt manchmal elegische Anwandlungen Gestern hatten wir im Walde ein hübsches Plätzchen gefunden Ich setzte mich auf einen moosgepolsterten Stein Und er legte sich lang ins Gras Und so verweilten wir da zwei geschlagene Glockenstunden Ohne ein Wort zu sprechen Es war die reine Waldkirche Die Quelle rieselte und rauschte und murmelte Und die Ameisen zirpten Und ein Vöglein piepte Und das blaue Himmelslicht floss Wie durch grünes Kathedralglas In den feierlich stillen Waldraum hinab Und es war eine Ruhe ringsum Dass man die Brust hätte öffnen mögen Um den welterlösenden Frieden In sich auf und mit hinaus Und mit hinein in das wüste, ruhelose Leben zu nehmen Könnte man doch den Frieden Solcher Waldstunde auslösen und heimtragen Alles so wunderbar andächtig Herrlich, ruhig Nur das eigene Herz Bimmelt wie arm Sünderglöcklein in der Brust Und erinnert einen daran Dass der rechte Frieden wohl nie von außen nach innen gelangt Sondern seinen Ursprung tief innen im eigenen Seelengrund finden muss Ja, ja, Thymian Ich wollte, ich hätte dich zehn Jahre früher kennengelernt Sagte D. unvermittelt, als wir weitergingen Das wäre schon zu spät gewesen Sagte ich Denn ich hatte noch nicht lange Meinen sechzehnten Geburtstag gefeiert Als ich ein Kind bekam Er schüttelte den Kopf Und wollte etwas erzählt haben In dem Augenblick war ich nicht in der Stimmung Aber am anderen Abend Als wir durch den Wald gingen Sagte ich ihm manches Und wie alles gekommen war Und er sagte, dass er nie heiraten werde Weil er alle Frauen Die für ihn in Betracht kämen Mit mir vergliche Und keine mir das Wasser reiche Ich bin nicht im gewöhnlichen Sinne eitel Aber das zu hören macht mir doch Freude Ich möchte ihn auch ungern als Freund verlieren Und das würde ich unzweifelhaft, wenn er heiratete Emi und ihr Schatz sind selig, dass ich ihnen das Geld leihe Ich habe vor, zum 1. Oktober selbst nach G zu fahren Und das Geld in Empfang zu nehmen Ich habe Heimweh nach den Gräbern Gräber sind doch noch das Einzige, was ich auf der Welt besitze Was mein ist, ganz mein Ende von Abschnitt 30 Abschnitt 31 von Tagebuch einer Verlorenen Von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Sonja Abschnitt 31 November Wir werden beide, Falb, mein Büchelchen Du und ich Deine Blätter gehen zu Ende Und mein Leben ginge am besten auch zu Ende Aber da wir beide nicht zusammen ausreichen Werde ich dir einen neuen Blätteranhang einheften Ja, ja Viel Gutes hast du von mir nicht zu wissen bekommen Ich habe heute Nachmittag alles durchgelesen Und es war mir dabei, als ob ich alles noch einmal durchlebte Viel hätte ich noch mehr schreiben können Aber ich hatte nicht immer Zeit und Lust, gleich alles zu registrieren Wehmut beschlich mein Herz, als ich die kindlichen Eintragungen aus meiner ersten Jugendzeit las Breit aus die Flügel beide O Jesu, meine Freude Und nimm dein Küchlein ein Will Satan es verschlingen So lass die Englern singen Dies Kind soll unverletzbar sein Gute Tante Frieda, ahnungsvoller Engel Kein guter Stern stand über deinem Haupte Und kein gefälliger Heiliger trug deine fromme Bitte zu deinem Jesus Als du für dein armes, mutterloses Küchlein betetest Satan hat es verschlungen Es ist untergegangen, verspeist von Satan Welt Den es alle Zeit nach jungem, süßem, schmackhaften Menschenfleisch hungert Ach, diese Reise nach Hause hat alles wieder so aufgewühlt in mir Ich wäre besser nicht hingefahren Schon als ich hinter Hamburg kam Und das heimatliche Idiom wieder in meinen Ohren klang Wurde es mir schwer und traurig ums Herz So fremd klang es mir Als wäre ich ein Menschenleben lang fort Und nicht erst elf Jahre Der Menschenschlag ist dort so ganz anders So viel derber, gerader Alltäglicher, einfacher Eine unüberbrückbar tiefe Kluft trennt mich von meiner Heimat und ihren Menschen Es war schon dunkel, als ich anlangte Ein trüber, kalter Herbstabend Über dem flachen Land, das sich weit um das Städtchen ausbreitet Lag ein düsteres, rotes Licht Über das Wolken wie schwarze Nachtvögel zogen Ich ließ meinen Handkoffer in den deutschen Hof bringen Und mir dort ein Zimmer geben Mein Abendessen nahm ich auf meiner Stube ein Und nachher wanderte ich im Dunkeln noch eine Zeit lang durch die Straßen Als ich über den Marktplatz ging und vor unserer Apotheke stand Zitterten meine Knie Und das Herz stand mir fast still vor Aufregung Und ein rasendes Verlangen, hineinzutreten, überfiel mich Und ehe ich es mir überlegte, war ich die Stufen hinauf Und stand im Flur Und von da trat ich in die Apotheke Und verlangte Pfefferminzplättchen Ich hatte einen dichten Schleier vor das Gesicht gebunden Aber der junge Mensch, der mich bediente, hätte mich auch so nicht gekannt Die Tür zum Kontor stand halb angelehnt und am Pult stand Meinert Ich sah ihn deutlich Sein Haar ist spärlicher und seine Züge sind schärfer geworden Sonst ist er der Alte geblieben Im Flur sah es wüst aus Die Lene hatte in den Tagen ihren Umzug Der Kleiderschrank aus Vaters Schlafzimmer und das Vertikoffer aus der guten Stube Standen auf dem Flur Und Kisten und Kasten lagen wild übereinander gestapelt umher Ich stand ein Weilchen still Und ich kann nicht so genau wiedergeben, was in mir vorging Blitzschnell zogen eine Menge Bilder an meinen Augen vorüber Ich sah mich als Kind über den Flur laufen Dachte an den Abend, als Meinert mich auf seinen Schultern da die Treppe hinauftrug Sah Mutters Sarg zu der Flügeltür hinaustragen Und durchlebte noch einmal die Stunde Als ich an dem schauerlichen Abend nach Elisabeths Selbstmord Die dämmerige Treppe hinaufschlich An dem Abend, als mein Verhängnis seinen Anfang nahm Und wie ich zur Tür hinausging, wusste ich Dass ich zum letzten Mal in meinem Leben die Schwelle meines Elternhauses überschreite Dann ging ich noch eine Stunde lang kreuz und quer durch die Straßen Bei Tante Frieda waren die grünen Rouleaus mit den Watteau-Bildern in grau und braun niedergelassen Und dahinter brannte die Lampe Die alte mit dem blank geputzten Messingfuß Ich kenne sie ja so genau Und auf dem Fensterbrett standen Töpfe mit Blattpflanzen und Blumen Alles wie ehedem Und ich wusste, sie sitzt auf dem Sofa und strickt Und zählt Maschen Und liest nebenbei die Zeitung oder ein erbauliches Buch Vielleicht zieht auch gerade in dem Moment ein flüchtiger Gedanke an die Verlorene Die unten im Abendduster auf der Straße steht Durch ihre gute, kleine, altjungfern Seele Ich schlief nur wenig in der Nacht Morgens frühstückte ich in der Wirtsstube Und die Wirtin, eine noch ziemlich junge, mir fremde Frau Begrüßte mich Und ich knüpfte ein Gespräch mit ihr an Und fragte sie im Lauf derselben nach der Familie Gotteball Ich wäre mal früher als Kind bei derselben auf Besuch gewesen Ja, das ist sehr traurig für die arme Frau Gotteball Dass sie nun so schlecht nachsitzt Sagte die Wirtin Und die Kinder noch so jung Und kommen erst in das Alter, wo sie Geld kosten Der Mann hat ja schrecklich ausgehalten, ehe er starb So geht es, wenn man solch ein Leben führt Wieso denn? Fragte ich Ach Gott, er war ja rein des Täubels nach den Frauensleuten Sie haben ihn hier allgemein Na, ich will nicht sagen, wie genannt Ehe er sich verheiratete Hat er es mit den Wirtschafterinnen toll getrieben Einer hat sich mal ersoffen Sowas rächt sich Er hat ja nachher auch genug an seiner Tochter gehabt Die von der ersten Frau, wissen Sie Ja, gewiss, Thymian Ich bin kurze Zeit mit ihr zur Schule gegangen Was ist aus ihr geworden? Hat sie geheiratet? Die? Iwo Ich hab sie nicht gekannt Ich bin ja erst sieben Jahre hier Und da war sie schon fort Sie soll bildhübsch gewesen sein Aber so eine, wissen Sie An der Hopfen und Malz verloren war Frau Gotteball hat mir selber mal erzählt Es war natürlich für sie als Stiefmutter keine Kleinigkeit Das Mädel anzunehmen Mit eben 15 Jahren hat sie sich mit dem Provisor Meinert Der jetzt die Apotheke hat abgegeben Und ein Kind von ihm bekommen In Hamburg hat sie abgelegt Seit der Zeit ist sie nicht mehr nach hier gekommen Sie soll sich nachher in Hamburg und Berlin Als Straßendirne rumgetrieben haben Was aus ihr geworden ist, weiß kein Mensch Wahrscheinlich ist sie irgendwo im Rindstein verendet Sowas krepiert ja schließlich doch im Dreck Ja, ja Sagte ich Sowas krepiert todsicher im Rindstein Also geheiratet hat sie nicht? Einmal ging hier die Rede Sie hätte in Berlin einen Grafen geheiratet Aber das ist natürlich nur Schnack Frau Gotteball glaubt selbst nicht dran Ein Graf wird so ein Mensch Die ein anderer nicht mit der Feuerzange anfasst Auch noch heiraten Wer es glaubt, zahlen Thaler Der olle Gotteball hat auf seinem letzten Ende noch die Nücken Und wollte seine Tochter herhaben Aber das hat Frau Gotteball natürlich nicht gelitten Und darin kann man sie auch nicht verdenken So ein Frauenzimmer möchte ich noch nicht mal in die Betten haben Sie wusste ja auch gar nicht, wo sie sich herumtreibt Und ob sie noch lebt Ich nickte und sagte Schließlich ist der Provisor doch schuld an dem Unglück Und der ist in der Apotheke geblieben? Ja, ja, er ist tüchtig Und der Alte war zuletzt tatterig Na und den Mannsleuten Verdenkt man es ja auch nicht so Erbt denn die Thymia nichts von ihrer Mutter? Fragte ich Die war doch vermögend, soviel ich weiß Die Wirtin wusste darüber nichts Woraus ich sah, dass die Lene Sich darüber wohlweislich ausgeschwiegen hat Wie geht es dem alten Fräulein Gotteball? Fragte ich weiter Ach, die ist auch höllisch stumpf geworden Sagte die Frau Aber sie macht doch noch immer so mit Mit ihrem Bruder kam sie seit Jahren nicht zusammen Nur in den allerletzten Tagen ist sie da gewesen Die Schwägerinnen können einander nicht ausstehen Frau Gotteball ärgert sich darüber Dass die Frieda gar nichts für ihre Kinder übrig hat Wo sie doch an dem anderen Mädel so einen Narren gefressen hatte Jetzt natürlich verflucht sie sie auch So, so, sie verflucht sie auch? Sagte ich und erkundigte mich nach Lenes Adresse Sie wohnt jetzt in der Weihgasse Um ein Uhr war ich zum Justizrat bestellt Ich kenne den alten Herrn von früher her Er blitzte mich durch seine Brillengläser scharf an Aber ich bin Menschenkennerin genug, um zu bemerken Dass eine Veränderung zum Wohlwollen in seinen Zügen vorging Seine Anrede, Frau Gräfin, verbat ich mir höflich Und er sucht ihn, mich Frau Ostdorf zu nennen Gleich darauf kam auch Meinert Wenn er mir höflich und gleichgültig gegenübergetreten wäre Hätte ich mit keiner Wimper gezuckt Ich hatte ja Zeit, mich auf dieses Wiedersehen vorzubereiten Und meine einzige Empfindung für diesen Menschen ist abgrundtiefe Verachtung Aber er lächelte höhnisch, machte mir eine ironisch tiefe Verbeugung Und redete mich mit hohen triefender Stimme Frau Gräfin an Das war zu viel Ich fühlte, dass ich kreideweiß wurde Ich zitterte Es wurde mir dunkel vor den Augen Ich musste mich rasch setzen, weil sich alles um mich drehte Ich vergaß alle Selbstbeherrschung und sagte nur ein Wort Schurke Was befehlen, Frau Gräfin? Fragte er frech, während er das Bündel Banknoten hervorholte Wollen Sie der Dame die Summe vorzählen? Sagte der Justizrat Ja, ich werde sie der Dame vorzählen Wiederholte er mit einer bezeichnenden Betonung und lachte spöttisch Da war es aus mit meiner Fassung Sie, Sie, Halunke Sagte ich Sie, Sie hätten alle Ursache, die Augen vor mir niederzuschlagen Anstatt mich zu verhöhnen Jawohl, in die Erde hinein schämen müssten Sie sich vor mir Wenn noch ein Funken von Gewissen und Ehrgefühl und Gerechtigkeitssinn in Ihnen wäre Ich, ich kann vor Gott und den Menschen verantworten, was ich getan habe Denn ich habe mir alles selber angetan und habe keinem Menschen sein höchstes Gut, seine Ehre und seinen guten Namen gestohlen Und habe kein Menschenleben auf dem Gewissen, das ich zugrunde gerichtet hätte Und wenn es einen göttlichen Richter gibt und wir beide einst vor ihm stehen werden, wird er recht sprechen zwischen uns Ja, lachen Sie nur Sie sind auch noch nicht zu Ende Ich habe in meinem Leben niemals jemand etwas Böses gewünscht und getan Aber Ihnen wünsche ich, dass Sie am eigenen Leibe, an Ihren eigenen Kindern einmal erfahren, was Sie an mir gesündigt haben Die Sünden der Väter rächen sich an den Kindern Vielleicht sprechen wir uns nochmal wieder Und vielleicht würde ich dann lachen können, wenn ich so schlecht wäre wie Sie, Schurke Sie können mich ja gar nicht beleidigen, sagte er Eine Dame der Straße hat Redefreiheit Der Justizrat saß an seinem Schreibtisch und blätterte in den Akten Aber auf einmal schlug er mit der Hand auf den Tisch und sprang auf und donnerte los Kein Wort weiter, Herr Meinert Ich verbitte mir jede anzügliche beleidigende Redensart gegen die Dame Jawohl, Dame, wiederholte er In meinem Büro und in meinem Beisein Sie haben zu zahlen und Frau Ostdorf wird quittieren Und damit Punktum und Basta Meinert grinte und zählte die 40.000 Markscheine auf den Tisch Und ich nahm die Feder, die der Notar mir reichte Und unterschrieb das Instrument und sah Meinert nicht mehr an Als er schon zur Tür hinaus war, setzte ich mich wieder Ich dachte, ich wäre ohnmächtig geworden So war mir zumute Der Justizrat legte mir die Hand auf die Schulter und lud mich ein, mit in sein Wohnzimmer zu kommen Und eine Tasse Kaffee mit ihm zu trinken Und ich nahm es an, denn ich fühlte mich zum Umfallen elend Wie ich mich drüben in dem Spiegel sah, erschrak ich vor mir selber Mein Gesicht war quittegelb und die Lippen bläulich Ich kann nicht beschreiben, wie mir zumute war Der heiße, starke Kaffee tat mir gut Die alte Frau Justizrat ist auch vor kaum einem Jahr gestorben Der alte Herr war sehr nett zu mir Ich fasste mir ein Herz und fragte ihn, ob es wahr wäre, dass Vater den Wunsch ausgesprochen hätte Mich vor seinem Tode noch mal zu sehen Ja, sagte er, das weiß ich sicher Er hätte sie sehr gern noch mal gesehen Und diesen Wunsch sogar zu mir persönlich geäußert Aber wie das ist Sie standen sich nicht besonders mit der Stiefmutter Na und die Frauen in unseren kleinen Nestern Sie wissen ja Na und dann ging es zuletzt auch sehr rasch zu Ende Viel rascher als man dachte Sonst natürlich Sie stand in seinem Herzen entschieden am nächsten Es war für ihn gut, dass es schnell zu Ende war Er hat viel gelitten Gegen drei verabschiedete ich mich vom Justizrat Und ging in die Weihgasse Nach der Lehne hatte ich kein Verlangen Aber die Kinder interessierten mich und ich wünschte, sie kennenzulernen Die Lehne kannte mich offenbar im Augenblick nicht und war dann etwas perplex Sie wollte mir Kaffee kochen, aber ich dankte und blieb, bis die Kinder um vier aus der Schule kamen Unsere Unterhaltung schleppte sich etwas einsilbig dahin Ich war nicht in der Stimmung, ein gleichgültiges Gespräch zu führen Und über das, was mir am Herzen lag, konnte ich mit der Frau nicht reden Sie ist unförmig dick und sehr alt geworden und sieht etwas vergrämt aus Und deshalb brachte ich es nicht über mich, mit ihr zu rechten Dann kamen die Kinder Der Junge hat etwas Ähnlichkeit mit Vater Vorläufig ist er sehr hässlich Ein strubeliger Rotkopf mit einem richtigen Flegelgesicht Das Mädel ist ganz die Lehne Nicht sehr groß, aber robust Mit einem faustdicken, strohblonden Zopf im Nacken Einfach, aber sehr proper gekleidet Ein frisches, ovales Gesicht Mit groben, nicht unschönen Zügen Die nur durch eine plumpe Nase etwas verunstaltet werden Ich hatte allerhand für die Kinder mitgebracht Ein paar Bonbonieren und eine schöne Puppe Und für den Jungen Spielsachen Kinderhände sind ja so leicht gefüllt Sie mussten mir die Hand geben und sich bedanken Und ich versuchte ein paar Worte mit ihnen zu sprechen Und war froh, als ich wieder fort konnte Dieser Besuch hatte mich über einen Punkt beruhigt Meine kleine Halbschwester hat ganz sicher keinen Tropfen Von dem wilden, heißen, leichtsinnigen Blut Claire Gotteballs in sich Sie wird nicht fallen Sie wird auf ihren strammen Beinen feststehen im Leben Sie ist keine Antilope, auf die die Männer Jagd machen Wenn sie doch fallen sollte Dann wird es das Verhältnis des Borstenviehs und Metzgers sein Aber ich bin überzeugt, die fällt nicht Die zweite Lehne Sie wird einmal eine brave Hausfrau werden Und ihren Kindern dann als abschreckendes Beispiel Die Mythe von der schlechten Thymian An der Hopfen und Malz verloren war Und die im Straßendreck krapierte, erzählen Mittlerweile war es fünf geworden Die Sonne schien in die Straßen Und setzte funkelnde Lichter in die blanken Fensterscheiben Und flimmerte auf den roten Ziegeldächern Und es war warm wie im Mai Aber draußen vor der Stadt, wo die Straßenzüge in die verpachteten Gärten münden, machte sich der Herbst bemerkbar Bunte Georgenen schmiegten sich an die Planken Und das Laub war fahlfarbig und raschelte bei jedem Luftzug, wie wenn der Wind durch Totenkränze zieht Ich ging den schmalen Weg zwischen den Planken zur Schleuse hinüber Es trieb mich mit unwiderstehlicher Gewalt nach der Stelle An die sich für mich die traurigsten Erinnerungen meines Lebens knüpfeln Auf der Wiese, gerade da, wo damals Elisabeths Leiche lag, spielten Knaben Sie ließen Drachen steigen und schrien und lachten und balkten Selige Kindheit Ich aber stand lange an der Schleuse oben Und sah in das Wasser, das brausend und schäumend durch die geöffneten Türen stürzt Und dachte, was geworden wäre, wenn sich damals die schwarzen Wasser über mir geschlossen hätten Ob ich dann heute ein neuer Mensch wäre Ich glaube an ein Wiederkommen Und ich möchte wissen, ob man so gar keine einzige Erinnerung Sich mit in das neue Leben hinüber retten kann So gar keinen Schimmer vom Bewusstsein, was gewesen Und wäre es nur zur Warnung und zum Bessermachen Und dann ging ich zum Kirchhof An der Mauer stand der alte Ebereschenbaum im vollen Schmuck seines korallenroten Bärenbehanges Von denen wir uns als Kinder Ketten machten und dann Königin spielten Meine Schritte wurden immer langsamer, bis ich an den Gräbern meiner Eltern stand Was mich in dem Augenblick bewegte, das kann ich nicht in Worte fassen Ich weiß nicht, wie mir war In den verflossenen Jahren hatte ich sozusagen vergessen, dass noch ein Mensch auf der Welt existierte Mit dem ich durch Bande des Blutes und des Herzens verbunden war Aber in dem Augenblick stieg ein unbeschreibliches Gefühl in mir auf Und trieb mir das Wasser in die Augen Eine heiße Sehnsucht Nur ein, ein einziges Mal Vater wiederzusehen Ihn zu umarmen und Abschied von ihm zu nehmen Ich habe in den vergangenen Jahren oft gemeint, dass er viel Schuld an meinem Unglück war Aber in dem Moment, als ich an seinem Grabe stand, ging das alles unter in dem Bewusstsein, dass Er mich unendlich geliebt hat Auf seine Art geliebt Dass diese Liebe sich nicht auf die Weise äußerte, die mir, dem heranwachsenden Mädchen zuträglich war War nicht seine Schuld Sein Temperament und seine Veranlagung waren der Fluch seines eigenen Lebens Und er konnte doch nichts dafür, dass sich dieser Fluch auf mich vererbt hat Ich stand lange, lange vor den Gräbern Dem Eingefallenen und dem noch hügelartig Gewölbten Ich hielt Zwiesprache mit den Gräbern Die beiden, die wiesen mich nicht ab Für die war ich nicht die Dirne Die Verachtete, Verlorene Die Heimatlose, Geächtete Für sie war ich nur das Kind Das nach lange Irrfahrt heimkehrt zu den Seinen Und wie die Dämmerung des Herbstabends die Gräber umkreiste Bildete ich mir ein, die Schatten der Verstorbenen zu sehen Wie sie emporstiegen aus dem feuchten Kirchhofsgrund Und die Arme nach mir ausbreiteten, um mich aufzunehmen in ihre Ruhe Der Heimatlosen das letzte, sicherste Heim zu geben Aus dem niemand sie wieder vertreiben kann Träume Nur der Wind schütterte durch das Welkelaub Und die Dunkelheit legte sich wie eine verhüllende Decke Über meine Gräber Ich musste scheiden Ein wildes Trennungsweh presste mir das Herz zusammen Ich sank plötzlich in die Knie Und küßte unter Tränen die Erde, in der meine Lieben wohnen Und sagte immer halb bewusstlos die zwei Worte Vater, Mutter Und weiß nicht, wie lange ich da gelegen hab Und als ich endlich aufstand, waren mir die Füße bleischwer Und ich stand, als ich aus dem Tor trat, erst eine Weile an der Mauer Weil mir das Schluchzen in der Kehle stieß Und ich nicht die Hand vor den Augen sah vor lauter Tränen Dann ging ich rasch weg Bei Tante Frieda brannte wieder die Lampe, als ich vorüberging Ich zauderte ein wenig Eine Sekunde schwankte ich, ob ich hineingehen sollte Aber ich unterdrückte den Wunsch Wozu? Es wäre ein trauriges Wiedersehen gewesen Geschehenes ist nicht ungeschehen zu machen Und sie verflucht mich ja auch Und hätte mir womöglich die Türe gewiesen Ich eilte ins Wirtshaus zurück Um so rasch wie möglich fortzukommen Weder von Lene noch von Meinert war zu erwarten, dass sie schwiegen Und in ein paar Stunden konnte das ganze Nest von meiner Anwesenheit wissen Und dann konnte ich mir vergewertigen Dass die Wirtin mich mitsamt meinen Sachen hinausschmiss Weil mein Sohn-Frauenzimmer doch nicht in die Betten haben kann Um halb neun fuhr ich ab Und fuhr die Nacht durch und war früh in Berlin Wie ich in meinen gemütlichen Räumen wieder anlangte Atmete ich auf Und es war alles wie ein Spuk Ein albdrucksschwerer Traum Diese traurige Reise im Oktobernebel zu den Toten Aber Tage, ja Wochen vergingen Ehe Meinerts höhnische Fratze mich verließ Und ich an meine letzte Heimkehr denken konnte Ohne dass die Erinnerung an jene fürchterliche Viertelstunde Im Büro des Justizrats mir die Galle ins Blut trieb Jetzt bin ich ruhiger Nur eine stille Wehmut ist in mir zurückgeblieben Manchmal meine ich, ich hätte Vater jetzt erst wiedergefunden Dem Lebenden war ich entfremdet Der Tote gehört mir ganz Wer weiß wie lange Ich möchte fromm werden Nur um an ein Wiedersehen zu glauben Ende von Abschnitt 31 Abschnitt 32 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Sonja Abschnitt 32 April 1901 Ich fange nachgerade an, mich in das spießbürgerliche Milieu, in das ich als Privatier eigentlich gehöre, hineinzuleben Was man nicht alles mit ein paar Tausend Meter Draht haben kann Das hätte ich früher wissen sollen Wenn's gut geht, werde ich nochmal dekoriert und komme in die Woche Singular Mit dem Plural ist es wohl endgültig aus Es ist schön, Geld zu haben Man kann so viel Freude damit machen Ich selber hab's ja nicht nötig Mein Graf gibt mir reichlich, was ich brauche Und Julius und D. machen sich Dito ein Vergnügen daraus, mir meine eventuellen Extra-Wünsche prompt zu erfüllen Aber andere Leute brauchen so notwendig etwas Kleingeld Ich brauche nur die Augen aufzumachen So viel Elend und Kummer und Armut sind auf der Welt Und es gibt wahrlich keinen schöneren Luxus, als den, mit geschlossenen Augen und offenen Händen wahllos auszustreuen unter den Ärmsten der Armen Meine schlechten Erfahrungen habe ich freilich auch gemacht Der weißen Doris bot ich die Stelle als Wirtschaftlerin bei mir an Sie kam auch, und ich hoffte, dass sie sich recht wohl und heimisch bei mir fühlen würde Ich gab ihr reichlich Lohn und ein gutes Zimmer und viel Geschenke Und abends saßen wir in meinem Wohnzimmer recht gemütlich beisammen und plauderten Aber sie hielt nur zwei Monate aus Eines Sonntagsabends ging sie fort und kam nicht wieder nach Hause Am Montag schrieb sie mir, dass sie ihre Sachen abholen lasse Sie hatte einen alten Schatz im Ballhause gefunden und war mit ihm gegangen Und sie schrieb, dass sie es ja gut bei mir gehabt hätte und mir ein dankbares Andenken bewahre Aber sie nehme doch lieber wieder eine Stelle als Kellnerin an Zweimal hatte ich noch eine Bekannte von früher Die eine stahl, was los und fest war Die andere steppte mir, nachdem sie sich sechs Wochen brav gehalten hatte, nachts kerle mir die Wohnung Und einmal traf ich mittags ihren Schatz, einen ganz verkommenen Louis, in der Küche Da konnte ich sie natürlich nicht behalten Durch die Wohltätigkeit bin ich nun in einen ganz anderen Verkehrskreis geraten Meine Waschfrau war nämlich in Wochen gekommen und hatte das Kindbettfieber Und ich besuchte sie, fand entsetzliche Armut, tat, was ich konnte Und nahm die beiden kleinen Würmer, die da hilflos umherkreuchten, einstweilen mit und behielt sie bei mir Eines Tages besuchte mich eine Diakonisse, die wohl sehen wollte, ob die Kinder bei mir gut aufgehoben waren Und als sie hörte, dass ich kleine Kinder sehr gern habe, meinte sie, ob ich nicht dem neu organisierten Frauenverein für Säuglingsfürsorge beitreten möchte Ich sagte nicht ja, nicht nein, aber etwa 14 Tage später kam eine Dame zu mir mit einer Liste und bat um einen Beitrag Und erklärte mir, dass es sich um eine neue Sache handele, nämlich um die Sorge für uneheliche Mütter und deren Kinder Ich fand das so schön, dass ich gleich 100 Mark zeichnete, worüber die Dame augenscheinlich sehr erfreut war Und sich nun vorstellte und ganz warm wurde Eine Frau Dr. S., eine recht liebe Dame, sie fragte mich natürlich auch unter der Hand ein bisschen neugierig aus Und erfuhr von mir, dass ich Witwe bin, gar keinen Verkehr unterhalte und sehr zurückgezogen lebe Sie meinte, ob ich nicht Freude daran hätte, meine überflüssige Zeit in den Dienst einer guten Sache wie diese zu stellen Das Feld der Wohltätigkeit sei so weit und man brauche, um es wirksam zu bebauen, viele willige Hilfskräfte Ich antwortete ausweichend, aber die Frau Dr. muss wohl geplaudert haben Denn in der nächsten Zeit kamen öfters Damen mit Sammellisten und Billetten für Wohltätigkeitsgeschichten Und einige davon machten sich ganz familiär bekannt mit mir und forderten mich auf, Mitglied ihres Vereins zu werden Und schließlich ließ ich mich wirklich breitschlagen und ging mal hin zu einer Versammlung Und seitdem bin ich nun mittendrin Ohne mein Zutun muss ich die mehr verbreitet haben, ich sei eine reiche, wohltätige Dame Denn ich werde überall mit offenen Armen empfangen und sogar etwas hofiert Und in einem Verein bin ich kürzlich als Vorstandsmitglied vorgeschlagen Und werde in der Generalversammlung wohl angenommen werden So kann der Mensch heutzutage, ohne einen Finger zu rühren, avancieren Wenn er nur etwas überflüssiges Kleingeld oder noch besser, ein paar überflüssige blaue Zettel im Portemonnaie hat Das Portemonnaie macht wirklich den Menschen Mein Graf, den ich natürlich, ehe ich so etwas beginne, immer erst um seine Meinung frage, hat nichts dagegen Nur warnt er mich, nicht allzu sehr hervorzutreten Das fällt mir natürlich auch nicht ein, aber ich werde gegen meinen Willen in den Vordergrund gedrängt Dadurch habe ich nun eine Reihe neuer Bekanntschaften gemacht Die, weil es gebildete Damen sind, mit tadellosen Umgangsformen Eigentlich besser zu mir passen als meine früheren Bekannten von der Friedrichstraße und Umgegend Aber ob diese feinen, anständigen Damen moralisch so turmhoch über die andere Welt Die sie so spöttisch die Halbe nennen, hinausragen, möchte ich noch stark bezweifeln Ich denke dabei nicht an das, was im allgemeinen Sinne gewöhnlich als Moral gilt Nach meiner Ansicht umfasst das Wort Moral einen universellen Begriff aller schönen menschlichen Eigenschaften Und nicht nur den kleinen Ausschnitt, der das geschlechtliche Leben der Einzelnen observiert Außer der groben und eigentlich mehr äußerlichen Moral, die sich die Menschen gezimmert haben Gibt es doch noch eine feine Moral der Seele, die mit der anderen gar nichts gemein hat Man kann sehr wohl mit beiden Füßen durch Schlamm und Schmutz warten und seine Seele klar und rein halten Und kann eine äußerlich hochgeachtete, ehrbare Frau und doch durch und durch unanständig sein Weil niedrige Gesinnung, Kleinlichkeit und innere Gemeinheit, Seele und Denkungsart versauen und verpesten Nie habe ich zum Beispiel früher von so einer gehört, dass sie so schandhaft über ihresgleichen lästert Wie zum Beispiel die Frau Dr. T. über ihre Feindin, die Frau Rechtsanwalt Z Wenn so eine sich mal ereifert, da ist es schon mehr wie das Pusten vom großen Nilpferd im Zoo Es klingt nicht fein, aber es schadet niemand, man lacht höchstens darüber Aber wenn solche Dame niederträchtig sein will, das ist wie ein Schlangenstich, lautlos und tödlich Oh Gott, haben diese Weiber aus Berlin weh, die in Großmut und Wohltun machen, teilweise Zungen Ich könnte Stücke verplaudern, aber meine Zeit und mein Buch sind mir zu schade dafür Na und dies Wohltun, Schweigen und Denken tut niemand kränken Ich denke, mein Teil Diese Wohltätigkeitsvorstellungen sind ja die reine Landplage Wer 30 Billette kauft und bezahlt, wird Ehrenmitglied des Vereins Und wer 100 Billette bezahlt, kriegt einen Orden Dabei geben die Matadorinnen der Wohltätigkeit selbst meist keinen roten Heller dazu Sie hängen nur anderen ihre Billette auf und tun das Reden Schwamm drüber Im Februar verkaufte ich auf einem Bazar Lose und wurde alle reißend los Die jungen Mädchen waren alle neidisch Das belustigte mich Wenn ich es drauf anlege, will ich mich verpflichten, sie noch alle auszustechen Diese mehr oder minder hübschen jungen Gänse Ich fürchte mich nur immer, einem früheren Bekannten wieder zu begegnen Bis jetzt ging es gut Der Graf teilt meine Befürchtung und rät mir immer wieder, mich zurückzuhalten Mein Graf schenkte mir neulich einen feenhaften Jupon zu 300 Mark Weiße Seide mit gelben Spitzen in Krusterien Ein kleines Kunstwerk und gut genug für eine Königin Ich freute mich kindisch darüber Aber als ich mich acht Tage lang daran gefreut hatte Überlegte ich, dass man für das Geld, was so ein Ding kostet, doch viel Gutes tun kann Und kurz und gut, ich verklopfte ihn an meine Schneiderin für 120 Mark Und die verkaufte ihn wieder einer Kundin mit 30 Mark Verdienst Und die 120 Merker habe ich der geschiedenen Schutzmannsfrau im Hofe geschenkt Dafür kaufte die sich eine Nähmaschine und lässt ihren lahmen Jungen Der kaum auf seinen nach innen gekrümmten Füßen gehen kann, operieren Wozu ich natürlich zuschießen muss Als der Graf gestern fragte, ob ich den Jupon schon mal angehabt hätte, beichtete ich ihm Er war nicht böse, meinte aber, das sei doch töricht von mir Denn auf diese Weise hätten wir 150 Mark weggeworfen Das ist wahr Wenn ich künftig sowas vorhabe, will ich mir doch lieber das Geld geben lassen September Mein Graf wollte mich diesen Sommer um sich behalten Wir waren wieder eine Zeit lang auf seinem Schloss in Schlesien Und dann fuhr ich mit ihm nach Holstein und wohnte in Gremsmühlen Während er auf einem Gute bei Plön war Im Hotel waren viele Hamburger, aber meist spießbürgerliche Leute und keine Bekannten von früher Nur zu allerletzt traf ich eine Frau aus Burgfelde, deren Schwester auf der Uhlenhorst wohnt Und diese Schwester, die auch ein paar Tage in Gremsmühlen war, kennt Ludwig und seine Frau Aber sie wusste nicht viel von ihnen Kinder haben sie nicht Ich lernte dort einen netten älteren Herrn aus Altona kennen Einen Regierungsrat AD Und später auch seinen Neffen Einen sehr schneidigen, noch ganz jugendlichen Hauptmann Wir machten zusammen öfters Partien in der Umgegend, die wirklich reizend ist Und suchten alle Plätze auf, die in Vos Luise vorkommen Anfang August fuhren die Herren nach Zopot und sie forderten mich auf mitzukommen Was ich nur allzu gern tat, da auch Julius mit seiner Familie dort im August ist Es traf sich so glücklich, dass der Graf im August mit einem Freund nach dem Rhein musste Um dort ein Besitztum, das dieser kaufen wollte, zu besichtigen Und so konnte ich hinfahren, wohin ich wollte Wir nahmen zusammen im Kurhaus Wohnung Julius wohnte mit seiner Familie in einer Villa im Ort Schon in den nächsten Tagen traf ich sie am Strande Ich hatte seine Frau nur einmal vorher gesehen Vor Jahren im Apollo-Theater Und da sah sie so blass und leidend und unbedeutend aus Ich erkannte sie nicht wieder Eine so hübsche, elegante Frau ist sie Das gab mir einen Stich durchs Herz Denn nun verstehe ich, warum er mir nichts als freundschaftliche Gefühle geben kann Wenn ich ihn an der Seite der anmutigen Frau Und die beiden umgeben von ihren Kindern Wovon die Älteste ein bildschönes Mädel ist, sah War mein Herz voll Neid, Groll und Bitterkeit Und ich musste mir Gewalt antun, um meine Empfindungen nicht zu verraten Ich reiste deshalb auch schon Mitte August wieder ab Und habe hier in Berlin wieder meine Vereinstätigkeit aufgenommen Und war vorige Woche auf einem Gartenfest bei einer Baronin L Zum Besten der mutterlosen Säuglinge Und verkaufte Rosen Sie sind ja noch wie ein junges Mädchen, liebe Frau Osthoff Sagte die alte Dame, die sich übrigens dadurch auszeichnet, dass sie keine Simili-Wohltätigkeit ausübt Sondern wirklich große Summen ausgibt Von ihnen werden die Herren schon Rosen kaufen Na, daran lag es denn auch nicht Ich bekam 10 und 20 Mark für jeden Stängel und konnte einen ansehnlichen Batzen abliefern Mein kleines Kapital ist schon stark zusammengeschmolzen Macht nichts Dezember 1901 Wenn ich Freude oder Schmerz empfinde, bist du meine Freundin, zu der es mich hinzieht, Geliebtes Ich bin sehr krank Ich fürchte, es geht bergab mit mir Im November hatte ich Blutbrechen Ich bin so einsam und verlassen Oft wandere ich stundenlang von einem Zimmer in das andere und möchte immer losweinen D kommt sehr selten mehr Ich hörte zufällig, er poussiert eine reiche Witwe vom Kurfürstendamm Ja, freilich Alles nimmt mal ein Ende Und trotzdem habe ich eine wahnsinnige Angst vom Sterben Vor der langen Nacht in Grabesenge 18. März 1902 Ja, mein Geliebtes, da sind wir wieder auf dem Eingangspunkte angelangt Das Leben ist ein ewiger Kreislauf Immer in der Runde So rum, so rum Mit meinen feinen Damenbekanntschaften ist es nun essig geworden Und das kam so Ich war im Februar eines Abends zum Tee eingeladen Bei der Frau Dr. K., die ich vom Verein her kenne Und wie wir schon alle da sind, kommt noch ein Brautpaar Frau K.'s Bruder mit seiner Braut Einem jungen, nüchternen Ding Und der Bräutigam auch so ein junger Kerl von 5, 26 Jahren Ich kann mich nicht entsinnen, ihn früher je gesehen zu haben Aber ich merkte sofort, dass er mich kannte Denn er stutzte zurück und klemmte sein Monokel ein Und stachte mich unverschämt an Und wie nachher musiziert wurde, drängte er sich an mich heran Und flüsterte mir mit einem Blick, der wohl vernichtend sein sollte, zu »Wie kommen Sie hierher, Thymian?« Ich sah ihn hochmütig an »Was wünschen Sie?«, fragte ich »Ach, was verstellen Sie sich doch nicht«, sagte er brüsk »Ich habe Sie früher oft genug im Café Keck und National getroffen« Ich wandte ihm den Rücken, aber mir war trotzdem nicht wohl dabei Ich wusste, dass er mich unmöglich machte, wenn er plauderte Nach einer Weile steht er plötzlich wieder hinter mir und traunt mir zu Mein Freund Abraham kann jeden Augenblick kommen Der kennt Sie auch Ich will durchaus nicht, dass er Sie hier bei meiner Schwester antrifft Richten Sie sich bitte danach Ich hätte den unverschämten Judenbengel erdolchen können »Sie irren sich«, sagte ich Aber er schnitt mir das Wort ab »Machen Sie keine Wippchen, Thymian Wenn mein Schwager wüsste, wen er hier zu Gast hat, könnten Sie sich freuen Und wenn Sie sich nicht freiwillig zurückziehen?« Ich hörte die Drohung aus seinen letzten, zwischen den Zähnen gemurmelten Worten Und ich war nicht im Zweifel, dass er sie wahrmachen würde Was blieb mir übrig, als das Feld zu räumen, wollte ich es nicht auf einen Skandal ankommen lassen Aber es hat mich furchtbar gegiftet Ich habe die Nacht kein Auge geschlossen Ein paar Tage darauf erhielt ich ein Schreiben vom Vorstand unseres Vereins In dem ich ohne Angabe von Gründen höflich, aber sehr bestimmt ersucht wurde, mein Amt als Vorstandsdame freiwillig niederzulegen Da wusste ich genug Der freche Judenjunge hat nicht den Mund gehalten Und ich bin abgetan in diesem Kreis Ein für allemal unmöglich Wenn ich Israeli als Judenjunge bezeichne, will ich damit nicht sagen, dass man bei einem Juden überhaupt solche Frechheiten und Unverschämtheiten voraussetzen kann Ich habe im Gegenteil gerade von Juden immer ein schevallereskes Verhalten konstatieren können Die Affäre hat mich mehr mitgenommen, als sie eigentlich wert war Ich bekam vor Aufregung und Ärger einen Blutsturz und musste 14 Tage liegen Julius und mein Graf sagen beide dasselbe Sie hätten vorausgesehen, dass es so kommen würde Und es sei überhaupt ein Wunder, dass es so lange gut gegangen sei Ich sei eine viel zu markante Erscheinung, als dass ich unbemerkt in der Menge untertauchen könnte Im Grunde liegt ja auch nichts daran Ich habe nicht allzu viel daran verloren Richtig befreunden hätte ich mich mit diesen Damen doch nicht können Und wenn ich Wohltätigkeit üben will, weiß ich andere Wege, auf denen ich es kann Ohne diese Vereinsmeierei Aber schrecklich unangenehm ist es mir doch Ich geniere mich, den Frauen zu begegnen Man sollte wirklich unverfrorener sein D. kommt wieder öfter Die Poussage mit der Witwe ist im Sande verlaufen Er bedauert immer, dass er mich nicht heiraten kann Ich setze in Gedanken dann jedes Mal hinzu Warum nicht? Und muss im Stillen lächeln Wie klein sind doch die Menschen Wie eng sind ihre Seelenkammern Und wie beschränkt ihre Ansichten Sie rennen immer mit den Köpfen gegen das hölzerne Plankwerk ihrer gesellschaftlichen Rücksichten Und ihre eigenen stocksteifen Vorurteile Mit denen sie sich selber umgeben haben Und anstatt frisch und couragiert die Planke zu überspringen Und sich keckt das Glück jenseits der Grenze zu holen Drücken sie sich scheu an der Mauer entlang Und schielen seufzend durch die Breschen Nach dem Unerreichbaren, Unmöglichen Ende von Abschnitt 32 Abschnitt 33 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Sonja Abschnitt 33 12. Juni Der Mensch denkt und die Götter lenken Julius musste Anfang Mai nach Basel Und da er sehr überanstrengend und nervös ist Wollte er die Gelegenheit benutzen Und sich ein paar Wochen ausspannen Zumal er jetzt einen tüchtigen Assistenten Zur Vertretung da hat Er wollte mich mitnehmen Und ich freute mich grenzenlos Mal einige Wochen lang ihn ganz für mich zu haben Ich war ganz selig in der Aussicht Dem Grafen erzählte ich Dass ich zu einer Freundin nach Dresden fahre Was ich nebenbei auch beabsichtigte Ich freue mich nämlich sehr, dass es Emmy und ihrem Shani so gut geht Sie haben im vorigen Jahr pünktlich die Zinsen bezahlt Und schreiben immer so dankbar und vergnügt Ich war schon mächtig am Packen Es war Dienstag und Freitag wollten wir abfahren Als ich plötzlich ans Telefon gerufen wurde Eine fremde Stimme ruft mich an Ich solle gleich in die Bärenstraße zum Grafen kommen Er wünsche mich zu sprechen Mir vorgleich der Schreck in die Glieder Denn ich dachte sofort, dass es sich um etwas Besonders handelt Sonst lässt er mich doch nicht in seine Wohnung kommen Ich war überhaupt erst einmal da Natürlich ging ich sofort hin Und fand ihn krank Er hatte entsetzliche Ischias Schmerzen Und war auch sonst nicht recht wohl Und nun wollte er, dass ich tagsüber bei ihm bleibe Und ihm Pflege und ihm Gesellschaft leiste Was sollte ich machen? Nein sagen durfte ich nicht Und hätte ich auch ohnehin nicht getan Denn das wäre eine Gemeinheit ohnegleichen gewesen Wo er so viel für mich tut Ich tröstete mich anfangs mit der Hoffnung Dass er wohl in einigen Tagen besser sein werde Und ich dann Julius nachreisen könne Aber sein Zustand verstechterte sich von Tag zu Tag Zuerst war mir der Gedanke, dass meine ganze Reise Auf die ich mich so unendlich gefreut hatte Ins Wasser fallen sollte, unerträglich Und ich habe geheult wie ein kleines Kind Aber nach und nach fand ich mich dort rein Und dann war es mir fast angenehm Dass ich meinem alten Freund dieses Opfer bringen konnte Das Bewusstsein befriedigte mich unendlich Und es machte mich fast glücklich Dass ihm meine Nähe offenbar angenehm Und ich ihm gewissermaßen unentbehrlich war Das sind weiche, pflegende Hände Sagte der alte Sanitätsrat, der ihn behandelte, einmal galant Indem er meine Hände in die Seinen nahm und sie betrachtete Sanfte, zarte Frauenhände wie diese Sind die besten Assistenten des Arztes Es war aber doch eine schauderhafte Zeit Der alte Herr hatte grauenhafte Schmerzen Und abends hohes Fieber Mehrere Male bin ich des Nachts dageblieben Furchtbar ist es, jemand so leiden zu sehen Und daneben sitzen und nicht helfen können In solchen Augenblicken Wird man sich so recht seiner deprimierenden Ohnmacht Als Mensch bewusst Man kommt sich vor wie eine Marionette Wünsche und Wille sind nichts als Drähte In unsichtbaren Händen Das Sklavenhafte des Menschtums Wird einem bewusst Auch kein Atomchenmacht ist einem mitgegeben Dem Schicksal gegenüber haben wir nur Pflichten Keine Rechte Ein paar Tage und Nächte war ich auf das Schlimmste vorbereitet Nach einer bösen Nacht Als mein alter Freund aus einem kurzen, unruhigen Schlummer erwachte Nahm er meine Hand Und drückte sie und sagte, dass er für mich gesorgt habe Und wenn ihm etwas ankäme Sei meine Existenz doch gesichert Aber ich möchte ihm eins versprechen Nicht wieder in das unordentliche Leben von früher zurückzukehren Ich bin keine Seelenchirurgin Dass ich meine eigenen Empfindungen immer zerlegen und analysieren könnte Und in dem Augenblick war auch wieder so ein unklares, verworrenes Durcheinander Von Stimmungen und Gefühlen in mir Ich empfand seine Bitte und seinen Wunsch als etwas tief Deprimierendes Und konnte ihm doch keinen Vorwurf deshalb machen Weil ich tatsächlich sein Vertrauen einmal täuschte Das heißt, Vertrauen? Nein Gerade weil er mir doch nie ganz vertraute Na einerlei Aber das kann ich heilig beschwören Dass ich in der Zeit nicht ein einziges Mal daran dachte Was werden sollte und was werden könnte Wenn mein alter Freund sterben sollte Denn in diesen bangen Stunden und Tagen zitterte ich für sein Leben Ich habe ihn nie geliebt, wie ein Weib den Mann liebt Aber meine heiße Dankbarkeit hat eine Art töchterlicher Zärtlichkeit in mir erweckt Und ich will verdammt und verflucht sein, wenn mich ein unsauberer Hinter- und Nebengedanke leitete, als ich ihn pflegte Als er besser wurde, ließ er mich gar nicht mehr von sich Den Herren, die ihn hin und wieder besuchten, stellte er mich als seine Nichte und Pflegerin, Frau von Ostdorf vor Und ich wurde natürlich von allen mit großer Achtung und Ehrerbietung behandelt Nach acht Tagen, gerade an dem Tag, wo Julius von seiner Reise wieder zurückkehrte Machten wir die erste Ausfahrt in den Tiergarten Und übernächste Woche reisen wir nach Wiesbaden Auch ein vergnüglicher Aufenthalt bei der Hitze Aber ich freue mich vor allen Dingen, dass ich meinen alten Herrn behalte Seine Krankheit und mein Pflegerinnenamt haben ihn mir eigentlich erst wieder recht lieb und teuer gemacht Ich habe das Gefühl, dass wir beide zueinander gehören Und das ist schon viel, wenn man so allein steht in der Welt wie ich Julius meint, der Aufenthalt in Wiesbaden würde mir auch gut sein Ich huste noch immer Eigentlich fehlt mir jetzt nichts, aber zuweilen bin ich so unsagbar matt und abgespannt Ich schreibe das den vielen Nachtwachen während der letzten Wochen zu 1. September Seit zwei Wochen sind wir wieder in Berlin Die Kur in Wiesbaden ist meinem Grafen sehr gut bekommen Er ist wieder ganz flink auf den Beinen Aber mein Husten hat sich immer noch nicht gebessert Der Wiesbadener Arzt riet mir, noch ein paar Wochen nach Schlangenbad zu gehen Und der Graf bestand darauf, dass ich es tat Ein scheußlich langweiliges Nest, dieses Schlangenbad Ich nehme auf Anraten des Arztes täglich in der Mittagsstunde Sonnenbäder Ich glaube, ich bin total blutarm Das ist meine Hauptkrankheit Da in Schlangenbad traf ich endlich einmal Bekannte von früher Nämlich die Ammer aus Hannover Sie ist jetzt in Leipzig und verdient, wie sie sagt, kolossal viel Geld Hatte dieses Frühjahr aber das Pech, einen Hautausschlag zu bekommen Nun ist sie schon überall herum bei den berühmtesten Spezialitäten Und es ist auch ziemlich wieder gut Im Gesicht wenigstens ist sie wieder ganz glatt Und sie nimmt Schlangenbad als Nachkur, da es sehr gut für den Teint sein soll Ihre Wirtin war mit ihr dort Von Ammer erfuhr ich, dass die Kindermann in Leipzig-Golis als Rentier lebt und heiraten vermittelt Auf ihre alten Tage ist sie solide geworden und wirbt für Hümen Ich möchte sie wohl mal wiedersehen und habe ernstlich vor, noch diesen Monat, wo ich Emmy besuchen will, auch einen Abstecher nach Leipzig zu machen Die Ammer ist noch die Alte, womöglich noch hagerer als früher Ich verstehe wirklich nicht, dass die noch immer zahlungsfähige Kunden findet Ihr Gesicht hat einen recht gemeinen Ausdruck Man sieht sofort, was sie ist, trotz ihrer großen und tatsächlich geschmackvollen Toilette Die Wirtin war auch ein fürchterlich gemeines Weib Die ist jahrelang in Leipzig im grünen Affen gewesen Ist später kreuz und quer durch ganz Europa herumgerutscht Und schließlich wieder in Leipzig gelandet Die Sächsinnen scheinen alle von einem großen Patriotismus erfüllt Denn es zieht sie immer wieder nach ihrem geliebten Sachsen zurück Trotz der rigorosen Sittenpolizei ihres Vaterlandes Ich komme nicht mehr richtig ins Fahrwasser mit meinen früheren Kolleginnen Ich bin weit entfernt, mich über sie erheben zu wollen Aber die zotigen Redensarten und überhaupt die ungenierten Erörterungen dieser Koschonerien Ekeln mich direkt an und stoßen mich ab Ich weiß wohl, wenn man dazwischen ist, ist man abgestumpft Es ist dann gerade so, als wenn man eine Kokaineinspritzung vom Arzt an irgendeiner Körperstelle bekommen hat Die die betreffende Stelle unempfindlich macht Man denkt gar nicht mehr daran, dass die geschlechtlichen Verhältnisse eigentlich Punkte sind Über die zu sprechen im gewöhnlichen, bürgerlichen und gesellschaftlichen Leben verpönt ist Aber jetzt kann ich es nicht mehr Und ich würde auch ein solches Leben nicht mehr ertragen können Sondern mich lieber aufhängen 27. September Ich habe meine Absicht ausgeführt und eine kleine Rundreise gemacht Und es tut mir nicht leid, obwohl mein Husten sich wieder Wahrscheinlich infolge eines starken Zuges, den ich im Coupé bekam Fast bis zur Unerträglichkeit verschlimmert hat Die vorletzte Nacht habe ich nicht vor Husten schlafen können Und ich habe so viel Schmerzen und Seitenstechen dabei Dass ich wirklich schon Angst hatte, es könnte wieder Lungenentzündung geben Heute fühle ich mich Gottlob bedeutend besser Also ich war zuerst bei Emmy Oder wie sie jetzt heißt, Frau Häusling Ich überzeugte mich, dass es ihr sehr gut geht Und das freute mich außerordentlich Sie hatten mich so viel eingeladen, sie doch mal zu besuchen Und ich wurde mit großer Herzlichkeit von beiden aufgenommen Sie sind soweit ganz zufrieden miteinander Nur ist Emmy furchtbar eifersüchtiger wie ihren Shani Sie haben ein kleines, feines Restaurant in der Altstadt Und verschenken nur Wein und echte Biere Emmy macht sich recht behäbig als Wirtin Sie hat sich in dem Jährchen sehr verändert, was mir Spaß machte In der Küche und im Haushalt führt sie ein strenges Regiment über die Dienstboten Ihren Koch hat sie kurzerhand herausgeschmissen, weil er mit einem Küchenmädchen karessierte Wie sie überhaupt plötzlich sehr moralisch geworden ist Und durchaus kein Verhältnis zwischen ihren Angestellten duldet Das kann ja nun auch jeder machen, wie er will Und ich glaube wohl, dass es unbedingt notwendig ist In dieser Hinsicht unter dem Personal auf Ordnung zu halten Wenigstens im Hause Aber Emmy skandalisierte auch mit dem Oberkellner Weil sie gehört hatte, dass er außer dem Hause ein verhältnismäßiges Leben führte Und dazu hatte sie, wie ich ihr auch sagte Nach meiner Ansicht absolut keine Berechtigung Wirklich geärgert aber hat mich ein Auftritt Wir saßen so gegen zehn im Lokal und tranken noch eine Flasche Wein Emmy, ein Freund ihres Mannes und ich Kommt da eine Dame herein, setzt sich an einen Tisch und bestellt sich ein Dutzend Austern und eine halbe Flasche Wein Ich sah ja auch sofort, dass sie zur Zunft gehörte Und zwar nicht zu den oberen 400 Sie war scheußlich aufgetakelt und ordinär geschminkt Emmy hatte das Mädel kaum ins Auge gefasst Als sie auffuhr, auf sie zurauschte Und ihr ein paar Worte ins Ohr zischte Die Person sah sich ratlos um, lächelte verlegen, erwiderte etwas, wurde aber von Emmy kurz abgefertigt In diesem Augenblick kam der Kellner mit der Platte Austern und dem Wein Emmy winkte ihm, worauf er grinsend mit den Sachen den Rückzug zum Buffet antrat, während das Mädchen aufstand und ging Emmy schimpfte dann noch eine Weile mit dem Kellner und kehrte, noch ganz aufgelöst in sittlicher Entrüstung, an unseren Tisch zurück Wirklich eine Unverschämtheit von dem Gesindel, sagte sie und schnappte vor Eifer und Empörung nach Luft Ja, was war denn? erkundigte ich mich Sahst du denn das nicht? sagte sie So ein Luder von der Straße Kommt mir nichts, dir nichts in ein anständiges Lokal und will hier wahrscheinlich Kundschaft angeln, so ein Best Aber sie saß doch ganz ruhig da und kam niemand zu nahe, wandte ich ein Ganz einerlei, so eine jagt mir die anständige Kundschaft aus dem Lokal Was meinst du, wenn zum Beispiel Exzellenzgeheimrat von drüben gerade mit seinen Damen zum Shoppen gekommen wäre Was öfters abends geschieht und so ein Frauenzimmer da sieht Nee, das gibt's nicht, da wird nicht lange gefackelt Der Schani ist auch so ein alter Schafskopf und sieht mal durch die Finger, aber ich nicht, ich nicht Ich konnte nicht gut etwas sagen, weil der fremde Herr dabei saß, aber ich ärgerte mich wütend über so eine verfluchte Unduldsamkeit Als wir nachher allein waren, konnte ich mich nicht enthalten, nochmals darauf zurückzukommen Du, Emmy, was meinst du wohl? sagte ich Wenn uns früher jemand so mir nichts, dir nichts aus dem Lokal geschmissen hätte Offen gestanden, dass du so intolerant bist, verstehe ich nicht Da sah sie mich groß an und war offenbar sehr unangenehm berührt, dass ich sie an die Vergangenheit erinnerte Was war das wahr? sagte sie kurz Für das Gewesene gibt der Jude nichts Jetzt bin ich eine anständige, verheiratete Frau und halte auf Reputation, besonders im Geschäft Übrigens habe ich mich nie so straßelang herumgetrieben wie die Sorte Ich hielt es für verlorene Liebesmüh, mich mit ihr herumzustreiten Merkwürdig und interessant, wie gedächtnisschwach die Menschen meistens in puncto dessen sind, woran sie sich nicht gern erinnern Von Dresden fuhr ich nach Leipzig, um die Kindermann aufzusuchen Sie wohnt richtig in Golis und zwar im Parterre eines hübschen, willenartigen Hauses und ist sehr nett eingerichtet Sie erkannte mich sofort und war sichtlich erfreut über das Wiedersehen Hat die sich aber verändert Sie ist schrecklich zugealtert und hat furchtbar scharfe und strenge Züge bekommen Na, dass sie ihren Weg gemacht haben, das sehe ich ihnen an, Thymian, sagte sie Da brauche ich gar nicht erst lange zu fragen Aber angegriffen sehen sie aus, Kind Sie sollten jetzt bald sehen, dass sie unter Dach kommen Bis zu dreißig Jahren geht's ja Aber länger soll man nicht machen, sonst ist man für den Lebensrest eine Ruine Haben sie sich etwas erspart? Ich sagte ihr, dass ich verheiratet gewesen bin und einen alten, reichen Freund habe, der für mich sorgt Und sie nickte beifällig und lächelte verschmitzt Ja, ja, ich wusste, dass sie vorwärts kommen Und wo die Kindermann sie angelernt hat, sagte sie Aber ich würde ihnen doch raten, wieder zu heiraten Mit den alten Herren ist das so so Sie versprechen meistens das Blaue vom Himmel herunter Aber wenn sie sterben und nichts Schriftliches gemacht haben, was denn? Da hat man das Nachsehen Das Klügste ist, zur rechten Zeit abzubrechen Und sich eine anständige Abfindungssumme geben zu lassen und dann zu heiraten Wenn sie zum Beispiel nur 30.000 Mark bar hätten, könnte ich ihnen eine famose Partie verschaffen So viel habe ich nicht, sagte ich Aber sie könnten leicht so viel bekommen, wenn ihr Freund reich ist und eine hohe Stellung bekleidet Sie brauchen nur einen Streit vom Zaun zu brechen Und aus lauter Angst, dass sie Skandal schlagen, gibt er ihnen, was sie wollen Wenn sie es gescheit anfangen, kriegen sie 50.000 heraus und noch mehr Ich hätte mehrere Herren, die sich für sie eigneten Einen Musikdirektor mit 7.000 Mark Einkommen Und einen Buchhändler, der medizinische Werke verlegt Und einen Kunsthändler Oder wenn sie Wert auf akademische Bildung legen, einen Oberlehrer Auch ein Arzt, aber der will 80.000 mithaben Lauter ansehnliche, nette Herren zwischen 35 und 50 Der Arzt ist Jude, die anderen sind evangelisch Ich dankte für das freundliche Anerbieten Aber die K meinte, ich würde es mir überlegen und ihr doch nochmal wiederkommen Wenn ich ihren Geschäftsgeist hätte, würde ich auch etwas Selbstständiges anfangen, sagte ich Mein Leben befriedigt mich so wenig, weil ich keine richtige Beschäftigung habe Ja, leider geht ihnen der Geschäftssinn aber total ab, liebes Kind Sagte sie etwas zynisch Ich hab's ja immer gesagt, sie sind zu ideal veranlagt Und dass sie mit ihrer idealen Veranlagung noch so weit durchgekommen sind Und nicht längst elend verendet sind, das ist eben Glück und kein Verdienst Sie ahnen nicht, wie vielseitig die Liebe als Geschäftsartikel ist Und was sich alles aus ihr herausschlagen lässt Man muss ihr nur die praktischen Seiten abgewinnen Zuerst habe ich selbst praktisch in der Branche gearbeitet Dann nahm ich die mehr ideale Seite vor Das heißt, erst die Liebe und dann das Geschäftliche Und nun umgekehrt Zuerst das Geschäftliche und dann die Liebe Ein volles Portemonnaie auf der einen Und ein netter Titel oder auch nur das ewig Männliche auf der anderen Seite Das sind meistens schon genügend starke Magnete, um die Herzen zueinander hinzuziehen Eine merkwürdige Frau, die Kindermann Aber in einer Hinsicht bewundere ich sie Ihre Elastizität und Unverfrorenheit sind wirklich staunenswert Sie ließ mich den Tag nicht mehr weg Zwischen drei und fünf hatte sie ihre Sprechstunden Die an dem Tag aber nur von einem Herrn besucht wurden Nach dem Mittagessen um sechs, das wie in Hamburg sehr reichlich und gut war Tranken wir in ihrem Wohnzimmer Kaffee Sie bot mir Zigaretten an, aber wegen des Hustens darf ich nicht rauchen Sie selbst rauchte eine Zigarre und dabei weihte sie mich in die Mysterien ihres Geschäfts ein Danach werden ihre Dienste meist von Herren und nur ausnahmsweise von Damen in Anspruch genommen Sie hat eine große Anzahl von Agenten oder sogenannten Gewehrsmännern Die fortwährend darauf aussehend reiche, unverheiratete oder verwitwete Damen auszukundschaften Ihre, der Kindermann, Aufgabe ist es dann, Beziehungen zu diesen Damen zu gewinnen Was ihr bei ihrem Raffinement niemals allzu schwer wird Wirklich staunenswert muss ihre Erfindungsgabe sein Sich unter irgendeinem Vorwand an wildfremde Leute heranzuschlängeln Und ihre Heiratskandidaten einzuführen Aber sie hat, wie sie sagt, gute Erfolge Das Interessanteste ist die Tatsache, dass die Damen fast in allen Fällen keine Ahnung von der Mache haben Und nicht wissen, dass sie, anstatt geheiratet zu haben, verheiratet sind Die K. bekommt vier bis zehn Prozent von der Mitgift und steht sich vermoos dabei Ich habe in den letzten Jahren so viel legitimes Glück gestiftet, dass meine illegitimen Sünden dagegen vollständig verschwinden Sagte sie lachend Wenn Sie mir aber kommen, Ihnen mache ich's ganz umsonst, aus alter Freundschaft Und ich suche Ihnen nebenbei noch das Schönste und Gediegenste aus, was ich in dem Artikel Mann auf Lager habe Die Zeit verging rascher, als wir dachten Sie brachte mich selbst zur Bahn Und ich musste ihr versprechen, sie nächste Pfingsten auf ein paar Tage zu besuchen Wo wir dann zusammen einen Abstecher in die Sächsische Schweiz machen wollen Als ich in meiner Wohnung ankam, war niemand da Das Mädchen glaubte, ich käme erst mit dem letzten Zug und war ausgegangen In meinem Wohnzimmer waren die gelben Vorhänge heruntergelassen Und der ganze Raum war voll Blumen Der Graf hatte Rosen gesandt und Julius hatte einen Korb mit Lilien geschickt Und D. hatte einen halben Waggon Rosen gestiftet Überall standen sie umher, in Vasen und Jardiniären, auf Tischen und Panelen und Fensterbrettern Und sogar auf dem Fußboden und strömten einen betäubenden Duft aus, besonders die Lilien Wie ich mich umsah, legte sich mir eine unheimliche Beklemmung auf die Brust Ich musste an eine Totenkammer denken Ich meinte durch den Blumenduft einen leisen Verwesungsgeruch zu spüren Wahrscheinlich war das Zimmer ein paar Tage nicht gelüftet Und vielleicht kam es, weil die gelben Vorhänge eine so wunderliche Beleuchtung, die wie Kerzenlicht wirkte, schufen Ganz sonderbar Ich riss rasch die Vorhänge zurück und die Fenster auf Und wie ich den Lärm der Straße hörte, ging es vorüber Ende von Abschnitt 33 Abschnitt 34 Von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Sonja Abschnitt 34 30. September Ich bekomme noch so oft Bettelbriefe und habe eigentlich gar nicht mehr viel zu verschenken Trotzdem tut es mir immer leid, jemand etwas zu verweigern Gestern traf ich im Zoologischen die ganze Clique meiner ehemaligen Vereinsschwestern Dieses hohen Lächeln auf einigen und die starre, verächtliche Kälte auf anderen Gesichtern Es ist nicht zu sagen Es lief mir eiskalt über den Rücken Und am liebsten wäre ich in die gackernde Gänseschar hineingefahren und hätte rechts und links um mich geschlagen Dass ihnen die Funken aus den Augen gestorben wären Ich ertrage alles, wenn's sein muss Auch ernste, ehrliche Verachtung Aber Hohn ertrage ich nicht Verachtung Ja, wenn sie berechtigt ist Wenn ein armes, schönes Mädchen Mit krankem, verbittertem Gemüt Allein und verstoßen im Leben steht Wenn sich ihr Versuchungen und Verlockungen von allen Seiten bieten Und sie trotz alledem aus innerer Überzeugung Den grauen, eintönigen Weg der Entsagung und bürgerlichen Sittenmoral wählt Dann erkenne ich in diesem Mädchen eine Persönlichkeit an Die eine gewisse Berechtigung hat Auf eine schwächere mit verächtlichem Mitleid herabzusehen Aber diese Gänse Die unter den Augen ihrer Hirten und Besitzer Zeit ihres Lebens auf ebenen, grünen Wiesen weideten Haben wahrhaftig kein Recht über andere Die es nicht so gut hatten, zu Hohn lächeln Es heißt nicht umsonst in der Bibel Wer zu seinem Bruder sagt Du Narr Der ist des höllischen Feuers schuldig Hohn ist noch schlimmer und schlechter Als Mord und Betrug und Diebstahl Und Brandstiftung Und schwere tägliche Beleidigung Er mordet das Heiligste im Menschen Hohn ist teuflisch Seitdem ich im vorigen Jahr in G war Hat die Vergangenheit mehrere Male in mein Leben hineingeleuchtet Zuerst in der Begegnung mit Anna Und dann in dem Wiedersehen der Kindermann Und nun zum dritten Mal Ich hatte Besorgungen gemacht Und bog gerade von der Mauerstraße in die Leipziger Als jemand mich anruft Thymian Ich wende mich um und erkenne in der Dame Die hinter mir steht Meine ehemalige Freundin Grete Seit damals in Hamburg hatten wir uns nicht gesehen Und auch nichts mehr voneinander gehört Wie man so auseinander kommt und einander aus den Augen verliert Jünger ist die in den zehn Jahren nun auch nicht gerade geworden Sie ist lange nicht mehr so schlank und so hyper elegant als damals An anderen sieht man es immer am besten wie die Zeit läuft Und wie rasch des Lebens Maientage vorübergehen Ich gehe schon eine Weile hinter dir Und war meiner Sache nicht recht sicher Sagte sie froh Ich freue mich wirklich Wohnst du hier in Berlin Oder bist du nur auf Besuch Ich wohne hier seit Jahren Sagte ich und erwiderte ihren Händedruck Und dann gingen wir zusammen weiter Ich wusste nicht recht Ob mich dieses Wiedersehen freute Oder ob es mir unangenehm war Ich habe sie immer gern leiden mögen Weil sie nicht so kleinlich und engherzig ist wie die anderen Aber andererseits liegen die Verhältnisse nun einmal so verzwickt Und ich verspüre wahrlich keine Lust Mich nochmal von oben herab abwimmeln zu lassen Jedenfalls konnte ich nicht gleich fortrasen Und musste ihr einstweilen wenigstens standhalten Wir gingen zusammen bis Wertheim Wo sie etwas kaufte Und dort ins Teezimmer Und da erzählte sie mir Dass sie vor acht Jahren einen älteren Herrn am Rhein heiratete Und sich, weil die Sache nicht stimmte Vor wenigen Jahren von ihm scheiden ließ Und seit kurzem mit ihrem einzigen Töchterchen Draußen im westlichen Berliner Ausland In Friedenau wohnt Ich hörte nur mit halbem Ohr hin Und war noch immer im Zweifel Ob ich dieses Wiedersehen als Freude Oder als Pech auffassen soll Sie teilte mir weiter mit Dass sie seit Jahren Romane schreibt Anfangs unter einem Pseudonym Und nun unter ihrem Frauennamen Und ich entsann mich daraufhin Auch schon Sachen von ihr gelesen zu haben Ich war anfangs etwas einsilbig Und beschränkte mich nur auf die nicht zu umgehende Mitteilung Dass ich Witwe bin Sie fragte auch nicht weiter Aber allmählich wurde unsere Unterhaltung lebhafter Und ich wärmer Und sie hat wirklich etwas Nettes, Sympathisches Und ihre Herzlichkeit riss mich hin Und je länger ich sie ansah Desto lieber wurde sie mir Ich begleitete sie in die Linkstraße Und fuhr mit ihr zusammen in der E-Bahn bis zur Bülowstraße Und als wir uns verabschiedeten Versprach ich ihr, sie nächstens zu besuchen Nachher tat mir mein Versprechen fast wieder leid Ich konnte die Nacht darauf nicht schlafen Und erwog immer wieder, was ich tun soll Es zieht mich hin zu ihr Ich sehne mich schon seit Jahren nach einer Freundin Den ausschließlichen Verkehr mit Männern bekommt man auch einmal satt Man kann sich doch besser mit einer Frau aussprechen Und wird eher verstanden Leider sind die meisten Frauen kleinlich und neidisch Und leiden an einer moralischen Engatmigkeit Die ein Verständnis für anderer Leid und Unglück total ausschließt So ist die Grete nun nicht Eine Gesinnungsgemeinheit hat man von ihr auch nicht zu befürchten Sie ist keine Maria und keine Emmy Aber sie ist auch nicht so spießbürgerlich kurzsichtig und unduldsam wie die meisten Sie hat selbst viel durchgemacht Und auf des Lebenskreuzweg verlieren sich die Splitterrichterei Und das hochgemute Pharisäertum von Menschens Gnaden Freilich, wenn sie alles wüsste, hätte es doch anders gehen können, dass sie sich bedankte Und das hätte mich unsagbar verletzt Mehr als der Hohn der Vereinsdamen Mehr als alles andere Ich überlegte, ob ich nicht doch lieber verzichten sollte Dann wieder dachte ich Muss es denn sein, dass sie es erfährt? Meine schlimmen Jahre liegen hinter mir Gegenwärtig lebe ich ruhig dahin und meine Verhältnisse sind geordnet Ich bin Witwe und beziehe von Verwandten meines Mannes eine auskömmliche Rente Ist das etwa gelogen? Die da draußen in ihrem Wohnort und in der ruhigen Beschaulichkeit ihres bürgerlichen Milieus Wird nie mit einem von denen, die mich früher kannten, in Berührung kommen Aber wiederum, ich kann's nicht Ich kann mich nicht verstellen, besonders nicht jemand gegenüber, den ich gern habe Und außerdem ist die Grete klug, sehr klug und kennt die Welt Auf die Dauer hätte sie doch alles durchschaut Ich überlegte und überlegte und schrieb am anderen Tag eine Karte, dass ich am Donnerstagnachmittag herauskomme Es ist sonderbar, welch ein Angang mir es war, diesen Besuch zu machen Ich stand wohl eine Viertelstunde lang vor dem Spiegel Und prüfte mich von Kopf bis Fuß, ob doch nichts Auffälliges an mir ist Und im letzten Augenblick war's mir, als müsse mein Parfum Bouquet d'amour, mich verraten Aber das ist ja lächerlich Auf der ganzen Fahrt mit der Elektrischen wurde ich ein drückendes Gefühl, das fast wie Angst war, nicht los Ich wusste, wenn sie mich irgendetwas fühlen lässt, wenn sie andeutet, dass wir auf die Dauer doch nicht freundschaftlich verkehren können Dann werde ich grob, sackgrob Denn es ist wie ein Explosionsstoff in mir, der nur auf den Zündfunken wartet, um loszusprengen Ich hatte Herzklopfen, als ich an der Rönnebergstraße, in der sie wohnt, abstieg Aber Greta hatte mich schon vom Balkon aus gesehen und kam mir im Hausflur entgegen und begrüßte mich herzlich Ich war etwas befangen Es war ein warmer, sonniger Tag wie im Hochsommer In der schmalen Lodger, unter einer deckenhohen Phönix, war für uns beide der Teetisch gedeckt Gretes Wirtschafterin, eine angenehme, schlichte Person, die schon acht Jahre bei ihr ist Brachte die Kanne und die Tassen und dann kam die kleine Käthe Ein süßes Geschöpfchen mit den blonden Haaren der Mutter und schwarzbraunen Augen herzu Und sagte mir Guten Tag und holte sich einen Stuhl an den Tisch Die Grete plauderte so unbefangen, dass mir immer mehr zur Gewissheit wurde Sie weiß nichts, sie hat keinen Schimmer von Ahnung, wie meine Vergangenheit aussieht Ich wurde immer stiller Ich kann kleine Kinder nicht sehen, ohne Wehmut zu empfinden Und wie das kleine Mädchen das lichte Köpfchen an die Mutter schmiegte Und Grete mit strahlendem Lächeln zwei, drei Küsse auf das rote München drückte Da musste ich wegsehen, weil es mir das Herz zusammendrückte vor schmerzlichem Neid Die Frau ist auch einsam Und das Schicksal hat ihr auch mehr Dornen als Rosen auf den Weg gestreut Aber wie reich ist sie doch im Vergleich zu mir, die ich so bettelarm bin Wenn ich mein Kind hätte bei mir behalten dürfen, wäre es mir auch ein Schutzengel gewesen Der mich vor vielem behütet hätte Aber das ging vorüber Und nachher taute ich auf Und wir sprachen von diesem und jenem und wurden ganz fröhlich Also du schreibst Romane, sagte ich Eigentlich sieht es mir gar nicht so aus, als ob du hier viel Romanhaftes erlebst Sie lachte lustig und meinte, das wäre noch schöner, wenn sie alles selbst erleben sollte Was sie ihren Lesern erzähle, das käme von innen heraus, ohne jede äußere Anregung Aber vielleicht kannst du mir gelegentlich mit Stoff unter die Arme greifen, Thymian, sagte sie Und ob, sagte ich Ich schreibe meine Memoiren in Form eines Tagebuchs Seit meiner Konfirmation führe ich es und trage alles Wesentliche ein Wenn ich sterbe, will ich's dir vermachen Da hast du Stoff für ein Stück auf fünf Romane Ich nehme dich beim Wort, sagte sie Aber vielleicht gibst du mir's schon früher Wollen mal sehen, sagte ich Versprechen will ich's dir nicht, denn das Einschreiben macht mir viel Freude So wie es da ist, würdest du es wohl kaum gebrauchen können Denn es ist etwas kondensiert Und du wirst es nur mit dem Aufguss von ein paar Eimern Brühe Deinem Familienblatt Publikum servieren können Machen wir alles, sagte sie Wenn's sein muss, verdünnen wir auch unsere gute schwarze Tinte mit Wasser und Patchouli Ja, ein großes Glas Eau de Cologne wirst du gebrauchen müssen Um den Hautgou, den nicht jedermann verträgt, etwas zu tilgen, sagte ich Man kriecht nicht umsonst als Zaungast des Lebens jahrelang durch Nesseln und Dornhecken Volle muss man lassen Grete nickte und eine Pause entstand Der Wind trieb von den Linden vom Haus her eine große Anzahl gelber Blätter über den Tisch Und in die Stille hinein tönte das Rasseln und Klingeln der Elektrischen, die durch die Rheinstraße fährt Und an der Ecke eine Haltestelle hat Es erfüllte mich plötzlich mit Misstrauen, dass Grete nicht eine einzige Frage an mich richtete Ich wusste nicht zu unterscheiden, ob ich es ihr als Zartgefühl oder Teilnahmslosigkeit auslegen soll Und das bedrückte mich momentan Aber nachher kamen wir wieder in Stimmung Ich blieb zum Abendessen und brachte das kleine Käthchen mit in ihr weißes Himmelbettchen Als es darin lag, faltete es die Hände und sprach sein Nachtgebetchen Abends, wenn ich schlafen gehe, vierzehn Englein um mich stehen Und so weiter Und als der Vers zu Ende war, setzte es aus eigenem Antrieb hinzu Lieber Gott, lass meine Mama gesund bleiben Und das ergriff mich so, dass mir Tränen in die Augen kamen Ich dachte bei mir, du liebes, unschuldiges, kleines Küken Was du in deiner Einfalt erbittest Das ist freilich die Quintessenzbedingung für dein Gedeihen zum Glück und zum Guten Wenn man bedenkt, was einem Kinder alles mit der Mutter verloren geht Na, ich hab's erfahren Gegen zehn brachte mich Greta an die Haltestelle an der Kaisereiche Wann wirst du mal mit Käthchen zu mir kommen? Fragte ich sie Sie zögerte einen Moment Oder willst du mich überhaupt nicht besuchen? Fragte ich hart und misstrauisch Gern, Thymian, sagte sie Aber, siehst du, ich lebe sehr zurückgezogen Und ich möchte keine neue Bekanntschaften machen Weil ich keinen größeren Verkehr wünsche Ich habe meine Arbeit und mein Kind Und die beiden füllen mein Leben aus So dass ich keine fremden Leute brauche Wenn du kommst, bist du mir jederzeit willkommen Und ich will dich auch besuchen Aber nicht wahr, du sorgst dafür, dass ich, wenn ich zu dir komme, dich allein antreffe Ich war wie betäubt im Moment Denn ich sah jetzt plötzlich klar Sie weiß alles, alles So gut wie die Menschen in meinem heimatlichen Nest über meine Vergangenheit orientiert sind So gut weiß sie, über welche Wege mich das Leben in den verflossenen Jahren führte In der Minute erfasste ich es gar nicht mal so Wie taktvoll und fein sie mir die Brücke des Vertrauens baute Ja, ich werde dafür sorgen, sagte ich Komm bald und bring's Kettelchen mit Schreibe mir vorher oder telefoniere Adieu Die Elektrische ratterte heran Ich stieg ein Ende von Abschnitt 34 Abschnitt 35 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Sonja Abschnitt 35 November Den fürchterlichen Husten werde ich wohl niemals mehr los Ich bin ganz erschöpft und manchmal so matt, dass ich die Hände nicht rühren mag, um mich aus- und anzukleiden Julius spricht von Davos Ob ich die Wintermonate nicht dahin gehen möchte Das hat mich furchtbar erschreckt Bin ich denn schon auf der letzten Station angelangt? Ich glaube doch nicht Die Ärzte machen es immer schlimmer, damit man nicht leichtsinnig ist und sich in Acht nimmt Diesen Husten habe ich von einer Erkältung Und es ist auch nur Katar-Husten Aber ein sehr hartnäckiger und schlimmer Ich werde jetzt nicht fortgehen Dass ich die Grete wieder gefunden habe, ist zu reizend Ich bin oft draußen in Friedenau Sie kommt nur selten Sie hat ja nur wenig Zeit Und ich nehm's nicht so genau Es ist so heimatlich und gemütlich, wenn das Licht der Gaskrone über den Tisch fällt Und der Gongschlag der Standur in die abendliche Stille hinein sinkt Und das Anthrazitfeuer im Kamin blinzelt Und das Kind schwarzt und lacht Und alles so friedlich und ruhig Und seitab vom Lärm der Außenwelt Dann schließe ich manchmal die Augen und träume mich zu Hause Ich rechne es der Grete hoch an, dass sie lieb und freundlich zu mir ist Und niemals Fragen stellt Ich habe sie sehr gern, obgleich sie manchmal ganz aparte Nach meiner Ansicht geradezu verrückte Ansichten hat Weihnachten und Neujahr verlebte ich diesmal angenehm Am Weihnachtsabend war mein Graf bei mir Er hatte alle Familieneinladungen abgelehnt, um bei mir zu sein Ich hatte auch diesmal einen Tannenbaum und bescherte elf armen Kindern von der Straße Und freute mich über die glücklichen Gesichter Am ersten Feiertag war der Graf auch da Und am zweiten war ich in der Rönnebergstraße Silvesterabend stellte sich dener alter Gewohnheit ein Und den ersten Neujahrstag war ich wieder in Friedenau Der Husten bringt mich mehr und mehr herunter Ich schleppe mich manchmal nur so hin Wenn es doch nur nichts Schlimmes ist Trotzdem ich weiß, wie verfehlt und verfahren mein Leben Und wie überflüssig meine Existenz ist Und dass mir eigentlich nichts Besseres widerfahren könnte Als rasch und schmerzlos zu sterben Habe ich doch ein unüberwindliches Grauen vor dem Tode Denn ich glaube nicht an ein Wiedersehen und an himmlische Gefilde Wohl an ein zweites Leben Aber wer sagt mir, dass es besser wird als das erste Ob ich nicht darin noch elender sein werde als zuvor Und mir graut vor der Übergangs- und Durchgangsperiode Für mich ist der Tod nur ein Begriff von Erde, Moder, Würmern, Verwesung Ein grausiges Mysterium der Unterwelt Februar 1903 Die Grete bekommt mein Tagebuch Ich habe ihr aber gesagt, dass sie mir meinen Julius gut behandelt in ihrem Roman Das hat sie mir versprechen müssen Alles andere ist mir wurscht Ach Gott, mir ist eigentlich gar nicht spaßhaft zumute Gestern hätte ich mich beinahe mit Grete verkracht Der Tag war herrlich und der Graf hat mir mittags den Schlitten geschickt Zu einer Spazierfahrt Ich wollte Grete und die Kleine abholen Traf sie aber nicht zu Hause Und die Wirtschaftlerin wollte mir das Kind erst nicht rausgeben Aber ich bat so lange, bis ich die liebe kleine Maus doch mitkriegte Wir fuhren ein weites Stück in den Grunewald hinein Es sah märchenhaft schön Die schneebeladenen Kiefern und Tannen Die im Sonnengeflimmer wie Silberfiligrane und Brillanten funkelten Und dazwischen geschäftige, rotschwänzige Eichkätzchen Und der Schlitten lautlos dahinfliegend Es war reizend und das Kind jubelte vor Entzücken Und ich mit Aber plötzlich änderte sich das Wetter Der Sturm kam auf, es wurde schneidend kalt Und da das Kind froh, wickelte ich es in meine Pelzstola Als wir in Friedenau anlangten, war es schon finster Und Gretel schimpfte wie ein Rohrspatz, dass sich das Kind ausgesponnen hatte Sie hatte sich bereits geängstigt Und Fräulein Anna hatte auch schon ihren Segen gekriegt Und weinte Tränen wie Pferdebohnen Ich ließ alles ruhig über mich ergehen Und zuletzt wurde sie von selber still Ich habe mich aber mit dem unbedeckten Hals wieder aufs Neue erkältet Und kann heute nicht sprechen, so heißer bin ich Ich will gleich ins Bett 1. März Seit 14 Tagen liege ich Ich weiß nicht, was mit mir ist Ich habe keine Schmerzen und bin doch krank Grete besucht mich öfters und gestern traf sie an meinem Bett mit Julius zusammen Und die beiden suchten mich zu überreden, doch ein paar Wochen in ein Krankenhaus zu gehen Mein Dienstmädchen ist sehr ungeschickt und unzuverlässig Und mit der fremden Krankenpflegerin ist auch nichts Richtiges Ich werde es wohl tun Man ist doch am besten aufgehoben Ich habe wieder Blutspucken 15. März Ich bereue es nicht, hergekommen zu sein Die Pflege und Bedienung sind vorzüglich Ich war sehr, sehr krank Bin noch matt und elend Aber mit Bleistift kann ich doch ein wenig kritzeln Es macht mir Freude Die Zeit wird so lang Grete kommt fast jeden zweiten Tag Gestern war Käthchen mit hier und brachte mir Blumen Der Graf besuchte mich auch und D war schon da Und Julius kommt manchmal zweimal des Tages Sie sind alle gut zu mir Eine niedliche junge Schwester pflegt mich Sie möchte mich gern ein bisschen fromm machen und will mir gern Psalme vorlesen Aber ich mag nicht Glauben Sie, dass ich bald sterben werde, Schwester? Fragte ich sie heute Sie wurde rot und verlegen Das kann niemand sagen, der Herr allein weiß es Sterben ist schrecklich, sagte ich Tod sein ist schön Aber sterben ist furchtbar Oh nein, sagte sie Sterben ist Erlösung, Heimkehr Der Heiland kommt und holt seine Kinder ins himmlische Vaterhaus Ach, Schwester, sagte ich Für Leute meines Schlages gibt es keinen Heiland und kein Vaterhaus Uns holt der Teufel, wenn es aus ist Sie erschrak Es ist eine große Sünde, an Gottes Gnade zu verzweifeln, sagte sie unsicher Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm Dann war ich immer in Gott, sagte ich 16. März 1903 Ich beneide die stille kleine Schwester um ihre Frömmigkeit Sie gibt sich viel Mühe mit mir und ich bin so unverbesserlich gottlos Sie hat noch ein so junges, liebes Gesichtchen und einen so schweren Beruf Ob ich das auch hätte können? Ich glaube nicht Bei mir war's das Blut, das Blut 17. März 1903 Nachts Ich kann nicht schlafen Die Schwester ist fort Wenn ich ihrer bedarf, soll ich klingeln Das Nachtlicht brennt Meine Seele ist voll Todesgrauen Meine Kräfte ermatten mehr und mehr Ist das der Tod, der mich holen will? Kämpft er mir zollbreit jedes Stückchen Leben ab? Tausend Gedanken durchzittern meine Seele und brennen in meinem Hirn Ich möchte viel schreiben Aber meine Hand ist zu schwach, um lange den Bleistift zu halten Ich muss oft pausieren Oh, ich fürchte mich so vor der langen, schauerlichen Nacht Vor der Auflösung in das schwarze, endlose Nirvana Wo werde ich wieder erwachen? An welchem Strand wird mich die düstere Todesflut spülen? Wo werde ich antreiben, ich armes Strandgut des Lebens? Werde ich eine Eule sein? Und lichtscheu und flugträg in spukhaftem Turmgemäuer nisten Um krächzend Unheil zu unken? Oder wird meine Seele in den Körper eines Panthers fahren Der blutgierig und beutesuchend dahinschleicht? Wird meine Wiederkunft im Zeichen des Fluchs oder des Segens stehen? Alles, alles nur kein Mensch wieder werden Nur nicht noch einmal den Jammer durchleben müssen Die Nacht nimmt kein Ende Mich dürstet Ist das nicht ein Kreuzwort von Golgatha? Ich glaube Von ihm, der sich für die Menschheit opferte Heiliger Gott, wenn du bist Dann lösche den Brand in meiner Seele und auf meinen Lippen Ich denke an die Rosen und Lilien daheim in unserem Garten Ich habe solche Sehnsucht zurück Die Jahre zurück Nach Mutter Nach den Rosen Nach den Gräbern Ich kann nicht weiter 21. März 1903 Es war schlimm in den verflossenen Tagen Wir dachten, es ging zu Ende mit mir Ich habe Grete den einen Schlüssel zum Buch gegeben Für alle Fälle Ich konnte keine Luft kriegen Und war mehrere Male vor mir sticken Die kleine Schwester wischte mir jedes Mal die Schweißtropfen von der Stirn Und flüsterte mir leise, süße, fromme Trostworte zu Nur noch ein Weilchen harren wir aus Dann ziehen wir die goldene Straße Und sind zu Haus Das liegt mir immer noch in den Ohren Die goldene Straße Zu Haus Zu Haus 23. März Julius will nicht, dass ich schreibe Es strengt mich an, sagt er Aber ich meine nicht Ich möchte bald aufstehen können und hinaus Die Luft wird mich wieder frisch machen Mir fehlt eigentlich nichts als die Schwäche Das matt sein 25. Ich habe mir etwas ausgedacht Ich will, wenn ich besser bin, eine Kinderpension gründen 26. Julius will mir helfen Ein Heim für kranke, schwache, verkrüppelte Kinder Die viel Liebe brauchen Ich freue mich darauf Der Graf war gestern hier Er will das Kapital dazu hergeben Ich bin so froh Nun, endlich 28. März Ich werde allmählich besser Nur die Kräfte sollen noch kommen Ich habe die Nacht gut geschlafen Auch kein Fieber mehr Heute früh wollte ich gern aufstehen Die Schwester ließ mich nicht Als sie hinaus war, versuchte ich's Und wurde ohnmächtig Die Kräfte fehlen mir Sonst nichts Die Pension 30. D war heute Mittag hier Und brachte mir fünf blutrote Rosen Ich muss schlecht aussehen Denn er war sichtlich ergriffen Und sprach nicht viel Ich fühle mich aber viel wohler Nur die Schwäche 1. April 1903 Schwester fragte mich heute, ob der Pastor nicht zu mir kommen dürfe Ich lachte sie aus und meinte, sie wolle mich wohl in den April schicken Ich bin tatsächlich viel wohler Aber sie glauben mir nicht, weil ich so elend aussehe Das ist doch kein Wunder 6. April 1903 Meine Brust ist so leicht und frei wie seit Jahren nicht mehr Ich wäre blutgesund, wenn die Bettschwäche nicht wäre Gott lobt, dass wir jetzt dem Frühling entgegen gehen Morgen will ich aufstehen Morgen Schlusswort Vom 6. April nachmittags 5 Uhr datierte Thymians letzte kurze, halbverwischte Eintragung Nachdem schon seit acht Tagen von Ärzten und Pflegerinnen stündlich ihrer Auflösung erwartet wurde Schlief sie am 7. April morgens gegen 9 Uhr sanft und kampflos in die lange Todesnacht Vor deren Mysterien ihr stets so graute hinüber In der Früh eines warmen, wolkendunklen Tages geleiteten wir sie hinaus zu ihrem Grundbesitz ihrem Sommerheim, wie sie die schön gepflegte, gitterumfriedigte Grabstätte zu nennen pflegte Kein endloser, prunkender Zug leidtragender Wie bei der Beerdigung des armen Flieben Heinrich folgte ihrem schlichten, nur mit wenig kostbaren Kränzen geschmückten Sarg Es war vielmehr der letzte, stille Erdengang einer verschollenen, schon halb vergessenen Von ihren Freunden war nur der Doktor zur Stelle Was die beiden anderen Herren abgehalten hat, der Toten die letzte Ehre zu erweisen, entzieht sich meiner Kenntnis Vielleicht war ihnen die Stunde der Beerdigung nicht genau bekannt gegeben Es regnete in das offene Grab hinein Sanft und lautlos fielen die grauen Tropfen auf den schwarzen Schrein Wer in der Stunde zu bilderreichen Vergleichen aufgelegt war, konnte dabei an Tränen denken, die von oben kamen Auch der Doktor war anscheinend tief bewegt Am Ausgang des Kirchhofes blieb er stehen und gab mir die Hand Es hat mich gefreut, dass Sie sich der Ärmsten so annahmen, gnädige Frau, sagte er Die arme Thymian, ein trauriges, verfehltes Leben Ihr ist wohl, aber furchtbar ist es, wenn man bedenkt, wie jemand so zugrunde gehen kann So viel Schönheit und Geist, so viel anmutige Weiblichkeit und liebenswürdige Charakterzüge Und alles zertreten und vernichtet und in den Sumpf gezogen Er setzte den Zylinder, den er abgenommen hatte, langsam wieder auf und wandte sich seufzend ab Ja, 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 Gott bewahre unsere Kinder Seitdem sind zwei Jahre vergangen Aber in der Stunde, wo ich dies schreibe, ist die Erinnerung an jenen Kirchhofsgang Und an die vorhergehende Zeit so lebendig in mir, als wäre alles erst in diesen Tagen gewesen Blühendes Maiengrün und goldige Frühlingshelle grüßen mir in die Fenster Aber in die Mittagssonne, die meinen Schreibtisch umflutet, fällt ein Schatten Und meine Augen werden dunkel Denn ich sehe plötzlich vor mir die schwarze, rabenumkreiste Wand Die keine menschlichen Berechnungen und Voraussetzungen umzustoßen und zu durchdringen vermögen Die still und stumm und unverrückbar vor jedes Menschenleben steht Aller menschlichen Klugheit und Erwägung spottend Und wie ein traumhaftes Echo ziehen des Doktors Worte an meinem Ohr vorüber Gott bewahre unsere Kinder Ende von Abschnitt 35 Ende von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Untertitelung compasss